Weiter geht's! Das war gut. Das hat mir gefallen. Wir gehen eine Runde spazieren. Nee, ich dürfte kein Echo drin haben. Das habe ich gerade ausgemacht. Ich habe gar nicht Mielas Nummer, Alter. Ja, die anderen sehen mich auch als dick, nicht als fett. Oh. Ich bin ein Bömer. Mhm. Ja, ich bin ein Bömer. War's gut, Dankeschön für den Whistup im 4. Stufe 3. Ich friss dein Kühlschrank leer. Dankeschön. Komm, Peanut, du schaffst das. Los, Peanut, live to win till die. Komm schon, noch ein Stück. Komm schon, da vorne gibt's Kuchen. Noch ein Stück. Verfickte Scheiße. Verpuller. Jetzt ein bisschen Pause. Arschloch. Dummer Arschloch. Oh, mir wird schon wieder ganz schwindelig. Da vorne gibt's Kuchen, Peanut. Oh, wie oft will der noch hier vorbeifann, der Arsch? Verpuller. Ist mir ein Stück Käsekuchen. Wo sind denn alle Leute hier? B-Maschinen. Arschloch. So ein dummes Arschloch. Ach, ein Arschloch. Alles Verkehrs-Odysseer. Wo ist mein Pfau? Es ist nur, es ist nur ein Spiel. Warum musst du schuld sein? Ach, schon wieder Seilenstiche. Nein. Komm, Peanut, da vorne gibt's Kuchen. Den Hutze dir, Baby, Baby. Bill. Blieb hat der Scheißlein aus. Da ist da jemand. Und... Ah. 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 Los, mach Platz, du Gerüppe. Hier sind die hungrigen Leute. Ich glaube, sie lassen mich erst mal bestellen. Ich hätte gern zwei Stücke Käsekuchen. Ich wollte eh keinen. Du mal Idiot. Wie viel Käsekuchen haben sie noch? Da müsste ich nachgucken. Wie viel Tortenkuchen haben sie generell noch? Das ist schon wieder... Eine ganze Menge. Was heißt eine ganze Menge? Ja, so ein Minimum 150. 150 Torten? Ja. Was kostet eine Torte? 70 Dollar, ich habe ja nur Erdbeertorte. Mann, komm, du hast eh kein Geld. Verschwinde. Okay, ich würde gern alle ihre Torten kaufen. Na und dann trinke ich Zuckerwasser. Kollege, du bleibst auf die Klappe. Ich komme schon auf meine Kalorien. Du kommst heute auf die Klappe, sonst kriegst du gleich einen Pfund mit dem Unterarm. Kann man das für euch tun. Das besser nicht. Ich habe Hunger. Also, soll ich jetzt gucken, ob ich die Erdbeertorten nicht habe oder... Da haben wir pronto, pronto, dann mal hin den Kaffee und der Kaffee und der Kaffee gucken wir hier rüber. Dankeschön. Oh, da ist Twinkie. Ich möchte gerne für die Gesamt. Platz da. Oh, mein Fettbeckchen. Oh, komm mal her. Ja, komm mal her. Da krieg ich mich nur vom Arm kann. Wie bitte? Den können wir essen. Was können wir essen? Wo ist Mali hin? Entschuldigung. Ich hatte schon zwei Stück Käsekuchen heute. Komm. Wo ist denn der Taxi-Mann da übertrunken? Der Pinsel? Welcher Pinsel? Ja, der Pinsel. Der Taxifahrer. Der Uwe. Der Uwe, der war mal hier. Wir troften also so einen Kuchen weg. Und wie hässlich die alle sind. Guck mal, die. Ja. Wir werden sowas in der Kiste haben. Kannst du dir ja nicht anziehen. Sollen wir uns Torte besorgen? Ich habe gerade schon acht Stücke Käsekuchen, zwei Tassen Zuckerwasser, drei Stücke Apfelkuchen. Ich habe auch echt Hunger. Ich habe noch. Ich habe noch. Ich habe noch deine zwei Muffins, Schatz, Siebaka. Ja, von gestern. Oh, lecker. Aber ich habe diesen eine Torte nicht vertragen. Oh, ich muss zuhalten, sonst passiert es wieder. Oh, ich. Ich aber auch, ne? Oh, ich gritte. Oh, Gott, oh Gott. Ich habe die Torte nicht vertragen. Das ist ja... Das riecht ganz schön eklig, ne? Ja, das war süß. Du, ich habe mich mal rumgefragt, ne? Wegen Autovermietung habe ich rumgefragt und irgendwie nur Limousinen und LKWs und so. Oh, mein Kaffee. Ja. Ja. Mein Hotdog. Ja. Ja, du kleine Schnitzel, denn du siehst ja lecker aus. Der sieht ja lecker aus, ne? Komm, Mali, ich glaube, die Leute sind nichts für uns. Mali, die wollen nicht essen, glaube ich. Mensch, ihr seid ja mal lecker. Die riechen auch ein bisschen nach Burgerfett. Komm, wir gehen mal. Du bist ja eine Hübsche. Das ist nicht gesucht. Wer hat dir denn ins Gesicht geschissen? Bitte? Entschuldigung. Mensch, ihr seid ja hübsche, ihr beiden. Danke. Ich bin's, ich bin's, die Wann, ja. Ich bin's aus Schweden. Ach, du bist aus Schweden? Ja. Wo ist Schweden? Ihr seid gar nicht auffällig hier in der Stadt. Was? Ihr seid richtige US-Amerikaner. Ja, ja, wir kommen aus Arizona. Woher? Was für ein Ding? Schätz, ich bin's. Seid ihr Geschwister oder seid ihr ein Liebespaar? Kann ich ein Foto von dir machen für mein Gruselbuch? Ich mache auch eins. Ich mache auch eins. Kann ich ein Foto von dir machen für mein... Gib mir dein schönstes Lächeln. Hallo. Ach, du mein Eiger. Kann ich ein Foto von dir machen für mein fette Menschenkalender? Warte, so einen Opfer brauche ich auch noch. Ich bin ein Model. Ja. Ja, ach, was heißt das? Was soll das denn? Ich mache Fotos für mein Gruselbuch. Für dein was? Gruselbuch. Guck mich an. Da gehöre ich nicht rein. Ich bin eine rutsche Dame. Oh, es fängt schon wieder an. Ja. Kannst du mal an meinen Rücken gucken? Ja, ich bin nicht erst. Bitte? Guck mich an die Rücken. Da oben, wo meine Hand ist? Kannst du da mal gucken, bitte? Das ist ein bisschen tief. Nee, das ist so tief. Guck mal, bitte. Kommst du den Schirm mit deiner Hand? Guck mal, ich glaube, das ist Kaugummi. Ich weiß nicht, was alles in den... Die Feige waren alle drin. Ja, Hund, guck mal. Hund, guck mal da rein. Ja, genau. Guck mal, guck mal die Feige. Feige. Auf blau, auf. Das ist sehr schön. Habt ihr schon Torte? Ja, ich hab Torte. Warme? Wer ist das? Kollege, hast du den Hund gerade angeschissen? Hab ich überhaupt nicht. Ich bin Tierfreund. Geh weg. Warme Erdbeer-Torte. Foto, und kannst du im Schackel? Warum sind die jetzt so scheiße? Hey! Das Gewalt! Aber wie kommst du darauf, dass Torte warm ist? Oh Mann, Jürgen! Wenn die frisch gemacht wird? Äh, Torte wird nicht warm gemacht. Das ist Kuchen. Kuchen wird gebacken, aber Torte trinkst du? Was macht der Overwatch hier? Dann zerläuft die Torte. Ah. Habt ihr wieder irgendeine Ahnung jetzt? Dann trink ich die? Pack die Drogen weg. Du kannst es dir überlegen. Ich komm gleich wieder. Wenn du, wenn du, warte, warte, warte. Nein! Ich wollte es gerade sagen. Irgendwie war das der Seinspruch. Die wollen die Torte nicht warm machen. Wie? Du willst, setz ich mich ein bisschen drauf. Ja, ich auch. Hä? Die sagt, die Frau, die sagt, die Torte wird flüssig. Wie so flüssig? Melli! Kann man für euch was Gutes tun? Boah, hier sind zu viele Leute. Die nehmen uns alles weg. Ja, ich hasse so. Ein Kaffee an den Kissen, die diese verfressenen Müsse, die es da zu retten gibt. Kaffee an den Kissen, die... Was ist mit der Schwäge in Loseinisch? Wir haben Marmorstein gesungen. Oh mein Gott. Ich glaube, ich glaube, wegen ihrem Mann oder so. Melli, komm her. Der Uwe. Er heute ist ganz schlimm, ne? Oh. Was? Suchst du schon wieder Bum-Bum? Oh, ey. Komm, wir gehen mal zu dem Hund. Ja, warte kurz, warte, gib mir einen Moment. Ja, mach schnell. Hast du wieder Victoria's Secret an? Du, die, Ronny? Ja! Wieder zu eng, ne? Ja, genau. Jetzt, 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 glaube ich, hoffentlich. 60? Du hast dich aber verrechnet. Boah, kannst du mal leiser reden? Das sind 420 Dollar. Kannst du mal leiser reden, du Schumpel? 420 Dollar, ich brauche deine Spumpe, lauf weiter, Mann. Mann, mein Gesicht sieht aus wie ein Bonkopf. Ich gebe dir gleich, komm, geh lauf weiter, du. Oh, Markus, ruf dich an. Hallo, Markus. Hallo, Peanuts. Wie geht's dir? Mir geht's ganz gut. Ich hatte gestern nur einen, ne? Mir ging's auf einmal nicht so gut, deswegen muss ich mal kurz sagen. Langrufen. Ja, es ging halt einfach nicht, ne? Die Kopfschmerzen und dann halt schnell zur Apotheke gehalten und dann musste ich noch mal in den Auto parken und dann hat es angefangen zu regnen. Mit so einem Stück Torte essen, wir sind am Park beim Kuchenladen. Schon wieder? Ja. Wo sollen wir sonst sein? Ja, vielleicht oben beim Barbecue-Laden. Oh, ach stimmt, wir wollten euch zum Barbecue-Lounge. Ja, können wir nach dem Torten-Massaker. Ja, dann geht ihr erstmal, ne? Zum Torten-Laden, ist da gemütlich fertig, ne? Und nicht so viel kleckern, das sieht sonst nicht so gut aus. Alles klar. Und danach, dann geht ihr einfach zum Barbecue-Lounge. Da treffe ich euch dann. Alles klar, Markus. Gut, dann bist du dann, Peanut. Der Markus trifft uns seine Barbecue-Lounge gleich. Oh, aber wir haben kein Auto. Dann rufen wir uns in den Großraum-Taxi. Okay. Komm, wir fangen uns den Hund. Oh, da muss man doch laufen. Das ist ein Scherz-Taxi. Da könnt ihr mal aufhören rumzuschreien, sonst gibt's gleich einen Pfund mit dem Unterarm. Ich bin gefällig, ich bin gefällig, ich bin gefällig, ich hab dir gesagt, Alter. Noch so ein Ding gibt's in der Bombe, ne? Halt auf, rumzuschreien hier. Ihr Asozialen. Ich will nicht dein Unterarm. Ich will nicht dein Unterarm. Ich will nicht dein Unterarm, wir sind ja den 20 Kilo. Jetzt hör doch auf, rumzuschreien, sonst gibt's ne Bombe, ich sag's dir. Noch einmal. Boah, kannst dich mal verpissen, den Bombenkopf. Was ist los? Komm her, wenn du im Stress bist. Komm her. Oh, das ist schon wieder so ein Halbstarker mit dem Schlagbring in der Fresse, oder was? Ja, entscheid dich. Fotografier den. Oha, oha. Fotografier den. Für den Sheriff. Ich glaub, da können die Trinkbeinchen gehen, oder wie sie ein Bratz ist hier. Mali? Mali, fass. Mali, geh auf den mit Orange. Fass den Speck. Wenn der mich beißt, dann fress ich den. Nicht ich, da hinten. Mali? Mali, fass. Den da hinten. Sagen, Schnitzchen, sollen wir uns Torte holen? Wie bitte? Sollen wir uns Torte holen? Ja, wenn du diesmal zahlst. Ich hab gestern schon bezahlt. Ja, ich hab gerade schon bezahlt. Ja, aber nicht für mich. Ja. Habt ihr die Goldkarte von mir? Da will ich ja nichts für, wenn du so spät rauskommst. Ich war noch im Donut-Laden. Ne, ganz schön in der Helmung. Was gibt's denn da zu lachen? Das ist voll süß, wie dein Kinn wackelt beim Lachen. Soll ich euch was ausgeben? Bist du erst mal ein Speck-Mäulchen? Du, erst mal ein Cheeseburger. Ich würd euch gerne ein Stück Torte ausgeben. Ne. Doch, bitte. Ich wollte gerade sagen, ihr müsstet das nicht. Was möchtet ihr denn gerne? Erdbeertorte. Eine ganze Erdbeertorte, bitte. Acht Stücke sind das, ich zähl nach. Ja, aber natürlich. Das ist ja eine ganze Torte vom Apfelkuchen. Ja, ja, ja. Du bist ja immer noch hier. Ja, ich lauf los. Sieht man das nicht? Ne. Ja, ich bin nicht so schnell. Ich guck mal. Die Leute sind nett. Ihr seid so wie wunderschön. Außer die Asis am Fastfood-Laden. Die haben uns fette Saugeschimpf. Ihr seid wunderschöne Menschen, ja. Ihr seid schön, wie ihr seid. Solange ihr euch in euren Körpern wohlfühlt, seid ihr wundervoll. Ja, ihr seid auch schön. Vergescht das nicht. Ja, ja, hör auf zu liegen, du kleiner Schleimer. Warst du mal ein Mann? Ja, ich bin immer noch ein Mann. Obenrum bin ich Frau und Mensch. Untenrum bin ich Mann und Pferd. Das verstehe ich nicht. Aber ich mach mich nicht. Ich dachte, Pferd haben wir mal vier Beine. Eben. Du hast ja gar nicht vier Beine. Doch. Eins, zwei, drei, vier. Außer dem bist du kriminell, du bist tätowiert. Auf zwei laubig und die anderen beiden benutze ich für was anderes. Du zählst aber jetzt nicht deine Eier mit, oder? Was will es? Es ist quasi wie so eine Zunge von einer Schlange. Ja, das ist meine Frau. Ja. Ja, ja. Twinkie, bleib genauso stehen. Das brauchen wir für die Freakschule in Arizona. Cheeseburger. Ihr müsst Cheeseburger sein. Cheeseburger. Cheeseburger. Ich hab's drauf. Seid du Touristen? Was machen die? Ja, wir kommen aus Arizona. Oh. Was passiert denn da? Ja, das Übliche. Da wird sich mal wieder geschlagen. Sind schon wieder die Asozialen. Ja. Ich mach mit, ihr Wichser. Wer fickt? Ah. So. Man muss ja mal hier Streit richten. Mr. Sheriff, wir brauchen sofort alle Einheiten am Kuchenladen. Hier wird geprügelt. Was? Hier wird geprügelt im Park, am Kuchenladen. Wo ist denn der Kuchenladen? Ja, hier am Park. Am Würfelpark. Genau. Die prügeln schon wieder, die Assis. Die hauen die Kunden hier. So einer mit einer orangenen Käppi und einer mit einer blauen Käppi. Ja, ich schicke jetzt eine Einheit rüber, ja? Ja, die fahren sich hier, der eine hat sogar ein Messer. Ja, alles klar. Macht's vor. Bis gleich. Tschüss. Na? Sollte Assozialen hier in meinem Prügeln. Ja. Guckst du dir an. Ja, schon. Ich hab den Sheriff geworfen. Ich hab den Sheriff geworfen. Entschuldigung, ich will nicht steuern, ich bin nur vorbei. Also nur zum Ausleihen nicht. Ich hab einen Kuchen in der Hand. Ich hab einen Kuchen in der Hand. Ich hab einen Kuchen in der Hand. Sind ja nur zugegeben. Hallo, warum schlägert ihr rum? Ihr dreckigen, wir, ihr dreckigen Wichser. Hä, warum hauen die die nur Pi? Wir sind gerade am Park und schauen uns die Stückerei an. Boah, sind das Assoziale. Bist du dein Kuchen? Ah, du dreckiger Wichser, du. Hey, da ist der Pinsel. Aha. Wow, wow. Ihr könnt, ihr könnt's nur mit Waffen nicht. Bitteschön, guten Appetit. Ah, mein Auge. Kannst du dir das alles tragen? Ah, klar, ich hab ganz viel Platz in der Hand. Ich schiebert. Ihr dreckigen Bastarde. Oh, dankeschön. Und die Dame, die Nura, die Nura hat deinen Kuchen. Wer hat, wer, äh, Hans geschlagen? Der mit dem grauen Schirr. Welcher Halbschlag? Er hat Hans geschlagen. Der mit dem grauen Schirr. Da kommt der Sheriff. Sheriff. Sheriff, der mit der orangenen Mütze hat hier rumgehauen. Da hat die Assoziale da vorne. Perfekt. Wunderschön. Das ist richtig gut geworden. Hey Pinsel, wie geht's? Hallo. Äh, gut. Bist du, ähm, bist du mit dem Taxi hier? Äh, nein. Wir brauchen gleich ein Taxi. Okay, ich geh dann schnell in den Dienst. Wie die Lisa kommt. Wir zahlen noch, wie gestern. Aber die Frau hat bezahlt, also die eine, die da stand. Hallo. Ähm. Ja, okay. Aber ich muss gleich zu Goldie. Okay. Ach, dein Twinkie. Na, jetzt auch zu spät. Ist alles gut. Ich bin gleich wieder auf die Beine. Oh, okay. Ich muss gleich zu Goldie. Ich krieg dann ein neues Style. Im Kopf. Okay. Aber du siehst doch gut aus. So rebellmäßig. So rebellmäßig. Ja, aber ich will dann. Oh, okay. Sollen wir uns mal gerade vom Kopf einmal weggehen? Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, das ist ein bisschen gebrästert. Oh, sieh mal. Mein Krankenwagen. Ja, oh Gott. Die Schuße. Ja, hallo. So einen haben wir doch auch zu Hause. Ja. Aber die hier sind im Einsatz. Ja, aber die können es ja auch noch fotografieren, wenn sie stehen. Meine Leute waren auch aus uns an. Okay. Ja. Ist das deine Freundin, Twinkie? Das ist ein Schwindeltyp. Ach, du hast lange Haare. Ja, ja, ja. Meine Frau hat gesagt, du wolltest ein Moped fahren. Warum? Machst du jetzt? Ja, der wollte so eine Motorradgang. Ich dachte, das wäre ja was. Warum hat jetzt ein Tipp? Oh, jetzt bin ich geblitzt. Oh, jetzt fängt schon wieder an. Sheriff, können Sie mir helfen? Bitte, was kann ich wissen? Ich glaube, ich habe mich in Kaugummi reingesetzt. Sie haben sich in Kaugummi reingesetzt? Können Sie mal gucken? Ähm, okay. Und? Reingelegt. Ich habe den Sheriff gerufen, wegen der Asozialen. Danke. Sir, kommen Sie gerade mal mit. Oh. Warum? Folgen Sie mir bitte einmal. Okay. Oh, ist aber streng. Oh. Ja, wie kann ich Ihnen helfen, Sheriff? Sir? Wenn Sie die Hilfsbereitschaft von anderen Menschen ausnutzen, dann ist das kein schönes Bild für Sie, ne? Ach so, okay. Ja. Cheeseburger? Äh, was? Ja, Sie haben doch gesagt, ich soll ein Bild machen von Ihnen. Verstehe. Sie nehmen alles über die Geschichte. Ich habe nur fünf Fotos frei. Haben Sie einmal einen Ausweis für mich? Einen Ausweis? Ja. Da muss ich mal eben kurz in meine Tasche gucken. Ist da auch Kaugummi dran? Äh, nee. Da. Danke. Bitte schön. Ähm, der riecht aber streng. Ja. Na und? Wo haben Sie denn den hingetan? Ich tue den immer mit in eine Fritteuse, damit kein Dieb den klaut, wenn der bei mir einbricht. Weil die Fritteuse ist immer heiß. Ach, Fritteur. Ich mache immer Pömmekes. Ich mache gut, du rüst die Pömmekes. Und das bleibt abzuwarten. Ich habe es noch nicht probiert. Aber Sie haben doch gerade schon einen Teil von mir geschmeckt. Kann ich meinen Ausweis bitte wieder? Moment, ich bin gerade noch am Überprüfen. Ach so. Herr Smalls, so smalls sind Sie gar nicht. Was soll das denn heißen? Sie sind schon groß gewachsen, ne? Ja, na und? Kennen Sie das hier? Können Sie das? Können Sie das, hä? So, hören Sie auf, bevor Sie ein Herz im Park kriegen, ne? Ja, das können Sie nämlich nicht, ne? Meinen Sie? Ja. Okay. Was denken Sie denn, was ich sonst tun sollte? Weiß nicht. Sowas vielleicht? Das haben Sie aber kopiert von mir. Mhm. Tja, bin gut im Kopieren. Können Sie mir meinen Ausweis zurückgeben? Ich brauche den, um Torte zu kaufen. Torte? Ja, Schnapstorte. Ach so. Mit der Piamontkirsche drin. Mhm. Herr Smalls. Ich glaube mir nämlich nie, dass ich schon volljährig bin. Ja, Sie haben halt auch eine besondere Stimme, ne? So. Dankeschön. Herr Smalls. Ja? Wenn Sie jemanden fragen, ob er Ihnen gerade... Oh, Entschuldigung. Ich kann das nicht kontrollieren. Entschuldigung. Das Barbecue hat reingefäffert. Mhm. Also Nasenhaare rasieren brauche ich nicht mehr. Die ätzen sich so weg. Ja, sehen Sie, da haben Sie Geld gespart. Äh, ja. Vielen Dank. Also nutzen Sie bitte die Hilfsbereitschaft von anderen Menschen nicht aus und furzen Sie denen nicht ins Gesicht, ja? Okay. Ansonsten das nächste Mal werde ich Ihnen eine Körperverletzung anrechnen. Ich hatte echt Kaugummi, glaube ich, an der Hose. Bitte? Da war wirklich Kaugummi, aber ich konnte es nicht zurückhalten. Tut mir leid. Komm her, du altes Gespüppe. Lass dich umarmen. Ähm, ja. Ja. Boah, Sie riechen aber echt nach Kentucky Fried Chicken. Äh, 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 äh. Das ist Ihr Ausweis. Äh, jetzt hören Sie mal auf, Fotos von mir zu machen, sonst fahre ich ja Fotos von Ihnen zu machen. Ja, okay. Gut. Ich gehe ein Stück zu... Achso, hallo. Was? Sie wollten noch ein Foto von mir machen. Nee, das einzige Foto, was ich von Ihnen mache, ist, äh, wenn Sie quasi vor so einer Wand stehen, wo die Höhe angemessen wird, ne? Aha. Muss ich mich auch dann wiegen? Bitte? Muss ich dann auch wieder auf der Waage? Nee, auf der Waage müssen Sie nicht. Achso. Weil beim Arzt muss ich auch mal in so eine Wand danken, gucken, wie groß ich bin. Ja, aber wir sind ja die Polizei, nicht die Doktor an, ne? So, Herr Smoltz? Ja. Bitte anständig bleiben, ja? Ja, okay. Ich wünsche einen angenehmen Abend. Aber ich kann es echt nicht kontrollieren. Dann sollten Sie damit vielleicht mal zum Doktor gehen. Ja, ich habe schon versucht, einen Sektkorken zu benutzen, aber der fällt dann raus. Ich kann nichts dagegen tun. Tut mir leid. Ja. Zucka, 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 zucka. Dafür mitzuckern, meinst du? Hi. Hi, Peanut. Ich habe Ärger bekommen. Vom Sheriff. Ich wurde von einer der sogenannten Beamten beleidigt. Wer hat dich beleidigt? So eine Frau. Ich schimpfe gerade schon mit einem der Polizisten, der... Da vorne, die Blonde? Ja, irgend so eine... Jetzt kommt Peanut, viel Spaß. Ja. Mach mal Platz. Boah, Alter. Halt mir doch nicht hier. Wer hat meine Frau von euch beleidigt? Bitte, was? Schubst du den Dungeon? Wer hat meine Frau von euch beleidigt? Ja, boah. Das ist doch nicht. Aber schubst du Dungeon? Hier, hier. In deinem, boah, ich habe meine Frau beleidigt. Hey, hör mal zu. Ja, ich, hier, komm her. Nein, sag mal leise da ins Ries, Digga. Halt das Maul. Die, die mit dem blonden Haar. Es fängt schon wieder an. Nein. Oh, nein. Was ist das denn, Alter? Was macht der? Entschuldigung. Ey, die mit dem blonden Haar, die meinte, deine Frau ist so dick, dass sie für alle Männer reicht hier. Wie? Ja, hier, die Dame. Die da? Der Aschenbecher? Ja, genau. Ja, genau. Ja, ja. Pass dir auf, du Fräulein. Zieh dich sonst an der Haare durch den Kakao. Ja, ich zieh dich auch gleich an der Haare an der Kakao. Zieh dir meine vernünftige Hose an. Nein, Alter, Erin, bei Ellison hast du das schon irgendwie gesagt? Das habe ich so nicht gesagt. Na klar, dass du hier mit dem Asozialen stehst. Du hast uns doch gefragt, die würde doch für euch alle reichen, oder? Ja, das war der Punkt. Verheiratet sind? So, der habe ich es gezeigt. Der habe ich gesagt, ich zieh dir eine Haare durch den Kakao und die soll sich eine vernünftige Hose anziehen. Ja. Und dass sie mit den Asozialen da steht. Ja. Ich müsste meinen Ausweis zeigen. Was? Also, wie das denn aussieht in nun mit der Barbecue-Lodge. Stimmt, ich wollte noch mit euch zu... Der Markus wollte euch da treffen. Ja, nachdem wir Torte gegessen haben, ich habe schon wieder Hunger. Habt ihr Torte gegessen? Ich habe Torte. Oh, Entschuldigung. Oh Gott, nee. Das ist fast ein bisschen gezahlt, was raus. Ich bin schon ein großer Junge. Groß und vier. Was hast denn du? Bei ihm bitte vorsichtig. Der hat ein kleines Trauma heute erlebt. Der ist sehr empfindlich. Das hat den jemand gezwungen, Blut zu trinken. Oh, nee. Ach du Scheiße. Bist du jetzt ein Vampir? Er sagt, er kann jetzt Leute heilen. Leute heilen? Sagt er, kann er. Oh. Aber nur am magischen Baum. Du kannst Leute heilen. Am magischen Baum, ja. Ich glaube, du brauchst eine Heilung. In der Klapsmule. Und nicht so gemein. Ja, genau. Guck dir das arme Kältchen mal an. Ja, guck mal, wie süß wir sind. Komm mal her, Jüngchen. Steh mal auf. Komm mal bei die Mama. Ja, gib ihnen ein bisschen Liebe, Mama. Bisschen guter. Wie heißt denn es? Dürfen wir es behalten? Warum macht er solche Geräusche? Weil er Angst hat. Ich glaube, ich nenne es Sphinx oder Slava. Das ist ein guter Name für ihn. Aber er heißt Jacob. Ah, Jacob, doch der von Bylight. Dem Vampirfilm. Heißt der nicht anders? Ja, der heißt doch Jakob. Ich weiß es wirklich nicht. Ich hab das nie geguckt. Bruder, Jakob. Lebst du noch? Lebst du noch? Ich kann nur die erste Strophe. Oh mein Gott, dir wird schon wieder schön, ne? Oh, da krieg ich nen Anruf. Die Twinkie hier. Twinkies Mäuze, wenn ich bitten darf. Oh, hallo, Ria. Wie geht's für stets? Hey, Jacob, komm mal mit. Oh, okay. Dann Schnittchen, ich setz mich kurz hin, okay? Ja, ich, komm. Ja, aber klar, dass du mitkommst. Guck mal, die haben extra Stühle für uns. Ich bestell mal hier ein bisschen Pizza und so, okay? Ja. Ja. Nerv mich nicht. Hab dich lieb. Ich muss mal trinken holen. Ich trinke mich. Was magst du für ne Pizza gerne? Pizza? Ja, Pizza. Ich hab hier so Gutscheine gefunden beim Containern. Die Feuerwehr musste mich auch da rausholen. Ja, ich mag eigentlich jede Pizza, ne? Boah, was ist denn heute los? Ich weiß nicht. Boah, diese scheiß Minibar im Hotel. Hab ich mir heute Morgen erst mal 17 Duples in die Fratze gehauen. Was sagst du, Twinkie? Ich sag dir nicht alles auf einmal. Ja, du weißt doch, ich bin Schlinger, kein Ringer. Das sind wir alle, ne? Weißt du noch, als wir abnehmen wollten und Küchenfettlöse auf unseren Bauch geschmiert haben? In der Hoffnung, das hilft. Dabei hatten wir nur Verbrennungen im dritten Grades. Das war auch... Wir hätten schon mit Rechnen. Ja, wir passen perfekt zusammen. Ja, vielleicht hatten wir das nächste Mal das Zeug trinken. Boah, ich bin vom Lachen. Aus der Pusten. Da guckst du dir an, die Asozialen. Oh, ich bin heute fertig, ne? Oh, da bin ich doch dabei. Was läuft denn bei dir, Sama? Was ist denn los mit dir, Sama? Was machst du denn vor, dass du die ganze Zeit hier? Hallo, wir studieren. Was studiert ihr denn? Na, wir haben uns ja auch noch mal. Warte, lass dir mal in Ruhe, komm. Alle. Und besser ist es. Ach, ihr wart doch gestern im Fastfood-Laden. Ihr Asozialen habt uns beleidigt. Ja, ja, ja. Siehste, gestern beleidigt, so, und heute halte ich die Jungs von dir zurück. Und jetzt boxniesig. Ja, besser ist. Mhm. Ach, du Scheiße. Geh mal lieber weg von meinem Parfüm. Oh, guck, guck dir das an. Oh, die sind schon wieder am Prübeln. Ja, das ist schön, das stimmt. Guck ja, dass du die Fratze draufkriegst. So. Könnt ihr nicht mal die Landschaft genießen oder sowas? Geht aus dem Bär. Lass dich nicht stören, mach ruhig deine Fotos. Ja, mach ich auch. Oh, da ist ein Unfall passiert, Twinkie. Das ist mein Karren, den er gerade wegkriegt. Komm, wir gehen gucken. Oh, ey, das will ich aber weg. Stinkt das hier. Können wir da vorbei? Vielleicht lieber andersrum. Ja, aber das ist weiter weg. Ich weiß. Mit der weißen Jacke. Hallo, hübsche Frau und der Herr. Ich bin ein Kerl. Mhm. Ich glaub's auch selber nicht und ich bin dünn. Ich geb den Käsegut und wenn du das dir merkst, dann ich ein Kerl will. Oh, die Lisa ruft an. Hallo, Lisa. Hi, Peanut. Ihr wolltet hoch zur Barbecue-Lounge, oder nicht? Ja. Okay, ich komm euch jetzt mal mit dem Thoros einsammeln. So ein grüneres, größeres Auto ist das. Wir stehen sogar schon vorne. Alles klar, perfekt. Dann mach ich euch kurz hoch. Okay, bis gleich, Lisa. Bis gleich. Ja, wir sind hier. Was? Oh, kein Problem. Wir gehen jetzt gestützt. Wer ist wo? Na, wir. Ja. Ja, wir sind gerade ein Partner. Aber Lisa ist nicht da. Lisa war am Telefon. Ja, seht ihr, ist auch hier irgendwo im Würfelpark. Nee, die holt ein Auto. Ich muss das fotografieren. Ich muss das fotografieren. Sind hier öfter solche Verkehrsraudis? Mhm. Diese asozialen alle. Bis da. Ciao. Und wir sind teleponiert. Deswegen bin ich mit dem Trophy-Tag hergefahren. Da kann ich einfach rüberfahren. Hä? Da ist die Lisa. Hast du telefoniert? Ja. Komm, wir reiben unsere Sampeilen ineinander. Oh Gott. Oh Weierchen. Das ist mal schön. Oh, ich muss die knuddeln. Komm her. Ach du. Das schmeckt schon wie der Salzig an meinem Hals. Meine kleine Brezel. Ach, mein Fettböckchen. Ja, Sahnschnippchen. Komm her. Das geht. Hola. Guck dir das hier an. Ne, wieso? Ihr kennt euch doch auch schon. Das ist richtig. Ja, siehst du. Trinky. Mir hat gestern so ein Typen Booster gegeben, den halt ich mir auf. Fand sich mal rennen. Das sind jetzt die beiden, die gestern bei uns waren, die du erzählt hast. Oh, guck mal, da liegen Leute. Stimmt. Sympathisch. Okay, ich wollte gerade schon sagen. Warte mal, der ist doch frech, ne? Der war doch gerade frech hier, oder? Wehe. Wehe. Der war doch frech. Trinky, halt mich mal fest. Komm mal her. Halt mich fest. Hältst du mich fest? Ich halte dich fest. Wehe. Oha, Bruder. Was ist los mit dir? Oha, Bruder. Das hast du nun auf dich. Runter. 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 Oh, was ist denn das? Nein. Du frechst auch, du Assozialen, du haste nun davon. Dein niemals frechste Peanut'n Twinkie. Lass es dir schmecken, Bonkopf. Danke, dass du mich festgehalten hast. Hey, dafür bin ich da, ne? Syria, die kommt auch zur Barbecue-Lort. Wer? Syria heißt sie. Deine Freundin? Ja. Okay, dann können wir da oben essen. Apropos essen. Willst du'n gut Donut hier? Oh, du bist ein Schatz. Wollt ihr hoch? Oui. Wollt ihr hoch? Ja. Ja, gern. Klar. Ich glaube, wir bekommen gleich eine Fratze gehauen. Warum? Was habt ihr angestellt? Ich hab den Bonkopf dahin angepupst. Du hast den Angepupst? Ii. Mhm. Der war asozial zu uns. Aber das ist nicht nett. Das ist ziemlich eklig. Oh, das ist der Schlempfine. Wem gehört denn das wunderschöne Auto hier? Ja, ich komm schon, junge Dame. Achso. Wir haben gar kein Auto. Hallo. Welches meinst du, das grüne? Das hier, ja. Ja, ich fahr jetzt direkt weg. Ich wollte nur die beiden einsammeln. Hallo. Tag. Lass dich mal umarm. Komm, komm her. Dankeschön. Ich muss weiter, weil ich stehe nicht auf so Dürre. Ja, nö, alles gut. Denk dran auf die andere Seite, ne? Das ist aber diesmal ein Auto für uns. Ich glaube, ich hab die gebrochen, die Schlempfine. Oh, hier ist nix am quetschen. Nee, das dachte ich mehr. Das ist ein geräumiger Wagen. Ich hab extra ein größeres Auto mitgenommen. Das ist echt angenehm hier, ne? Ja. Twinkie, du machst dir die Fotos, wenn wir was sehen, okay? Ja, du hast mich. Dann fahren wir mal hoch zur Barbecue-Lounge. Oh ja, ich hab's rum. Jetzt sind diese Asozialen am Fastfood gewesen und an unserem Kuchenladen, die verfolgen uns. Was war mit den Asozialen? Ja, die verfolgen uns. Gestern waren die da bei diesen Burger-Laden und heute sind die an dem Kuchenladen. Die verfolgen euch? Ja. Überall sind die. Ich glaub, die haben ein Fernglas. Meinst du, da können die so krass um die Ecken gucken? Meinst du, ein Fernglas? So, ein Fernglas brauch ich auch. Meinst du, die Verratung ist, wo das hier herkommt? Was denn? Oh nein, bitte nicht. Bitte nicht. Was passiert hier? Twinkie? Ich glaub, wir haben... Ja. Wie? Hallo? Hi. Was passiert hier? Ich glaub, ich hab die Zucker-Schock. Hilfe! So helft mir doch, Twinkie. Lisa? Was ist mit dir selber los? Ich muss jetzt zum Barbecue los. Ist das selber abgeschmiert, oder was? Aber die Leute sind nach Ingame. Der ganze Teamspeak ist abgeschmiert, Alter. Wo ist der Texas? Wir gehen in den Ergang. Scheiße, der ist nicht im Streamer-Channel. Was ist, was, was, Masahiro, was? Es ist nur Gein. Es ist nur Gein. Warum musst du dich schuldig sein? Warum musst du dich schuldig sein? Oh. Oops. Okay. Okay. Ja, müssen wir kurz warten. Aber da sind voll viele noch im Ingame-Channel. Test, Test. Aber der ganze Teams... Hä? Stewie, Dankeschön für den Prime-Sub im Sechsten. Und Ghost Cabo, Dank für den Prime und herzlich willkommen. Und Kokainchen, Dankeschön für den Wies am 24. Tagsam, zwei Jahre Okulu. Dankeschön. Und Emekes, Dank für den... Gifted an Day-Night. Und Juri, Dankeschön für den Gifted an Slava. Oh, jetzt mal eine Pause. Warte mal, wurde sich jetzt beschwert, weil ich im Stadtpark stand? Oder verstehe ich hier gerade was falsch? Boah, mir ist echt warm. Hallo, Jonas. Und Jurassic Five, Dankeschön für den Prime-25. Und The Vasco, Dankeschön für den Recep in vierten Stufe 3. Sogar vielen lieben Dank. Und Dark Edge, danke für den Prime-Elfen. Tachtsamer. Nee, weil der Junkie-Park auch auf einmal da ist. Ja, da ist halt der Kuchenladen neu, ne? Ist klar, dass die Leute dann da sind, wenn man was Neues gibt. War aber nur Spaß, als ich gesagt habe, die verfolgen uns. Aber ich habe ja so nichts mit denen zu tun. Ich mag die ja nicht. Das sind in meinen Augen asoziale. Mach das nicht. Ach stimmt, ich könnte die Türe mal aufmachen. Was ist echt da denn hier oben? Oder das kommt vom Lachen? Wissen die, wer du bist? Ja, OC wissen die, das aber nicht in MIP, nein. Die haben mich auch gestern beleidigt und so. Och nö, Bagheera, nicht jetzt. Komm. Hier. Hier. Komm, Bagheera, runter hier. Ja, super. Das meinte ich nämlich. Wunder. Dummkopf. Kannst du mich grüßen? Warum? Ja, ich grüße dich. Max, wer? Einen Sack Zwiebeln. Gibt Zehner. Die hat schon genug heute bekommen. Also, Server ist noch nicht da. Es sind 14 Leute da, ist. Machst du eigentlich noch was anderes neben dem Stream? Nö. Gut aussehen. Ich finde es toll, wenn der Würfelpack eigentlich wieder belebter ist. Leider wurde der vor Weihnachtsszimmer kaum beachtet. Das stimmt allerdings. Aber ich finde auch diesen Kuchenlern richtig neister. Ich bin allgemein für die Förderung auch kleiner Läden und allgemein, vor allem Freizeitaktivitäten. Wir haben uns damals auf GTA Live ja darüber lustig gemacht mit dieser Tauchschule und so. Aber hey, voll geile Idee. Warum nicht in die Tauchausrüstung mieten gehen und tauchen gehen? Es muss mehr für die Zivilisten auch kommen an Freizeitaktivitäten. Ganz egal was. Ausrufezeichen Playlists. Ich glaube, die müssen da drin sein. Tauchschule und Fallschirmspringen. Ja, Mann. Fallschirmspringen auch. Oh, oh, ich hoffe, dass der Server mehr wiederkommt. Mehr Spots schaffen ist immer gut. Und ja, Spots, wo man hingehen kann. Aber am besten Hotspots nur ein paar. So ein, zwei. So weit wie den Park. Kann es sein, dass du auch mal Mäuse über den Weg läufst? Ne, Mäuse ist auf einem anderen Server, Ugo. Wo spielt denn der? Ich weiß das gar nicht mehr. Ich glaube, der spielt auf einem 5M Server oder so. Ach, da waren fahren. Wäre auch geil, ja. Kostet ein Ticket, 50 Dollar kannst du dich reinsetzen. Allgemein der ganze Pier, ne? Man muss halt quasi wie so Pen and Papers aufbauen. Du hast so einen Questgeber, der dir vorgibt. Dass du nur noch MAP sagen musst, okay, was machen wir heute? Ach, komm, lass doch mal auf den Rummel gehen, auf Kirmes. Oder hey, komm, wir machen mal Adrenalin-Kickholt. Wir gehen mit Fallschirmspringen. Oder wir machen das. Oder wir gehen tauchen. Blablabla. Solche Aktionen halt. Das ist halt richtig sexy. Ich muss dir sagen, Peanut ist einer deiner besten Rollen. Ich lache mich seit zwei Tagen ununterbrochen. Schlapp, echt cooler Char. Dankeschön. Ich habe noch so ein paar Charakterzüge von Curtis, aber die verschwinden mit der Zeit, wie bei Cody damals. Das ist echt schwer, da rauszukommen. Paintball wäre auch geil. Das stimmt. So ein Bereich, wo du quasi, ja okay, das kann aber auch abused werden. Wenn du dich da hochhalst oder so, dann gehen die Leute dahin, anstatt ins Krankenhaus. Das knallt sich da kurz um, sind wieder vorgehalten und so. Taser-Tag zum Beispiel. Da hat man zwei verschiedene Taser reinbringt. Den einen nimmt man einfach so, den einen benimmt man einfach um. Das Item. Taser-Tag ist auch gut für die Polizei, ne? Damit die den Umgang mit der Pistole lernen. Und diese Hitbox von Rage MP und so lernen. Das ist keine verkehrte Idee. Moppy, danke für die Wieser im vierten. Und Kussi, danke schön für die Wieser auch im vierten. Kussi. Also, Server ist immer noch platt. Taser-Tag ist echt keine schlechte Idee. Die Lisa ist auch eine Liebe, wie die euch daran durch die Stadt fährt. Ich glaube, die freut sich gerade auch über was Neues im RP. Ich fand das auch ziemlich nett, dass die sich gestern fünf Stunden lang Zeit genommen hat, um uns alles zu zeigen. Aber so bauen sich halt Freundschaften auf, ne? Wie mit Markus und so. Das ist echt mal richtig schön mit, so die zivile Seite von Unity kennenzulernen. Kann man sich als Charakter toll entwickeln. Erkörtest du in der Stunde, bekommst du wieder mein Geld. Geil! Ja! Bern, Markle, Mädchen. Sicher für diesen Monat im nächsten. Muss ich gleich fangen gehen, Lucky? Jemand, der Extremsport anbietet, wie von Mount Schillard mit Bike fahren oder Motorboot fahren an diesem Rafling-Fluss. Und das würde jetzt alles schon gehen, denke ich. Das geht doch. Für viele Features brauchst du nicht mal ein krasses Konzept. Ich würde dann aber nicht alles auf ein Unternehmen machen, sondern... Also wenn man Unternehmen im FP bespielt, von anderen Leuten ist das nice, aber es sollte auch diese NPC-Variante oder unsichtbare Variante von NPCs auch geben. Dass man nicht immer auf andere Leute angewiesen ist. Weil das bringt einem nichts, wenn zum Beispiel da jemand ist, der dir Tickets für eine Achterbahn verkauft, der ist aber nur eine Stunde irgendwann am Tag da. Und alle drei Tage nur. Das sollte man zum Beispiel immer machen können, wann immer man Bock hat. Peanut bleibt für immer. Peanut ist immer im Herzen drin. Ja, Schattenwolf, das hatten wir schon vorhin als Thema und gestern auch. Ja, Tapout, genau. Boah, weißt du noch? Boah, das ist ja was. Ich guck mal in den Discord. Was ist mit dem Starten? Architekten-Pommes. Boah. Juri, soll ich das Bild mal posten? Boah, Bude, das sieht richtig geil aus an den Fenstern, ne? Hab ich doch gesagt, Mann, das sieht gut aus. Boah, ich hab doch gesagt, das sieht mega fresh aus an dem Fenstern, das Logo. Alter. Wollt ihr mal Codys sehen? Aber ich kann, ja. Muss ich selber hochladen. Moment. Moment. Oh mein Gott, das sieht so gut aus. Ja, das geht irgendwie nicht. Ich hab neu hochgeladen. Oh mein Gott, das sieht so gut aus. Mit dem Logo an den Fensterscheiben, so wie bei einem McDonald's. Alter Schwede. Oh mein Gott, das sieht so gut aus. Ja, das ist halt, was der Juri macht, ist halt eine andere Hausnummer, ne? Das ist nicht einfach mappen und ein paar Objekte reinstellen. Juri baut einfach ganze Häuser aus. Und teilweise sogar eigene 3D-Objekte und so. Die Kasse zum Beispiel, die bei Codys drin ist. Ich denk mal, die hat ja schon gesehen, ne? Weil du hast das ja auch gestreamt, Juri. Das ist einfach wie eine McDonald's-Kasse. So, war halt einfach gut. Ich mach nur random Lapschip. Erzähl nicht, Junge, du bist der Beste in der Szene. Unity kann sich glücklich schätzen, dass du an diesem Projekt hier teilnimmst und hier mitmachst. Real Talk. Wie geht's denn, das ist eigentlich? Die müssen im Chat sein, aber da geht's wieder besser. Wurde der Turm eigentlich auch gemacht? Ich glaub, der Turm, da kommt noch Cody drin. Ich bin mir nicht sicher. Das ist halt Cody seine Sache, wie er sich da, wie er das möchte dann, ne? Achso, ich wollte ja im Discord gucken, fuck. Ne, die haben nix geschrieben. Allgemein. Hallo, ich war Kuchen am Essen. Im EP. Wer ersetzt mir den? Musst du dir Haare halten? Das hat mein Schwager gemacht. Kannst du den Link nochmal reinschicken? Hallo, Demba. Nefilim, Dankeschön für den Prime Zweiten. Chat, ich weiß nicht, wann es weitergeht. Aber wie können zwei Leute noch auf dem Server sein, wenn der ganze Server abgeschmiert ist? Ja, die Halle sieht auch richtig gut aus. Und zum Junkie-Park-RP, was ich mitbekommen hab. BT und Jack waren gestern bei allen Gangs unterwegs. Also überall. Auch beim Muffian-Or, so beim Kiez und so. Und wir benutzen die Halle mit dem Boxring für alle im EP, ne? Also wir werden da so richtig MMA-Fights veranstalten. Mit Champion-Titel und so'n Scheiß. Also Curtis-RP, Junkie-Park-RP ist da dann. Mit Preisgeldern und so'n Quatsch. Für den Server, für die Southside und so. Ja, ja, so ne richtige Liga machen wir. Jack macht da so ne richtige Tabelle. Wir lassen alle daran teilhaben. Wir sind ja momentan eh dabei, die ganze Southside irgendwie auszubauen und da Geschäfte hinzubringen, so damit das alles belebter wird. Oder wecken auch manchmal bei anderen EP-Charactern Ideen, dass die sich auch mal trauen, irgendwas zu bespielen und so. Hinter uns gibt's auch ne Motorrad-Werkstatt, da hab ich mitbekommen, dass, glaub ich, die Ex-Lost-Member da ihr, äh, ne Motorrad-Werkstatt aufmachen. Das heißt, an der Ecke ist noch mal mehr. Ich mein, die müssen zwar Schutzgeld zahlen, aber... Aber ist gut. Ich glaub auch, der hat die Büchse, das er machen will. Aber sein so, find ich gut. Schreib mal den Teil. Was geht ab, Schoko? Multimillionenviertel, ja. Wir hatten ja die Idee mit der Villa, aber warum nicht einfach den Junkie-Pack ausbauen und da Sachen veranstalten. Ich denke auch, dass diese Penner-Zeite irgendwann auch wieder wegkommen und das hübscher gemacht wird. Weil passt, passt gut. Yo, Leute, dankeschön für den Gifted am Demba. Demba, sag Dankeschön. Erst mal den Sheriff anrufen, fragen, wenn es weitergeht. Servus an. Ich seh noch keinen Connecten. Habiwub. Heiß drauf. Okay, ich versuch. Dankeschön für diese Meta-Information. Klappe. I try, I try. Great Dancer, dankeschön für den Point, 14. Aber Ty ist wieder zu arrogant zu antworten. Immer das Gleiche mit dem. Ist keiner drauf, ist noch down. Warum lügen die mich an? Der ist nur noch nicht disconnected. Der ist super. Lüge. Wer hat das geschrieben? Wer hat das geschrieben? Ich gucke jetzt, wer hat geschrieben, ne? Enrico. Enrico, muss ich Clown-Emote spam? Du ollen Lügner. Ich will hier jetzt ein ausführliches Statement. Für dich hab ich meine Musik unterbrochen. Kinsey, Dankeschön für den Prime-Science-Anzeige. Könntest du gehab in der Zeit, wo du so down bist? Frechheit, so was. Müssen wir eben wechseln. Sonst gibt das Ärger. Hallo Basti, beruhigen Sie sich bitte. Und Demba, du bedank dich. Für den Zap. Für den Zap. Für den Zap. DaVinci-Link-Post für Promo sollen wir machen? Wo ist denn der DaVinci? Man hat immer auf den DaVinci-Videos hat man immer so drei, vier Dislikes, ne? Würde mich mal interessieren, wer das ist. Hier, falls wer noch nicht gesehen hat, die Anfänge von Peanut, Twinkie und Winnie. Braucht er nicht gucken. Habt ihr gestern live gesehen. Könnt ihr aber einen Daumen hochlassen, wenn ihr nett seid. Hat der Peanut mal ein Bild von den Lynchys, die so, naja, in der Familie und so? Naja, hab ich nicht. Ich fand die, die aber lustig. Das ist mir spontan eingefallen. Alter. Erstmal Werbung überspringen. Jess gönnt wieder nicht dem DaVinci aus seinem Schokoladenpool. Hab gehört, der eine Dislake ist immer dämmer. Ich glaube auch. Ja, Shad, wenn er wollt, könnt ihr Tinkerpettchen nehmen. Jonas, was haben sie denn für ein Problem? Hören sie uns alle nicht? Ohne Witz, wenn wir nach sowas kommen, weiß ich nicht, aber mega geil. Ich bin einfach, äh, ja, ich bin einfach so. Komm, wir gehen mal den Edel besuchen. Hallo, kann man mit euch reden hier? Ich bin im Stream, ne? Edel, ich hab gehört, du zockst auf einem englischen 5M-Server. Ja, du bist ja, Mad Season ist ja in Amerika, ne? Du wohnst ja in Amerika, ne? Und wie ist der Unterschied zwischen Deutsch-Mapé und Englisch-Nedel? Ah, das ist nicht so wie NoPix oder so? Keine Werbung. Bitte keine Werbung machen, Dankeschön. Also kannst du das nicht vergleichen mit Deutsch-Mapé? Weil ihr noch kein NAPé da gefunden habt? Und wie machst du das, Mad Season? Bist du dann der Übersetzer für ein Edel? Oder Edel, sprichst du Englisch? Sprichst du Englisch? Aber das funktioniert ja bestimmt, ne? So dieses Englisch so, dieses deutsche Englisch. Die lachen sich bestimmt kaputt, aber... Ja, eben. Edel, sag mal auf Englisch, mein Name ist Edel. Ja, doch, das klingt gut. Do you do? Auf NoPixel bei Coil sogar sehr gern gesehen, so was. Ja, aber du bist ja da in der Warteschlange drin, Auf NoPixel, wenn du jetzt nicht übelster Streamer bist, Alter. Naja, aber das ist ja eine Investition, sag ich mal, ne? Wenn du Streamer bist und auf NoPixel kommst und du spielst echt gutes RP, so du wirst das so schnell entdeckt, Alter. Das ist geisteskrank bestimmt. Johnny Silverhand, naja, ich weiß, you got cyberpunk, ich guck die Videos nochmal. Der beste, der beste auf NoPixel in meinen Augen ist Pokeloid, seit der, dieser, der Typ mit dem Handtuch auf der Schulter immer. Der, der, der hat Dings gelernt, der hat BMX-Fallen gelernt in dem Spiel, so denke ich, Junge, der ist einfach, der ist der Beste. Ja, so da poppen und so geht er auch ab, ne? Und hier diese Adios Dings damals, das Arma 3 noch von NoPixel, der Taxi, ne, der ist absolut, das ist Müll, absoluter Trash, tut mir leid. Den hab ich aber zugeguckt, der fährt mit 300 km gegen anderes Auto, fährt einfach weiter und so ne Kacke. bei dem siehst du aber, der spielt ja, glaube ich, zum ersten Mal-RP. Bei dem siehst du aber auch diese Lernkurve. Greek God zum Beispiel wurde ja gebannt wegen Harassment gegenüber Frauen und so. Weil der hat ja die ganze Zeit richtig reingekickt bei denen. Also so heißt das bei uns in der deutschen Szene. Reinkicken. Also richtig sexistisch und so. Und dann war da noch so ein anderer, ich glaube aus England, so ein Streamer. Weiß nicht mehr, wie der heißt. Der wurde permanent Wecker und der hat auch keine Chance mehr, wieder drauf zu kommen. Der hat auch dann übelst abgerantet in seinem Stream und so. Weil der hat auch die ganze Zeit irgendwelche Frauen belästigt und so. Ganz komisch. Ja, ja, klar. Aber jeder Charakter, den du, also fast jeder, den du da siehst, so diese ganze Chang-Gang und alles, was es da gibt, bei jedem Charakter hast du fast das Gefühl, so was richtig einzigartiges. Und das sind quasi alles so richtige Questgeber, so RP-Maker. Das hast du in der deutschen Szene nicht so oft. Da gibt es dann vielleicht ein OG oder so von der Gang. Die kümmern sich dann um das RP so der ganzen Gruppierung, aber da macht jeder für sich selber. Auch für die anderen. Allein dieses Burger-Shot bei so der Poppin und so, das ist einfach nur absolut Killer. Ja, ach man, die machen, die spielen auch so mit MPCs und so, weißt du, was ich meine? Die rennen da hin, ja, ja, die gehen da auch jagen und ganz, ganz alleine so. Das könntest du in der deutschen Szene gar nicht machen, so über die Straße laufen. Nee, 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 nee. Nee, du kannst mittlerweile bis zu 400 sogar, aber ohne MPCs dann. 124 Max-Spieler mit MPCs und alles, was danach kommt, ohne MPCs. Also ohne künstliche Intelligenz, ne? Nee, 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 das müssen die selber umstellen. Ja, dann, die haben auch nur, glaube ich, 124 Slots. Ja, aber da sind dann keine MPCs. Auch? Dann ist der aber sehr unperformant wahrscheinlich, ne? Ja. 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 Ja, einfach über die GTA-In-Gaming. Angelehnt, hat ganz das Skript von dem, wird geleakt. Das wird eins zu eins kopiert. Ja, ja, inspiriert. Das ist nochmal, um es zu verifizieren. Ja, dann gehen wir auf deutsche 5M-Server, die ohne Whitelast sind. Da kommt dir der elfjährige Mehmet entgegen, der sagt, ja, Salome, ich bin von Remmo. Und dann fickt er dich mit Minigun. Das ist wirklich so. Ja, aber die benehmen sich trotzdem erwachsener als zum Beispiel in Deutschland. Oh, MLO bestimmt geklaut von Juri. Ja, es ist... Die Amis sind da, oder englischsprachigen Erfehler sind da auf einem ganz anderen Level, Alter. Gibt doch viele gute, Deutsche. Der Server geht übrigens immer noch nicht jetzt an meinen Shit gerichtet. Das ist immer nur... Ey, komplett abgestützt alles. Big Peanut? Gefällt euch nicht? Das ist meine Version von Ich spiel mich selber. Hallo, warum... Warum sagst du Dicken, Edel? Das ist ein kräftiger Bursche. Das ist nicht schlimm. Du bist so hübsch, wie du bist. Boah, Big Peanut auf No Pixel mit Englisch, Alter. Also, mir wurde mal gesagt von einem guten Freund, den ich kenne, dass er, sagt, ziemlich krasse Connections hat, ne? Also, so richtig, richtig krasse Connections. Und dass er jemanden da drauf bringen könnte. Leute, gehört das auf No Pixel oder was? Mit Englisch? Mit Edel zusammen? Po, junge Bruder. Ich glaube, wir werden da alles weist einander nehmen. Ich glaube, ich würde den ganzen Server wegbrettern. Die können ja gar nichts, Alter. Ich würde da einfach rüberrennen. Ich würde die alle wegpumpen. Ja, ja, klar. Ich finde das aber schade, dass die deutsche Szene das nicht so adaptiert, ne? Man sieht, es ist auf 5M auch möglich, einen krassen Server hinzustellen mit gutem IP. Warum das keiner... Okay, Nifty Life hatte damals versucht, falls sich das was sagt. Edel bestimmt, ne? Von Memo. Nifty Life hatte damals versucht, hat da aber immer Schwierigkeiten, leider. Ist eine andere Plattform, ne? Du musst dir vorstellen, 5M ist quasi so ein geklautes GTA Online. Und als Mod dann gemacht. Und Rage MP und so basiert alles auf was Eigenes, auf einem eigenen Mod. Mit eigenem Sync und so. Ohne NPCs halt. Ja, ja, ohne NPCs. Und dann gibt's noch alt wie... Unter Rage MP zum Beispiel sind nicht mal alle Sachen gesinkt. Wenn ich hier mit einem Fahrrad fahre auf dem Server, auf allen Server, die unter Rage laufen, außer bei der 1.1er-Version von Rage MP, und dann irgendwie ein Salto mache oder so, sehen die anderen bei mir das, als würde ich in der Luft rumfliegen so und vom Fahrrad fallen. Auch die Kämpfe, wenn du dich prügelst und so, das ist alles nicht gesinkt. Das sieht auf deinem Klienten anders als wie auf dem gegenüber da. Meistens sind die aus einem anderen Spiel rauskopiert, ne? So, aber ich hau wieder ab. Danke für das Gespräch. Ich geh wieder rein AP hin. Tschüss! Kurz einen Einblick in die englische AP-Szene gesehen. Mucke aus, da war es wieder da. Da hat der Bericht. Ab geht die Fahrt. Aber ich würde auf NoPixel nicht überleben, glaube ich. Ich verstehe zwar Englisch, wenn ich das lese, aber nicht, wenn man so mit mir spricht. Nicht so deutlich wie andere. Ich könnte die Story gar nicht verfolgen, was die mir da erzählen. Ich glaube nicht, Juri. Ja, die meisten Autos sind gerippt. Auch die Klamotten-Mods und so, da hat das meiste aus Sims und so rauskopiert. Vor allem für die Frauen. Hansi, danke für den Prime noch im achten. Und Tenquat, danke für den Prime im siebten. Hi. Und Diolo, danke für Luis im fünften. Da kommst du so schnell rein mit dem Englisch. Das ist Gideb. Ha, die Kabutscha. Boah, Juri, da müsste ich mich aber einer in die Hand nehmen. Da müsste ich mit einem zusammenzocken. Sonst würde ich nur wie blöd da rumstehen, ehrlich. Aber ich glaube echt, wenn du da so einen Monat, zwei zockst, Mann, dann bist du da einfach drin, in der Pommes. Ich könnte Koop mal anhören. Juri. Ah, du kannst ja Englisch, ne? Du kannst ja sogar gut Englisch. Kurt ist der deutsche Tourist. Ich habe keinen Einlog-Screen. Ich glaube, es scheint noch gar nicht, oder wir müssen ein bisschen warten. Du hast zu lange gebraucht, um mich einzuloggen. Ja, Bruder, wenn ich keinen Einlog... Du bist schlau, Server, ehrlich. What the ficky. Ich meinte auch vorhin, Daniel Lucky. Daniel hatte mir das mal angeboten, hat gesagt, wenn ich auf NoPixel spielen will, so soll ich Bescheid sagen. Der ist da auch ziemlich dicke mit irgendwelchen Devs oder so. Sag mal, Kurt, ist das Dev bei dem Sub-Sound? Ne, das ist dieser Minecraft-Villager. Oder wie der heißt. Das habe ich reingemacht, weil Danjo das immer macht, so. Grain, danke schon für die Wiese auf dem Sechsten. Aber Rewive Gangwas ist wieder da, ne? Jess, habe ich gesehen. Ja, ja, die sind alle connected, Lucky. Wundert mich eigentlich, dass Daniel nicht mal auf NoPixel vorbeischaut. Und bei Daniel und der P ist auch immer so eine Sache. Also, ich glaube, der Sub. Der macht geh nichts Neues, Junge. Das ist das alte Framework von Rewive. Außerdem macht der alle drei Tage was Neues, der Devgrip. Erst macht der Zombie-Server, dann RP-Server, dann wieder dat, dann wieder dat. Coil ist der Chef von NoPixel, soweit ich weiß, ja. Oh. Ich habe meinen Hammersteilhut falsch gelegt. Wie ist was schief? Was? Kai, Uwe, Uwe, Kai. Bruder, ich kann mich nicht einloggen. Ich habe einfach keinen Einlog-Button. Alter. Nee, ich hatte den Einlog-Button kurz und dann ist er verschwunden. Mit der Nachricht, da ist etwas schiefgelaufen. Na ja, der Server ist gerade unterlasst. Roman! Da waren noch Zeiten. Da haben die Devs noch getrichtert. Das Problem ist jetzt auch, wir stehen mitten auf dem Highway gleich, ne? Ja. Jetzt noch nicht erst, wenn ich ein Dings bin. Ich kriege keinen Lock-In-Screen. Wir sind kein Stream dafür drüben. Nee. Der arme Kehl hat schon genug zu tun. Ah, jetzt. Guten Abend, Mr. Jan-Rux. Raus, hier, TK. Du bist ein Ärgerer. Hallo, Ursaft. Test, 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 test auszusehen. Ach du heilige Scheiße, was mir passiert. Mein Auto ist weg. Wie? Wird hier irgendwo mein Auto? Direkt da bei der Abfahrt beim Casino. Ich glaube, das wird geklaut. Oh nein. Mein Tor raus. Scheiße. Genau. Okay, das Schlimmste, was ihrem Auto passieren kann, ist, glaube ich, dass es leergeräumt wird, Materialien lassen sich ersetzen und man fährt jetzt gleich wieder. Das ist noch halb so schlimm. Es geht um das Auto. Ja, ganz ehrlich, wenn der Tank übergefahren ist, dann kommt er spätestens noch drei Tage zu Ali oder so. Der hat das ja jeden Tag bekommen. Du bist hier überfahren worden und machst Sorgen um dein Auto. Ja, ich glaube es auch. Arzt ist verständigt. Okay. Pass auf, wo warst du zuletzt mit deinem Auto? Von wo bist du gekommen? Ja, und dir mein Speckschnüchen. Ein grüner Toros. Mit quietschgrünen Spiegeln. Na, der hab ich jetzt noch gesehen. Toll, das war's wohl mit der Barbecue-Lunch. Okay. Ey, und wir haben nicht mal ein Auto. Als ob wir jetzt laufen müssen, oder? Nö, wir rufen nur ein Taxi. Bist du... Ja, oder so. Tschuldigung. Zieh ihn weg, offene Nase. Zieh ihn weg. Das wird richtig, jawohl. Oh, wie war das? Oh, 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 oh. Ey. Oh, 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 oh. Ähm. Ähm. Das steht da oben ja da hinten irgendwo. Wichtig, ich dachte, das dachte mir nämlich auch gerade. Oh, oh, oh. Oh, der riecht ja nicht. Ich bin aber im Ferkel. Boah, das hört ja gar nicht mehr auf. Da war noch ein ganz leiser hinterher, der war gesilenced. Dann hätte ich nicht. Ich bin Splinter Cell. Hätte noch in den Tag reingepasst. Und beschwert sich, dass ich mich nur um mein Auto kümmer. Ist die da nicht verletzt? Gehalten Sie nur ein Gespräch, damit Sie nicht so unmächtig werden? Weil die ist so viel. Hast du dich verschluckt? Boah, hör mal Kuchen, ein bisschen Stuckrümel in der Lunge. Dann musst du was trinken. Ich hab dich drin gesessen. Eieiei. Sie wissen ja, wie das ist. Haben wir schon Rettungszahn gerufen? Hoffentlich. Ich würde ja tatsache über die Kuchen, aber ich bin nur ein Psychologe. Ich glaube, ich habe den Markus gerufen. Ja, aber irgendwie sind meine Kontakte alle weg. Markus geht nicht am Telefon. Also Kollegen sind nur direkt dran. Ich komme mal ein Stück rüber. Wir halten ein bisschen Händchen, okay? Ja, nein. Ich habe irgendwie das doofe Gefühl, dass die Rettungswege momentan viel Beschäftigung haben. Hat sie schon Fotos gemacht von dem Unfall, oder? Oh, stimmt. Willst du dich da zustellen, dann mache ich noch eins. Okay. Und ihr beiden kennt euch, ja? Ja, ähm... Sammy und ich... Jetzt ist es so weit. Ja. Ach, Cheeseburger. Cheeseburger. Oh, Emma, du bist schaulost. War ich gut drauf zu sehen? Ja. Also deine Nase. Wie meine Nase? Ja, so ein bisschen dein Gesicht sieht man. Falls wir es heute schaffen zu Barbecue-Lunch, kannst du meine Haare dann eincremen mit Fett? Natürlich. Natürlich. Wir müssen wieder salchglänzend sein. Ach, küsse mich mit deinem Barbecue-Lipfen. Ja, Lipp rum, ja. Oh, ich mache den Bereichs-Tasten. Bist du am Schielen? Warum? Komm her. Gib Big Papa ein bisschen Liebe. Geiles Sound. Hör auf, ich werde nur wüsst. Oh mein Mann. Das Land mit hat er um. Das Land mitgekommen. Oh, 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 oh. Ja, ja. Scheiße. Oh, oh, oh. Oh, ne. Du musst mich hinsetzen, damit er trocknet. Das wird auch mit dem Herrn besuchen. Sonst sehen alle in Hose. Ich hoffe, ich wollte euch nicht bitte dir helfen. Ja, auf jeden Fall. Warte, komm mal mit. Ich hab noch einen Ersatzschlüpfer. Okay. Nicht so schnell. Moin. Ich will viel gute Besserung. Nicht so schnell. Ich glaube, am besten klettern wir hier rüber schnell. Bist du verrückt? Puh, K... Das ist schon ziemlich hoch, ne? Mhm. Das erinnert mich ein bisschen in den Jurassic Park, wo der T-Rex gefüttert wird. Ein bisschen Zaun. Einfach rüberrollen, okay? Einfach rüberrollen, okay? Das klang richtig gut. Kannst du mich rüberziehen? Ja, komm. Ja, dann setz dich mal hin. Gib mal den Zyper. Ja, okay, hier. Guck, dass keiner guckt, okay? Ja. Ich zieh den jetzt aus. Bitte nicht gucken. Der Peanut wechselt sich das Hötchen. Ich kann es nicht sagen. Oh, bist du doof? Ja, warte mal, wenn ich die noch anhab... Kann ich wenigstens den Po sauber machen. Die müssen... Ja, die müssen wir wegschmeißen. Hör auf, mir deinen Bauch ins Gesicht zu hauen. Warte. Heb mal mein Bein hoch. Ich komm da nicht durchs Ding. Boah, durchs Hosenbein. Geht am besten mal auf die rechte Spur. Ja, ja. Hilf mal. Genau. Binan, bist du fertig? Ihr braucht ein bisschen. Moment. Ich weck dir gerade die Hose. Oh, cool. Eil dich bitte. Zieh hoch. Zieh. Zieh. Ja. Oh, Null. Ich kann da nichts hören. Das wieder. So. So. Hucka-Doo. Ja. Wie sieht's bei euch aus? Warte noch Hilfe. Ja, ich musste meine Unterboxen wechseln. Möchten die Unterboxen helfen? Ja. Ich hab konisches Pupsen. Was ist mit der Dame los? Ja, die ist außer Atem. Die musste klettern. Ja, ja. Die... Ich... Oh. 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 Vorsichtig. Oh nein, wie kommen wir denn jetzt wieder hoch? Oh. Geknickt. Oh nein. Das wär wie damals. Ja, als wir uns kennengelernt haben. Ja. Ich finde, dass die Sterne aussehen wie Donuts. Ja. Oh. Jetzt ein Donut, oder? Oh. Jetzt ein Schnitzel. Oh. 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 Das Leben ist gut, Twinkie. Das Leben ist gut. Du sagst es. Es hat gut gemeint mit uns. Erst sind wir im Bauernhof Journal. Drei Tickets nach Los Santos. Ja. Jetzt haben wir neue Freunde. Hier gibt's super duper Essen. Und aber auch asoziale Menschen. Ja. Wir haben viele Fotos gemacht. Aber wir sehen alles, was wir sehen wollten, oder? Ja. Vor allem das Innere von der McDonalds Tüte. Ja. Würde mir gerne auf den Bauch hauen und Mahlzeit rufen. Kriegst du keinen Luft mehr? Geht's dir gut? Oder willst du wieder versuchen, um aufzustehen? Wo ist dein Bruder eigentlich? Ja, das ist eine gute Frage. Ich hab versucht, den zu erreichen, aber... Der war nicht mehr im Zimmer. Du kennst ihn ja. Manchmal ist der gern für sich, ne? Vor allem, wenn der wieder Staub saugt. Jetzt hab ich wieder Bilder im Kopf. Ich glaub, der hat sich letztens, als sie noch zu Hause waren, hat der sich so bei Amazonas so Kunstaugen bestellt. Und die hat der auf den Staubsauger drauf geklebt. Und der hat auch das Rohr vom Staubsauger hat, der hat geschminkt. Die Drecksaule, Winnie. Von der ganze Freundin. Jawohl. So, ihr beiden. Ja. Ich muss euch jetzt einmal hochheben, beziehungsweise generell, ich hab euch ein Taxi bestellt, so gesehen. Oh, das ist nett, aber wir haben kein Geld. Ihr gehört zu der Dame noch. Oder? Oh, ich hab ein bisschen Geld. Wir gehören zu Lisa, ja. Okay. Und die wird jetzt einmal ins Krankenhaus gebracht, zur Kontrolle. Oh, was hat Lisa? Ja, auf der rechten Seite wurde es halt vom Fahrzeug getroffen. Deswegen wissen wir jetzt nicht genau, was da ist, aber halt zur Kontrolle nochmal röntgen und so. Dass da jetzt nichts Schlimmeres ist. Gute Besserung, Lisa. Gute Besserung. Rest in Peace. Ja, äh, ist... Taxi von uns, so gesehen. Wir laufen einfach. Das glaubst du nicht. Wir bleiben auf der rechten Spur, dann überholt uns keiner. Oh nein. Entschuldigung. Ja, ist doch gut. Ich brauch auf jeden Fall was dagegen. Mein Bauch. Können wir gerne auch mal ein Krankenhaus gucken? Da komm ich später mal vorbei. Das ist heute besonders schlimm. Ja, bei mir juckt es auch in der Kimme. Könnten sie das auch... Ja, okay. Das liegt an der Victoria's Secret Unterwäsche. Ich hab gesagt, sie passt dir nicht. So, warte ich's tun. Können sie mir aushelfen? Ja. So. Pack dir jetzt mal runter. Ein, zwei, drei. Genau. Oh, die Autodiebin. Sei ja klar, dass du mich suchst. Weil ich hübsch bin. Aber ich bin leider schon verheiratet. Ach, mach nichts. Ich bin auch verheiratet. Ich helfe nur. Eins, zwei, drei. Boah. Boah. Sollen wir mitnehmen zum Krankenhaus. Die gehören zu der Dame bei uns. Ja, wir kommen mit zum Krankenhaus. Alles gut. Kein Ding. Bis leider hin. Sind Sie die Autodiebin? Ja, das ist die Autodiebin. Nein, nein. Das ist meine böse Zündigen-Schwester. Okay. Wer hat mir den da rein? Klar. Ich sitz vorne. Er ist vorne ein bisschen eng. Was? Sind das ein lebender Hotdog? Ja. Ein Hotdog. Also, Sie können gerne auf der anderen Seite neben Ihrer Frau gerne sitzen. Oh, es lebt. Oh, Entschuldigung. Alles gut. Alles gut, ich mache Ihnen die Tür. Alles gut, nur langsam. Probiert langsam. Ich habe Angst. Alles gut, der tut Ihnen nichts. Der tut Ihnen nichts. Der tut Ihnen nichts. Ich habe Angst. Der beißt mich. Ich habe Angst. Lecomio della Costa, wird mein italienischer Freund jetzt sagen. Mir ist ganz schwindelig. Verunfallt. Wann hat jemand den Fettsleck von der Straße heben? Halt die Klappe, du Arschloch. Komm her, du Penner. Ja, ich komme. Ich bin verwirrt. Ich war noch nie auf einer schnellen Straße. Vorsicht. Komm, komm. Ach Mist, schlimm die sich. Alles gut, setzen Sie sich rein. Okay. Ich kann Ihnen gleich noch ein Milchhek geben, wenn Sie möchten. Du sollst dich doch nicht überanstrengen. Bananen, Milchhek noch zu sagen. Den kann dein Herz. Was war das denn? Ich rufe gleich zurück. Du bist ein Anschluck in dem blauen Auto. Entschuldigung. Mach das Fenster runter, Tanki. Ja, warte, Tennessee, ich mach die Fenster auch runter, ja? Besser, Tennessee. Hat einer Käse gegessen? Käse, Nachos und Ketchup mit Zwiebel? Ach, ich war das gegangen. Entschuldigung. Ich rieche es. Ups, I did it again. Hat eine gesunde Vertauchung gekauft. Was raus muss, muss raus, wenn es keine Miete zahlt. Ja. Alles was, was keine Miete zahlt. Oh, ich bin so am Schuzen, ne? Jetzt will ich auf dem Dach stehen. Oh, ich hab hier nur einen Fuß, aber den Knips nicht mal. Nein, oh. Ich hab auf Fenster gewirft, keine Sorge. Mhm. Was hatten Sie davon? Wir können das gleich im Krankenhaus weitermachen. Wir fahren jetzt eben hier rein in die Einfahrt und können das gleich im Krankenhaus weitermachen. Was denn? Oh mein Gott. Gott, die Leute fahren immer. Ja, das sind alles Asoziale. Ja. So. Dankeschön. So, naja, ich mach Ihnen erstmal die Tür vorsichtig auf. So. Bitteschön. So, ganz gern drin weitermachen. Was ist jetzt davon? Dankeschön. Willst du noch ein Mieter haben? Komm, Sie her. Alles gut. Sie riechen gut, sie riechen nach Gärtnussbutter. Ich mag Gärtnussbutter. Okay. Guck mal, Sie kriegen die hier. Ich schwöre, das wäre ich duschen gewesen. Oh, Dankeschön. Oh, Dankeschön. Dann, sonst drin fragen. Wir haben drin hinten noch Patientenduschen. Okay. Sie kommen nicht mit? Nein, ich muss, ich hab leider, ich hab leider einen Termin schon. Tut mir leid. Okay. Ich muss leider nach oben wegen dem Hund. Tschüss. Danke. Danke. Das ist gut, du bist so. Twinkie, warte auf mich. Die hat die ganze Zeit auf deine Hose gestarrt. Die war neidisch. Die sehen ja auch alle an, als würden die mal essen und kotzen, so dünn wie die sind. Ja. Guckst du dir mal an, mit rote Haare an die. Diese Rippchen. Panker. Komm. So, wir sind hier, wir können anfangen. Äh, dann müssen Sie sich einfach bei der Leitstelle melden, wo die gerade ist. Wir sind die neuen Ärzte. Wir sind Schönheitschirurgen. Ja. Ich brauch nur Besteck, dann pflege ich jeden zusammen. Die Dame, haben Sie ein Problem mit mir? Hast du ein Problem? Ich bin keine Dame. Was? Bezeichnen aufs Maul. Äh, sind Sie jetzt? Ich dann geworfen, oder? Nein, da würde ich auch nichts mehr sagen. Sprich mir in unsere Hand. Komm, Twinkie. Wir werden jetzt von denen nur angesprochen. Alle nur. Nein, du sollst, wie schön sind. Und Snackautomat. Außen weht. Ich will zum Snackautomat. Gott. Bitte. Sehr gut. Oh, wieder Schlange stehen, ne? Lecker, lecker. Oh, ho, ho, ho. Du hast den Automaten voll. Oh, ho, 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 ho. Ich will nicht in der Schlange stehen. Äh, äh. Ui, 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 ja. Was gibt's da alles? Davon auch noch. Oh, ho, ho. Wie in den Himmel. Oh, ho, ho, ho. Ah. Hol mir auch was. Hol mir auch was. Ja. Hast du was gezogen? Ja. Ja, 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 ja. Ich hab aber kein Kleingeld. Ein bisschen. Ah. Oh, mein Gott. Und da hab ich auch noch. Was ist denn Kokoswasser? Was? Wie kifft, wenn da schon Wasser drin ist. Oh, Orangensaft. Oh. Oh. Ich kauf Osen. Oh. Oh. Meinst du, der Glastisch hält mich aus? Oh, ho, ho, ho. Lieber nicht. Soll ich's versuchen? Oh, ho, ho. Wenn ich mich aufs Holzding setze, passiert nix. Nee, nee, nee. Nochmal. Kann man Ihnen helfen, oder wollen Sie bloß was essen? Was? Ob man Ihnen helfen kann? Oh, 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 oh. Oh, da kam wieder Land mit. Verdammte Scheiße. Haben Sie vielleicht einen Wechsel-Boxershorts? Was? Sie brauchen einen Windelwechsel. Nein, nicht Windel. Ich brauch eine Boxershorte. Ich hab keine, leider. Nö, wir warten auf unsere Freundin Lisa. Die hat ein Brett oder sowas bekommen. Weiß auch nicht, warum die da einem Krankenhaus geht. Ein Brett? Ja. Okay. Ja, okay, alles klar. Dankeschön. Ja, tschüss. Okay. Ich versuch's einfach. Boah. Es hält mich aus. Es knackst, aber es hält. Wie Eis. Oh, wir werden beobachtet. Vom Schreck. Schreck. Was? Warum haben Sie grüne Haare? Sind Sie Wackelpudding? Kann man es essen? Wackelpudding kenn ich eher rot. Rot? Hast du schon mal was vom Waldmeister gehört? Genau. Oder vom XCM-Meister? Das ist aber nur ein Zusatzstoff. Ist das nur Farbe? Der ganze Waldmeister ist grün, aber... Was machen Sie denn hier? Der Geschmack ist weiß. Ich? Ja. Umstehen. Ach komm. Sie beobachtet nur meine Frau, weil die so schön ist. Sie beobachtet ja alles und jeden. Sie hat Victoria's Secret Unterwäsche an. Ja. Mhm. Sie haben einen Teleshopping-Kanal gekauft. Interessant. Mhm. Das ist nämlich unser Lieblingsfernsehen. Ja, ja. Kann ich auch einen Schluck? Gerne. Hier. Danke. Du kannst dich aber dünn machen. Komm mal aus der Fuge raus. Hallo? Und geht wieder Twinkie? Ja. Huch. Das brennt aber auch langsam. Ja, der Harry Potter hier. Das brennt? Ja. Am besten lässt du mal den Doktor nachgucken. Ah, mein Popo. Ja. Ja, mein Popo. Guck mal, da ist ein Gangster. Hi Gangster, Gangster, ging, ging. Gangster, Gangster. Oh. Oh. Entschuldigung, Mr. Gangster. Äh. Wieso bin ich denn ein Gangster? Entschuldigung. Ja, sie tragen die Kappi so schief. Weil ich die Kappi schief trink, bin ich ein Gangster? Ja. Oh. Machst du ein Foto? Oha. Kannst du so Gang Signs up in the sky machen? Wie meinst du? Wo meinst du? Warte mal. Was? Wir haben das in der Broschüre gesehen. Ja. In der Broschüre? Ja. Was hast du denn hier? Oh, guck mal, mach ich schon ein Foto Twinkie. Oh, 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 oh. Das heißt bestimmt was krasses. Wie, ich bin nie zur Schule gegangen oder so. Gang, gang. Oh, das ist bestimmt auch was krasses. Was bedeutet das? Ich hab keine Ahnung. Dann solltest du das nicht machen. In der Dokumentation von Roskamp, der hat gesagt, der Glatzkopf, wenn man sowas macht, dann hat das eine Bedeutung. Du hast bestimmt gerade jemanden, eine Minderheit beleidigt, dass die nie in der Schule war oder so. Oh, 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 oh. Nicht in der Schule. Oh, oh, es fängt schon wieder an. Entschuldigung. Alles easy. Was macht das denn so aus? Ich wünsche euch was. Ja, hau rein. Geh nicht da. Mach das nicht, sonst verstoßt du dir wieder das Handgelenk. Wann kannst du wieder nicht essen? Dann muss ich dich füttern. Du weißt doch, dass ich das mag. Ja. Wenn ich dich fütter, ne? Mit deinem Babylatz. Weißt du noch, weil der Babyhochstand weggebrochen ist? Als wir dich reingehoben haben? Bei unserem Rollenspiel? Weißt du noch, bei unserem Rollenspiel, wo ich den Handwerker gespielt habe und wirklich das Badezimmer kernsaniert habe? Ohne Knutschen, ich ideale. Wir passen perfekt zusammen. Jetzt darf ich jetzt noch wieder nicht lachen. Ja, das ist so anstrengend, ne? Boah, ich will zum Barbecue-Lunch. Boah. Ja. Hallo. Hallo. Moin. Wer seid ihr? Ich bin die Twinkie. Und ich bin Peanut wie die Argnusse. Ja. Ich hab gerade gehört, euch hat meine Haarfarbe gefallen. Ja, die ist rot wie Apfelkuchen. Oh ja. Wie warme Apfelkuchen. Wie, was? Warme Apfelkuchen. Okay. Ich hab einen dabei. Wie, du hast Apfelkuchen dabei? Ja, meine Tupperdose in Hose. Oha. Hast du den Sammer gemacht? Hast du den Sammer gemacht? Ja. Nein, danke. Oh, was bist du denn für eine Süße? Oh, ähm, äh. I'm a Barbie girl. It's my Barbie world. Ja. Like it's plastic. It's fantastic. You can brush my hair and dress me everywhere. Kann mir das behalten, Twinkie? Ich, 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 ähm. Ich kann uns Essen pausen. Nein, ich bin ganz arm. Ja, das sieht man so dünn wie du bist. Ja. Ja. Du musst noch ein bisschen was auf die Rücken bekommen. Wir warten auf eine Freundin. Genau, die hat die Presse bekommen. Die hat ihn bereits bekommen? Ja. Ja. Ich glaube, das ist ein neues Verhütungsmittel. Bitte was? Warum sie sowas macht? Weiß nicht. Wir wollten, wir waren auf dem Weg zur Barbecue-Lounge. Wollten eine dicke Orgel starten. Mit dem ganzen Essen. Und dann haben wir den Unfall gebaut. Weil ich hab mich im Auto zu sehr nach rechts gelehnt. Dann haben wir uns im Kreis gedreht. Auf der schnellen Straße. Ja. Dann Auto so, dann so. Dann Reifen. Pff, pff, pff. Und dann Unfall. Ja, das geht schnell. Und dann hab ich mir noch in die Hose gemacht. War das nicht gut. Und wer seid ihr? Aber ich hatte einen Ersatzschlüpfer dabei. Wer seid ihr denn? Ich bin Maike. Hallo. Entschuldigung. Ich bin Marc. Boah, ich hab da jemanden gehört, der hat einen Nudelteller in der Hand. Und ich bin Jane. Nein, Magira, geh weg. Runter, geh weg. Und ihr seid? Ach nee, Twinkie und? Peanut. Peanut, ja. Du bist Jane? Ja. Wie die von Tansan, die Frau? Ja. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ich bin mal einen Halloween-Nerdz-Tansan gegangen. Ah, cool. Und ich als Jane. Ja. Aber die Liane hat mich gehalten. Ja. Das ist ja nicht so schlimm. Aber ich hatte trotzdem ein Ding, sagen wir mal so knapp Sößen. Ah, hübsch. Ja. Das hatte ich noch. Also, ich bin noch nie als Jane krank. Nö, aber du. Bist du auch nicht. Ich hab halt die Jane von Tarzan. Ja, und? Und wer ist der Mann? Ist das euer Liebhaber? Nein, ich bin Marc. Der Marc? Ja. Ich glaub, mein Mann hätte da was gegen, wenn er mein Liebhaber wär. Du bist verheiratet? Ich bin auch verheiratet. Du auch? Ja. Ich bin auch verheiratet. Ja. Echt? Mhm. Mit Twinkie. Ach, mit Twinkie. Wie lang seid ihr denn schon verheiratet? Ähm. Boah. Ich komm gleich wieder. Dann zeichnen wir auf mich. Weiß jemand von... Oh, Entschuldigung. Hallo. Kann ich mich hierhin stellen? So lang? Bisschen? Ja. Tu dir keins fahrern. Ich muss mich verstecken. Okay. Ich weiß nicht, wie lang ich mit meiner Frau zusammen bin. Verheiratet. Auch. Ah. Das ist... Also, ich glaub, das solltest du nicht hier stehen bleiben, sondern das Weite suchen. Ja, weiter kann ich nicht, Renno. Kipp ich um. Eieiei. Das ist kein Böse für dich, Ren. Was? Gibt's da eine alternative Antwort für? Die alternative Antwort ist... Es ist egal... Du musst hingehen und sagen, Schatz. Es ist egal, wann wir uns kennengelernt haben. Es ist egal, wann wir geheiratet haben. Okay. Ich liebe dich immer noch wie an einem ersten Tag. Kannst du mitkommen, falls ich vergesse? Nein, du darfst nicht sagen, wie am ersten Tag. Das ist nicht so gut. Du darfst nicht sagen, wie am ersten Tag. Weil am ersten Tag ist die Liebe nicht so stark wie nach Jahren. Doch, die war richtig stark. Wir haben uns gleich in Meiotütchen gegriffen. Okay. Als wir uns kennengelernt haben. Also wirklich so... Und wenn sie fragt, wie lange ihr verheiratet habt, sagst du, mein Schatz, noch nicht lang genug. Genau. Das ist gut. Dankeschön. Bitte. Ihr seid mein Rettung. Danke. Lasst euch im Arm. Ich versuch mal mein Glück, okay? Ja, mach mal. Okay, ich komm gleich wieder. Entschuldigung. Ich bin tatsächlich wegen meiner Bewerbung hier. Ach so. Ich möchte hier arbeiten. Mein Schenkenspicker, wir sind noch nicht lang genug verheiratet. So lange sind wir schon verheiratet. Echt? Ich weiß, vielleicht waren es hin, wer denn verheiratet. Ich hab keine Ahnung. Schon sehr lange. Okay. Locker. Ich weiß nur, gestern, als ich deinen Geburtstag angeben sollte und ich so... Woher soll ich denn das? Den weiß ich selbst nicht. Oder ist Lisa? Alles klar. Dann überfahren ich weiter Leute, ne? Pass auf dich auf. Ich lauf jetzt runter zur Werkstatt. Lass es mir noch mal hier stehen. Da wird seine Fresse? Genau, da legen wir ihn auf. Alles gut, das ist ein Kollege. Ach so, ich dachte schon, der macht dich an. Nein, nein, das ist ein Kollege und er hat mich... Das hätte ein paar Sekunden gedauert, aber das hätte richtig gescheppert. Das sag ich dir. Ja, das ist der, der mich gerade eben aus Versehen angefahren hat. Was sagst du? Aus Versehen. Aus Versehen. Aus Versehen. Alles gut, Tina. Wollen wir hoch zur Barbecue Lounge? Ja. 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 Dann lass es euch mal schmecken, ne? Ja. Dann dir alles Gute weiterhin. Auch. Jo, wir sehen uns. Jo. Ciao. Tschüss. Ich hab dich im Auge, Männeken. Lass ja die Lisa in Ruhe. Müssen wir hier ein Taxi bestellen? Sowieso. Nein. Ich hab nur einen blauen Fleck und ein paar Kratzer im Arm. Er hat mich ja nicht schwer erwischt. Boah, so ein Gerät, ne, das hab ich mir schon immer zu Weihnachten gewünscht. Einfach vom Bett ab in die Küche. Hä? Oh, elektronisch. Oh mein Gott. Da musst du gar nichts mehr machen. Oh, guck mal, die knutschen. Ohohohoho. Komm, wir gehen hin und machen ein Foto. Die haben wir noch nicht im Album drin. Ein Twinkie. Warte, Lisa, wir müssen ein Foto von ihnen machen. Aber nicht so nah. Doch, die sind dünn. Na, knutschen Sie ruhig weiter. Das ist meine Frau, die will nur ein Foto machen. Könnt ihr eine coole Pose machen? Ja, so eine coole. Ich bin gerade etwas überfordert. Ihr könnt euch nur mal knutschen, dann schicken wir euch das Bild zu. Ja. Das sah schön aus. Ja, aber ich hab nicht so gerne Paparazzis dabei. Ach, Gott. Das ist ein Tourist. Das ist ein Tourist. Das fotografiert gerade alles. Ach, mach mal. Komm, Baby, zeig mir deine Schokoladenseite. Nicht du, der andere, der Typ. Komm schon, mach Schnute. Komm schon. Immer den Herrn abmacht, ne? Ich hab ein paar gute Schnappschüsse gefallen. Bist du bereit? Ach so, okay, klar. Bist du bereit? Ja, los. Jetzt kommt's. Komm. Jetzt find ich aber spannend. Oh, Päpflichtsgewitter. Oh. Oh. Das kommt jetzt auf die Postkarte für die Feuerwehr. Dankeschön. Aua. Hä? Was? Da war jemand. Ne? Ich hab das, das hab ich auch nicht gesehen. Aua. So, ich kümmere mich drauf. Ich kann mich nicht besitzen. Warum siehst du denn hier? Scheiße. Aua. Oh mein Speckböckchen, oh nein. Nur zwei Donuts und ne Cola können meinen Tränen trocknen. Oh Speckböckchen. Ich rufe zwei Donuts und ne Cola. Kannst du eine Berührung anbieten und zwei Lenschecks. Oh, mir geht's wieder gut. Mir ging's noch nie besser im Leben. Mein Airbag hat alles abgefangen. Der Schuss ging in die Kette. Aber wo hast du denn gestanden? Wie kann man mich übersehen? Keine Ahnung. Kriegiges Krankenhaus, wenn ich ihr wollt. Das Auto bezahl ich aber nicht, ne? Die Beulung hätte ich selber machen. Ja. Hat das noch in Ordnung was? Jetzt kann man so lassen. Boah. Das hat überhaupt nicht wehgetan. Das sollte aber noch was sein, dann kommt es auf jeden Fall auf uns nochmal zu. Ja, okay. Wolltest du, dass es ihnen gut geht? Ich mach das für dich ja. So, hier, einmal. Ui. So, ist alles wieder gut. Okay. Gut. Fuck, man, ich muss die Tasse umlesen. Du willst auch nicht gesagt, wenn was ist. Sorry. Kommen sie nochmal her. Okay. Obwohl mein Finger blutet ein bisschen, ne? Finger blutet ein bisschen. Ab dem Pflaster. Ja, Warte. Habt ihr so'n großes Pflaster? Oh, Dankeschön. So, packe ich den einmal drum. Da. Genau. So, wie gut will ich mal. Dankeschön. Nein, die. So, wollen wir hoch zur Barbecue-Lounge? Ja. Na dann, warte. Na dann, schönen Abend noch, der Herr. Oh, so. Ja, bitte. Ich glaube, ich hab was mit den Augen. Mein Gesicht mehr oder mehr. Ja, nicht nur du. Wartet auf mich. Der hat mich einfach übersehen. Ich bin gar nicht so dick. Das gab's ja noch nie, Alter. So, mal testen. Äh. Jetzt funktioniert. Sorry, Chad. Sorry. Falsche Tasse. Boah, hast du gesehen, wie ich mich abgerollt hab? Da bin ich wieder Stuntman. Ja. Boah, ist schon wieder so asozial da. Erfahren wir, wie die fehlen. Da wär ich fast nochmal platt gewesen. Ja, fast. Also ich bleib vor's Auto stürzen. Dagegen dich hättest du das Auto bestimmt verloren, so stark wie du bist. Oh. Ui. 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 Nein. 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 Boah, ich bin aber ein Profi-Streamer. Twinkie, warte auf mich. Dankeschön. Boah, ich krieg Seitenstechen. Ja. Frag mich mal. Boah. Oh, da ist ja dein Auto wieder, Lisa. Ja, der Sammy hat das wiedergefunden. Wessen Sammy ist das dein Freund? Das ist der, der mich aus Versehen angefahren hat. Der Penner. Oh, ich muss den Markus nochmal anrufen. Aber der geht nicht mit dem Handy. Da sind schon wieder die Asozialen. Ich glaub, das sind andere. Fahr mal dran vorbei. Foto machen. Bitte. Asozialen fotografieren. Ich hab die Frau drauf. Von hinten sieht die aus wie Gulag. Schlaf schon wieder Asoziale. So. Ui. Die hat's auch geknallt. Können wir da Fotos machen gehen? Da musst du von hier ausmachen. Musst du ranzoomen. Tönke, geh mal ein Stück zur Seite. Ja. Wo soll ich denn noch hin? Da, ich zoome dran. So, bei mir reicht. So, reicht. Die Barbecue-Lungen stehen noch Aufwand, sonst können wir zum Fast Food. Können wir mal gucken. Ich weiß nicht, ob die offen hat. Wir können noch beides, zusammen beides essen gehen. Oh. Oh, oh, oh. Fang die Flasche, fang die Flasche, Twinkie. Nein. Woh? Runtergefallen. Warum schmeißt du denn hier die Sachen auf die Gegend? Die ist mir aus der Hand geglischt, schon in den Butterpock holen. Oh. Will einen Burrito? Ich hab noch einen. Ich hab noch einen. Mhm. Boah, ich hab so viel schönes, leckeres Zeug bei mir. Hier, dem will ich nicht mehr, das von gestern. Bitt schön. Den hab ich dir gerade zugestellt. Ach so. Boah, ich hab nur eine ganze Torte bei mir. Eine Altbettorte. Vielleicht können wir die gleich tauschen in den Barbecue-Lunch. Ihr müsst doch noch bei den Maxis die Veranda wieder ganz machen. Ach, stimmt. Sollen wir das vorher oder nachher machen? Ich weiß gar nicht, ob die da sind. Ja, egal. Ja, komm, ist ja nur ein paar Bretter. Ich hab Nägel und Hammer dabei. Ja, komm, dann fahren wir kurz hin. Twinkie, du hilfst. Ist du sicher, dass du alles dabei bist? Du wollst. Fahren wir kurz hier am Baum... Oh, ich glaub, Baumarkt ist doch nicht. Was ist nicht am Baumarkt? Ich wollt grad sagen, wir können sonst noch kurz was am Baumarkt holen, wenn du noch was brauchst. Ja, okay. Bleibt ihr hier drin, ihr Suppenhühner? Ich bin der Mann. Ihr habt eh keine Ahnung davon. Was sehen meine glänzenden Kuh-Augen denn da? Geil, der ist sogar gefüllt. Oh, ich stehe auf Bonbons. Ja, ich bin Bonbons. Ich hab kein Kleingel dabei. Komm. Ja, aufheben. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Bonbons in meinem Pack. Boah, was haben die denn hier alles? Boah. Was wollt ich denn kaufen? Einen Knaller. Boah. Taschenlampe. Taschenlampe ist immer gut. Werkzeugkasten. Einen Rottlanger. Einen Knaller. Ich brauch einen Knaller und... Boah, was brauch ich noch? Ich hab doch grad irgendwas gesehen. Einen Rohrzange. Genau. Boah. Knaller und eine Rohrzange. Ich bin Pina, der Handwerker. Lisa. Hast du gefunden, was du gesucht hast? Ja, ich hab mir auch eine Rohrzange gekauft. Ich beule mal hier das Ding hier vorne aus, okay? Wegen dem Umfall. Das ist keine Beule. Das kannst du so lassen. Ach komm. Na ja, na ja. Das geht schon. Meine Haut auf. Doch, doch. Zack. Das geht nicht anders. Das muss man mit einer Rohrzange machen. Mhm. Das geht schon. Mein armes Auto. Ach, sieht wieder aus, die Neu. Guck dir das mal an. Oh. Mhm. Ich hab ein paar Nägel gekauft. Einen Knaller und einen Rohrzange. Twinkie, willst du meinen Knaller sehen? Ja. Oh, was ist das denn für ein Assi? Ich hab gegen diesen Bonbonständer getrieben. Ich konnte sechs Bonbons aufheben. Und ich hab ein paar Donuts geklaut. Du hast Donuts geklaut? Ja, die haben da einfach so, ne? Da ist auch kein Preisschild dran. Ja, aber doch. Das ist doch nicht alles, wo kein Preisschild dran ist umsonst. Wir sind hier immer noch in Amerika. Also müssen wir ein Preisschild dran machen. Sonst heißt es, äh, ist free. Free for all. Echt? Ich hab noch so viel zu lernen. Alles, was du siehst, ist umsonst, wenn du kein Schild dran hast. Nichts machen Sachen. Trägt wohl das Tinkepäckchen. Big Peanut gibt einen aus. Big Peanut in the building. Boah, ich hätt gern jetzt ein Tinkepäckchen. Ja. Mir juckt die Kümmel, ey. Boah. Lass sie da rausziehen. Oh, Kringo. Kringo scheint nicht da zu sein. Da ist jemand. Boah, jetzt wieder ausstrengend. Voll anstrengend. Guck mal, Twinkie. Das ist mein Knaller. Wie findest du meinen Knaller? Oh, pass bloß auf damit. Nicht pupsen jetzt, ne? Jetzt geht die ganze Scheiße in die Luft. Nee. Jetzt fliegt hier alles in die Luft. Komm, lass bestimmt... Lass mich auch mal schnuppern. Ja, hier. Boah. Riecht voll nach Erdnussbutter. Erdnussbutter sind die besten. Entschuldigung. Ja, kann sein. Also ich weiß es nicht. Kringo? Nee, ist nicht Kringo. Kringo, bist du es? No, Kringo ist... Mach doch mal die Fensterscheibe runter. Man sieht ja nicht mal, wer da drin sitzt. Ja, so muss das sein. Ein Kringo ist ein Büffelpack. Was macht denn der da? Weiß ich nicht. Wir wollen die Veranda reparieren. Bist du immer noch am Würfelpark? Ja, nun Mensch, mach doch mal die Fensterscheibe runter. Wir wollen deine... eure Veranda reparieren. Der soll rankommen, sonst kriegt er ein Brett. An seine neue Veranda. Ach so hoch. Alles gleich hin. Bis gleich. Kringo kommt hoch. Ollas, ja, dann wisst ihr ja Bescheid, ja? Jo. Ollas, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Danke dir auch. Ollas, Lisa. Ollas, Lisa. Dich kennen sie alle hier, ne? Anscheinend. Ja, ja, die wollen alle knutschen mit dir. Aber ich bin doch verheiratet. Ach, bist du? Ich hab nen Mann, ja. Und wo ist der denn den ganzen Tag mit uns, die Rumpseiers? Und der ist im Urlaub. Urlaub. Der ist mit seinen Leuten im Urlaub. Was? Nee. Der hat einfach gedacht, er braucht ein bisschen Freizeit. Wie ist das? Na, wir fangen doch nicht an. Gringo muss Abnahme machen. Gibt's hier kein Dings? Boah, ich setz mich auf Treppe. Guck mal, ob die vielleicht drinnen noch was von der Suppe übrig gelassen haben. Nee, wir können doch nicht einfach da reingehen. Ist erst mal hier hingesetzt. Komm, Twinkie, mein rechter, rechter Platz ist frei. Twinkie? Oder du kriegst gleich, warum sie fett, Junge. Ist mit dir. Ist sie sauer auf dich, oder warum redet sie nicht mehr mit dir? Weiß nicht, Twinkie. Komm her, Zuckerschnickchen. Setz dich zu mir. Aber nicht auf meinen Schoß, mein Knie ist kaputt. Oh, oh, Gringo ist sauer. Wieso ist der sauer? Weiß nicht. Wegen, weil sein Verander kaputt ist. Ich glaub, deswegen ist der nicht sauer. Aber wir haben Nägel gekauft. Mhm. Das sind zwar Twinkies Fußnägel, aber die halten gut. Weißt du, das ist schon auch... Ich hab ne... Ich hab ne ganzen Bauernhof aus Twinkies Fußnägeln gebaut. Ja, ne ganze Hütte. Und die steht noch? Ja. Oh, Lisa, hörst du das? Was denn? Psst. Hörst du das? Nein, was denn? Ich krieg auch immer alle da mit. Oh, da war leichten Honig im Abgang. War der Land mit bei? Ne, diesmal nicht. Ich kenn da jemanden, bei dem ist da manchmal Land dabei. Bei mir war vorhin Land dabei. Wollen wir Land, aber nicht im Auto, oder? Ne, draußen. Twinkie musste meine Unterbuchse wechseln. Ja. Wer kommt da jetzt raus? Ah. Wo denn? Hinter dir. Ola, zusammen. Oh. Ola. Wo bist denn du? Hinter dir, ich weiß nicht, schwer zu sehen. Boah, ne, steh jetzt nicht auf, dass viel zu ansteigen ist. Ola. Ich hätt gerne Cola und Toast. Da seid ihr ja wieder. Ja. Wir wollen eure Veranda reparieren. Boah, voll cool. Ich hol schon mal Begrüßungsgeschenk. Boah, wie klingt man Essen. Da haben die doch gestern gesagt, dass wenn ihr hier hinkommt, dass ihr Essen bekommt. Boah, habt ihr die Kuh gehört? Ne. Das war Twinkie. Twinkie kann einen Kühennamen machen und Brumpfschrei von einem Hirsch. Schmeckt sie denn genauso? Weiß nicht. Was sie doch schon probiert haben. Jo, aber nur für ein paar Sekunden hab dann keine Luft mehr bekommen im Face-Sitting. Entschuldigung, möchten Sie sich auf meinen Stuhl setzen? Feet Danny Man. Das ist ein Insider aus Arizona. Ja, grüßt euch. Hallo, Gringo. Wie habt ihr geschlafen? Auf den Bauch, sonst kriege ich keine Luft. Scheiße. Wir sind hier, um die Veranda zu reparieren. Und, kam das Chili con carne schon raus? Hat es doppelt gebrannt? Hat es nachgebrannt? Weiß nicht, ich mach eigentlich immer ein Bett, wenn ich am Schlafen bin. Genauso wie Twinkie, oder? Äh, wie? Twinkie? Wie, ihr macht, was macht ihr ein Bett? Ja, meinst du, ich steh auf dafür? Dankeschön. Entschuldigung, jetzt rappt ihr wieder was, wo ihr seht. Sag mal, fütterst du gerade meine Torte? Oh, ich fütter euch bald, ey. Pass auf, du. Die gehört mir. Aber nochmals, ihr macht, ihr macht ein Bett? Ja, das ist so anstrengend, zum Klo zu laufen. Ja. Jetzt nur, weil ihr im Hotel gerade wohnt, oder macht ihr grundsätzlich ein Bett? Nein, nur im Hotel. Grundsätzlich, ja. Ach so, ne, grundsätzlich. Also, ich hab ne Pampers immer im Bett. Naja, richtig, ne? Da musst du aber aufpassen, wir sind wirklich teuer. Ja. Ja. Ähm. Ich pfeife mir ne Cola ein, dann fange ich an zu arbeiten. Twinkie kann in ne Küche helfen. Das hört sich gut an. Ich hab hier nochmal so ein bisschen was, damit ihr vielleicht ein bisschen mehr Power bekommt. Guck mal, kipp dir hier mal noch so ein bisschen Pulver in deine Cola. Ach, so ein Fetschki-Ding, ne? Ja, so ein Fretschki. Davon hab ich auch schon. Wie sehr stört dich das, dass mein Auto da steht? Oh, oh. Jetzt kommen die Gangster. Hallo, was geht? Hallo. 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 Hey, wir wollen keinen Stress, aber wenn ihr ne Fresse wollt, nur zu. Nein. Ach so. Nicht. Ni haun. Er will auf der Fresse? Ach, der ist Chinese. Ni haun, hat er gesagt. Ni haun. Twinkie, du gehst in ne Küche? Ich fang schon mal an zu arbeiten. Wir haben gesagt, im Urlaub muss ich nix machen. Ey, aber bitte, pass auf, nicht mehr kaputt machen als wieder, ne? Mann, du kriegst gleich ein Brett an der Veranda. Jetzt beruhig dich, Gringo. Ja. Wenn ich dir helfen soll, dann sag. Ich komm schon klar. So, hier ein Fußnagel rein. Da vorne auch rein. Kommt auch noch ein Nagel. So. Feuer mich an, Twinkie. Das machst du gut, ja, ja. Mach ich das gut? Weiter, weiter. Pause. Los, los. Erstmal ne Pause. War mir zu anstrengend. Boah. Boah, das war auch ganz schön was, ey. Körperliche Arbeit kommen und schwitzen, ne? Ja. Ja. Ja, mir geht's. Ich geb dir meine Sahne-Schnittchen. Oh, was soll ich sagen? Ich bin schon wieder ganz fertig, ne? Ich weiß, bist du schon seitdem du klein bist. Weißt du noch, wie wir in Arizona mal die Kühe gejagt haben und die Mädchen aus denen raussaugen? Als wir die Mädchen aus denen rausgesaugt haben? Ja, ja, ja. Wo wir in schwarz-weiß angemalt haben, damit wir die kleinen Babykühe sein wollen. Drinne auch. Ach, das waren Zeiten. Das war echt ne wilde Zeit. Ähm. Bist du jetzt schon fertig? Aber das ist doch... Oh, warte. Ich muss Pause machen. Oh, Gott. Oh, ne. Bitte nicht schon wieder. Was denn? Oh. Das ist so ein Bonbon. Oh, Gott, er hat... Oh, da, da ist es. Tret dich mal um, Twinkie. Ja. Guck mal, Green, du kannst das Etikett bei der Hose lesen hinten. Nee, ich will nix lesen. Guck mal. Wer kann das lesen? Ich will da nix lesen. Doch, guck mal. Was steht denn da? Ich kann... Ich, äh... Meine Augen tun gerade ganz doll weh. Ich muss dir zuhalten. Du hast zu, Jungs, nicht so schlimm. Waren die nicht bei uns auf Twitter? Ja, vielleicht hab ich es deswegen. Ich hab das vorhin nämlich auch. Ach so. Also. Ah, okay. Wie auf dem Präsentierteller. Also. Na, weil... Ich kenn das halt. Ich fühl das absolut. Okay, wir spielen ein Spiel, okay? Ja. Okay, das Spiel heißt, hörst du das? So. Hörst du das? Wie heißt das? Das Spiel heißt, hörst du das? Okay. Ich hab heute nur gewonnen. Bei dem Spiel. Oh, warte. Ich muss mich konzentrieren. Was macht ihr da? Du kannst es hören. Du kannst es hören, Gingau. Du hörst jetzt ja auch schon nix. Nee, du hörst jetzt ja auch schon nix. Du hörst jetzt nicht. Komm mal näher. Oh nein. Ich bin einfach der Beste da drin. Bist du wirklich drauf reingefallen? Ja, ich hab gedacht, das ist irgendwas anderes. Dass da irgendwie so ein Klangholzer wieder so hat. Ich soll ja nicht an meiner Veranda rumfutscheln. Nicht, dass die noch kaputt geht, ne? Ja. Eben. Sehr schlimm. So, ich mach mal weiter. Willst du weitermachen? Brauchst du, willst du noch ein Fettschieß? Nee, ich hab, ich behalte das auf, weil ich mal ganz schnell rennen muss. Damit ich Energie hab. Na ja, klar. Platz da, Leser. Mach dich nicht so breit. Wie, fünf Sekunden? So. Aber mach nicht zu schnell. Nicht, dass du noch umgehst. Äh, Entschuldigung. Mach ruhig, Bruna. Mach ruhig. Boah, was ein Mann, oder? Ich bin Mann von Welt. Aber sag mal, drin bist du eigentlich? Ja, na klar. Wo ist das denn schon? Was du alles kannst? Twinkie, kannst du dich mal gegenlehnen, gucken, ob es stabil ist? Äh. Ja, klar. Oh, schon mal ein bisschen Abstand. Und? Wackelt? Twinkie? Da wackelt es aber noch ein bisschen. Du musst mal laut da rein. Krieg mal den Kiefer auseinander, wie beim Essen. Boah. Hab ich mich erschrocken. Oh, mein Gott. Hab ich mich jetzt aber erschreckt. Ja, hier und da wackelt es noch, ne? Mach das nie wieder. Das tut wem. Du wolltest doch den Schrei. Jetzt weiß ich, warum, wo Herr Godzilla seinen Sound hat. Von Twinkie Smalls. Hier noch rein. Und hier noch rein, ne? Ja. Dann mach mal hier zwei oder drei rein. Ja, ja. Das sind übrigens Fußnägel. Du machst das mit deinen Fußnägeln? Warum? Wir haben kein Geld für echte Nägel. Ja, aber... Wie lange soll das... Außerdem halten wir am besten. Außerdem sieht man die. Nein, die sieht man nicht. Die hab ich zur Seite geknickt. Ja. Und was machen wir jetzt wegen der Farbe? Hast du die zum Sprühen? Oder soll ich... Ich kann's braun machen. Nee. Ich geh ganz gut Farbe rüber. Hast du Lust, Twinkie, soll ich dich auch nageln? Ja, das sprichst du aber selber. Die Farbe haben wir nicht kaputt gemacht. Ja, ich mach schon. Also wenn ihr schon mal nageln seid, der Gringo wollte noch ein paar Stellungen wissen. Was? Was? Ja, guck mal. Ja, ich will auch. Ich will auch. Oh, was? Das sind laute Spraydose. Ja, jetzt haben wir sogar Pina auf der Form hier. Sollte jetzt wieder passen einigermaßen. Ja, sieht gut aus, ne? Ich teste mal. Oh. Da kommt jetzt der Pina-Check. Oh, na... Nee, lass lieber. Lass lieber. Lass lieber. Oh, mei. Oh, schindelde, oh. Nein. Oh, halt, aber hier noch ein Nagel. So. Perfekt. Hast du, ja? Ja. Hab ich. Ich glaub, sie geht wieder in Küche. Twinkie? Sie hat das Essen gebrochen. Sag ich hinterher. Ja, aber nicht alles. Piazza, hier kommt Pina de Mazda. Mein Magen tut immer noch von gestern. Ihr habt alles weggegessen. Ja, du musst doch mal kauen. Ja, ich hab doch kauen. Ich wollte... Das ist... Das hab ich früh geguckt. Das war für die ganze Familie. Halt, warte. Das ist nie alles. Das wollte ich noch später auf meinem Brot anhören. Und ich... Oh, du... Oh, 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 oh. Das ist gut. Das ist ekelhaft. Twinkie, du musst mir im Kopf da rein. Du brauchst keinen Löffel. Komm, geh mal weg. Habt ihr ihn vorher ohne? Komm, geh mal weg, genau. Komm, du gehst jetzt mal da rein und beruhigst dich erstmal. Okay. Twinkie. Einfach mit dem Kopf rein. Ja. Mach Platz. Mama, ich bin hier noch nicht fertig. Hey. Leid, ich... Das war noch gar nicht fertig. Wie, aber schmeckt gut. Hat, äh... Sieht aus wie dünn, aber schmeckt wie scheiße. Entschuldigung. Immer Puhlchen. Hast du aber aufgemacht. Ich glaube, euer Backofen klemmt. Erstmal festmachen hier. Ich bin Peanut, der Handwerker. Willst du nicht lieber zu der Toilette mit Tür? Okay, dann nicht. Oh, oh. Oh, oh, oh. Ich hab nichts gesehen. Oh, ja. Oh, da kommt es doch. Komm, Baby, gib mir dein schönstes Lächeln. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Ja, genau so. Das kommt auf den Kalender. Oh, oh, oh. Kannst du Schnute machen so, bisschen, als du zu drücken? Oh, das stinkt. Oh, 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 oh. Perfekt. Oh, oh, oh. Alles gut. Kannst du, kannst du... Das muss ich aber beobachten. Keine Peanuts in der Schüssel, ne? Oh, 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 oh. Kannst du mir kurz... Kannst du kurz helfen, bitte? Scheiße. Bei was? Ja, komm, hilf ihm. Was denn? Ja, das macht sich nicht von alleine sauer. Ach, nee, das kannst du... Oh, bitte, ey. Nimm das Zandtuch. Oh. Nimm das Zandtuch. Ja. Da kann ich... Ich drehe... Ich passe auf, dass keiner guckt. Und? Kriegst du hin? Twinkie? Twinkie? Ja, das macht mich jetzt. Wir wollten noch zu Barbecue loben. Ja. Ja, komm. Ich hab Hunger. Oh, lang den. Seid ihr fertig? Ja, wir müssen aber eine Duftkerze. Nee, das ist eine Duftkerze. Die muss nicht reingeboren werden. Ich weiß nicht. Da kann sonst keiner mehr rein. Oh Gott. Ich hab doch gesagt, sie soll nicht mehr nehmen. Geht daher nicht rein. Alles okay. Ich musste eine Duftkerze da reinwirfen. Da ist noch eine rein. Oh. Hier in den Raum auch. Oh, pass auf. Twinkie, du fängst Feuer. Twinkie, du fängst Feuer. Ey, das riecht dir immer an. Meine Nase brennt. Also, das mit dem Handtuch tut mir leid. Das Handtuch war schon braun. Meine Nase brennt. Ich werde nie wieder was riechen können. Meine Nase brennt. Meine Nase brennt. Lisa, komm mit dem Barbecue loben. Ich hab Hunger. Ich hab kaum noch was zu essen bei. Irgendwie glaube ich dir das nicht. Also, Twinkie, ein neues Handtuch kann ich dir jetzt nicht besorgen. Aber... Die Toilette will auch nicht, aber... Du darfst sie einfach als Toast. Ja, die verandert fertig. Die verandert es fertig. Vielleicht hier noch ein Nagel. Kannst du mal mit deiner Frau reden? Ich hab mir eine Cola-Dose in die Hand gerückt und meinte, damit ist das jetzt geklärt, die Sache. Der Pott ist voll. In Arizona machen wir Tauschgeschäfte. Ja, aber der ist besorgen in den voll. Wer? Nee, der Pott. Ja. Ja. Ich kümmere mich drum. Ja, kannst du da mal irgendwas machen? Danke. Ich hab ein Multifunktionswerkzeug dabei. Meine Rohrzange. Ja, Specktütchen. Was ist jetzt mit... Ja, ich muss kurz das Klo in den Stopp finisieren. Ach, du weißt doch, dass das nicht geht. Ich hab ihm eine Cola gegeben. Ach, dann ist ja alles okay. Eine Cola klärt das natürlich. Ja. Ja, wie eine Cola. Was ist mit den Geistern unten bei uns? Ach ja. Machen wir morgen. Machen wir morgen, ja. Ja, ganz entspannt und ruhig. Kommt ihr mit zum Barbecue-Lounge? Ich wollte gerade sagen, wollt ihr nicht mitkommen? Ja, können wir mit. Ladest ihr uns am Essen ein? Du bist verrückt. Ich hab nix mehr zu Hause. Sehe ich aus wie Sozialhilfe? Ich hab aber nix mehr... Irgendwie jemand hat bei mir alles... Ich hab anders schnurren. Ich geb euch ne Cola-Dose. Nee. Bitte. Bitte gehen Sie vom Auto. Ich hab gedacht, wir sind Freunde. Ich ruf den Sheriff sonst. Ich hab gedacht, wir sind Freunde. Ich hab gedacht, wir sind Freunde. Ich hab gedacht, wir sind Freunde. Oh, nee, nicht ins Auto. Das ist wie Pfeffa-Spray. Twinkie, atme den weg. Mach den's da runter. Oh, warum sagst du Motherfucker? Nur wer? Nein, mach doch nicht die Tür zu. Natürlich. Was ist denn mit dir? Es macht einfach Fenster auf während der Fahrt. Wir haben Fenster auf. Ja, aber während der Fahrt einfach durchlüften. Nicht hier. Meine Hände ist ein Dolphin. Es tut mir leid, Lisa. Es tut mir doch so leid. Fick dich. Ja. Macht dir sonst keiner. Merkt man. Ja. Es wird schlafen gut und grüßt dann deinen kleinen Fratz und Dankeschön. Du weißt genau, was das heißen soll? Ja. Scheint, seid ihr noch wach? Alle Frauen verlassen mich. Frag dich mal, warum. Ja, frag dich mal, warum, Gringo. Ich bin ein... Genau, du bist ein Loser. Oh, die Tür ist noch raus. Hm. Ich muss mal gerade noch rüber lehnen. So. Ach, ich wollte noch ins Krankenhaus. Warum wolltest du denn ins Krankenhaus? Ja, weil ich schnell nicht pupsen muss. Ich brauche Tapette. Wir fahren jetzt erstmal zur Barbecue-Lounge. Nicht, dass sie gleich zu hat. Hast du Magus schon mal raus? Oh, ich rufe noch mal an. Er wartet bestimmt auf euch. Nein, der geht schon lange nicht mehr ins Telefon. Seitdem wir den Unfall hatten. Oh, da vorne ist ein Viehtransporter. Und mein Telefon klingelte. Mein Telefon vibriert. Oder er ist... Nummer unterdrückt. Ja, der Lieferservice, der ruft wieder an. Ihr habt schon nichts bestellt. Also, beziehungsweise... Bestellt mal Pizza. Ja, die Twinkie und die Peanutarm Hunger. Hunger! Also nicht an unseren, sondern an den von meinem Vater. Klop, klop. Ich muss mal gucken, ob der da ist. Mein Telefon vibriert. Noch mal. Alles gleich. Guck gleich mal. Juhu. Sonntag, Sarah! Wir versuchen seit drei Stunden zu Barbecue-Lunch zu kommen, ne? Und alle halten uns auf. Ja. Vielleicht ist das ein Zeichen, dass ihr da nicht hin sollt. Doch, wir sind bekannt für gutes Essen. Oh, guck mal hier. Chicken Nuggy. Oho. Hier waren wir gestern schon. Ja, genau. Hier rechts ist das Sheriff Department. Das doch, ähm... Wie heißt der kleine Ort hinweg mal? Nicht sagen. Hm. Wuppertal. Was? Wuppertal. Wir sind doch nicht immer. Ja doch, guck, da ist doch die Schwebebahn. Hinter uns. Wuppertal ist die Stadt, wo ich herkomm. Na, guck mal, hier ist doch gut was los. Die essen uns das Essen weg. Okay. Jetzt wollte ich noch ein paar Küsse. Da sind schon wieder diese Assoziaten, glaube ich. Die sind überall, ich sag es dir. Danke, Lisa. Ich habe immer meinen Rohrzwang nie benannt. Na, wir haben doch gestern gesagt, ich bringe euch heute mal hier hin. Dankeschön. Magst du noch deine Rohrzwang wegpacken? Aber ich habe Angst, da sind wieder die Assozialen. Ich glaube, vor denen brauchst du keine Angst haben. Ja doch, die hauen. Die haben einen Kuchen nach Nau gekloppt. Wen haben die gekloppt? Die haben sich verprügelt da. Hallo. Hallo. Aber sich gegenseitig verprügeln ist ja was anderes. Hallo. Ich habe Hunger. Du hast Hunger? Ja. Ja, bitte einmal nach vorne gehen und das schon mal reinkommen. Okay. Das sind doch schon wieder die Assozialen, sehe ich doch. Hallo. Was geht denn jetzt ab? Das war aber nicht gesagt. Das sind doch nicht die Assozialen. Machen wir mal ein Foto. Hi, Linus. Hallo. Na, wen hast du da dabei? Äh, das ist Peanut und das ist Twinkie. Oh, hallo. Ich bin Peanut. Huch. Komm, sag mal ein Hallo. Hallo. Hallo, ihr Sack. Ja, vom Auto bis hin. Hallo. Wir haben Hunger. Ganz schöne Strecke. Wir haben Hunger. Ja. Moment, ich hole mal, ich hole mal jemanden, der, der hat was Augen darauf. Können wir nicht reingehen? Doch, doch, klar. Da ist eine Couch, da pass ich drauf. Was gibt's denn da zu lachen? Oh. 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 Guck dir das an. Oh, endlich. Oh. 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 Ist das bequem? Ja. Alles okay? Ja. Oh, Junge, diese Teste, ne? Hallo. Hallo. Was kann ich euch anbieten? Ach, was haben sie denn so? Habt ihr schon unsere Speisekarte? Dann würde ich sie einmal euch geben. Ich passe hier kaum auf der Couch auf, wenn ihr nächstes Mal eine bessere Person würdet. Oh, Mann. Ich hasse mein Leben. Ich mach die Tatsche zack. Das war ein Stiller. Ich glaube, hier ist wohl die Woodpecker unterwegs. Oh, der stinkt. Was denn? Ich hab einen leisen gezogen. Der riecht nach Erdberge. Oh, danke. Sei froh, dass du keinen Lauten machst. Ich hab euch die Atmen geschickt. Mein Kollege kommt gleich und... Geh besser weg. Der Geruch kommt gleich zu dir rüber. Ja, ja, ja. Ich bin... Twinkie, guckst du in eine Speisekarte? Ja. Kannst du mir vorlesen? Die lachen uns aus. Okay. Ich muss echt gleich meine Papette holen. Also, die haben ein Barbecue-Menü. Da ist ein Bayview-Barbecue-Teller. Wir gucken noch. Wir gucken noch. Wir sind aufs Maul. Wir gucken gerade in eine Speisekarte. Naja, der Herr. Erstens, seien Sie bitte höflicher. Sonst kriegen Sie gar nichts. Achso, ich dachte, Sie sind jemand, der nach Kleingeld bettet. Entschuldigung. Nein, der Herr. Bitte. Wir sind ein familienfreundliches Unternehmen hier. Deswegen... Entschuldigung. Alles gut, passiert. Da komme ich in ein, zwei Minuten wieder zu Ihnen. Okay? Okay. Schmeißen Sie schon mal die Fritteuse an. Die ist ein Dauerbetrieb, der Herr. Achso, das ist gut. Das ist gut. Aua. Die kriegen auf jeden Fall schon mal zwei Sterne für die Fritteuse. Also... Wir sind nämlich Geldkritiker, ne? Damit Sie bescheidigt wissen. Wir behandeln jeden Kunden gleich, egal, welche Position dieser Beherber. Okay, dann kriegt ihr nur einen Stern. Das können Sie gerne machen, aber ich behandle es doch... Von den Kunden gleich. Bist du nicht genau deswegen rausgeflogen? Ja. Klar. Warte mal, ich habe ja Hausrecht, fällt mir gerade ein. Oh. Aber wir wollen doch was essen. Er kann keine Geldbewerbung mehr schreiben. Das ist schon gut, die haben auch einen Lieferservice. Achso, da kannst du eine mehr schreiben. Die haben doch einen Lieferservice. Ja, natürlich haben wir einen Lieferservice. Aber wenn Sie einen Anruf tätigen, der uns unseriös erscheint, können wir diese natürlich auch verweigern. Nein, Quatsch. Das war alles ein Spaß. Wir sind hier, um zu essen. Ich kann auch Humor verstehen, der Herr. Alles in Ordnung. Ja. Ne, ich lasse euch dann mal, oder habt ihr schon... Also, ich lasse euch mal ein, zwei Minuten allein, dass ihr in Ruhe gucken könnt. Und dann bin ich sofort wieder bei euch, okay? Okie dokie, Mr. Smokey. Gut, ich war draußen. Also, die haben Menü 1 und das wäre Bellevue-Barbecue-Teller. Einmal ein Beef-Jerky. Mit der Whisky-Premise oder ohne? Jetzt mal ganz langsam. Dazu gibt es einen Whisky-Cola und einen Vanille-Mischee. Lustig, los, ich gehe arbeiten. Dann haben die das Menü 2. Whisky-Cola und Mischee-Chank? Orange. Und zwei Schoko-Eisbücher. Oh, das ist schon lecker. Was nehmen wir alles? Und Menü 3, vier Bratenbrötchen. Er kommt wieder zurück. Zwei Korndogs, zwei gegrillte Maiskelben, Kolben. Maiskelben? Mit Sarina oder was? Maiskolben. Also, richtiges Kälber? Maiskolben. Achso, Kolben. Diese kleinen Dinge. Mit einem Haps in den Mund. Ja. Dann gibt es viermal so ein Glas Kieber dazu und zweimal Popcorn. Das wäre so das Angebot. Und sonst hätten die noch als Vorspeise... Du bist heute schon nicht mit hinzugehen, oder? Nehmen wir einfach jedes Menü einmal, oder? Ja, okay. Aber heute zahlst du. Ich schlag dich gleich. Linus, wolltest du nicht mit dem Hintergrund gehen? Das ist aber ganz schön. Ja, der gesagt, komm mit. Wir machen Fifi-Fifi. Ja, okay. Rechnung Fifi-Fifi. War das? Ja. Was? Was? Genau das. Wo ist denn die Bedienung? Ja, komm. Sollen wir uns den Laden angucken? Bedienung, bitte! Ach, guck mal. Komm, wir gucken mal. Sebastian! Oh! Oh! Sebastian! Wenn Kutsch ab muss sich noch bewegen, kann ja nicht wahr sein. Seid ihr schon fertig? Wir wollen... Ja, wir nehmen jedes Menü zweimal. Genau. Jedes Menü zweimal ist das Wärme, oder? Ja. Ja. Also für mich einmal jedes Menü und für ihn einmal jedes Menü. Ach so, genau. Jedes Menü zweimal für mich eins und für meinen Twinkie eins. Ja. Also heißt es dreimal jedes Menü insgesamt. Was? Also für Sie zweimal und für... Das muss ich aufrechnen. Oder habe ich jetzt was... Das ist aber ganz schön. Also für den Herrn jedes Menü zweimal und für die Dame jedes Menü einmal. Für mich einmal jedes Menü und für ihn einmal jedes Menü. Gut, das heißt jedes Menü zweimal. Ja. Ich bezahle das. Moment! Oh, so gut. Moment! Das ist aber nett. Was denn der Herr? Ich will noch eine Diät gucken, weil ich habe eine Diät. Oh ja, weißt du was? Davon nehme ich wohl auch wohl ein. Moment. Das ist doch ansetzt hier. Guck da nicht hin. Das ist meine. Ich guck nur von meiner Speisekarte gerade daher. Okay. Wir haben leider eine normale Cola daher. Wir haben keine Diät-Cola. Ich... Warte mal. Ich könnte die in Kanaten... Nö, eine normale geht auch. Dann trinke ich die schnell. Dann geht der Zucker nicht so schnell in meinen Körper. Die Cola ist aber auch in dem Menü mit drin schon. Nö, kommt nicht mit. Okay, dann brauche ich doch keine extra. Also im Menü 1 ist jeweils ein Glas Cola enthalten. Ein Glas? Jawohl. Haben Sie keine Liter Flasche? Nein. Wir haben eine Zapfanlage hinten. Der Herr. Eine Zapfanlage? Wie teuer ist die? Die Zapfanlage an sich? Ja, wenn wir die benutzen wollen. Das dürfen wir aus hygienischen Gründen nicht machen. Der Herr. Haben Sie gerade gesagt, dass wir schmutzig sind? Nein, aber vom Gesundheitsamt dürfen nur geschultes Personal an die Anlagen dran. Aber wir sind geschult. Sind wir so aus, jetzt hätten wir keine Ahnung vom Essen. Nein, aber wir haben eine Extraschulung für unsere Lokalität. Und wir mussten halt dafür unterschreiben, dass nur die Leute, die in der Lokalität die Schulung haben vom Gesundheitsamt, nur wir dürfen diese benutzen dann. Okay, dann machen wir das so. Ich habe meinen Deiner gearbeitet. Dann machen wir das so. Sobald das erste Cola-Glas leer ist, jede fünf Minuten auffüllen. Bis sie uns hier rausrollen müssen. Wortmöglich. Okay, das können wir machen, aber so dick sind sie ja jetzt auch nicht, dass sie rollen müssen. Also machen sie sich doch nicht schlechter als ich. Nein, das ist doch nur so dahergesagt. Ach so. Bis mir nichts mehr reinpasst in unseren Bauch. Ah gut, das ist gut. Bis die gute alte Wanne zu voll ist. Allzeit. Wampe war eine griechische Göttin. Möchten Sie auch noch, also Sie haben auch gesehen, dass in einem einen Menü alkoholische Getränke enthalten sind? Ja. Ich bin Whiskey-Kenner. Das hört man doch gerne. Wir können das ab. Gut, Sie können sich gerne hinsetzen. Wir haben hinten, dort beim Kamin, haben wir eine schöne Sitzecke. Da können Sie sich hinsetzen, wenn Sie möchten. Dankeschön. Ja, gern. Ich werde Ihnen dann alles zusammensuchen. Das kann ein paar Minütchen dauern. Und dann bringe ich Ihnen da sofort. Ach so, kein Problem. Bis gleich. Du bist ganz schön weit besichert, ob wir da hin sollen. Ja, wie? Sonst, ich weiß ja nicht, ob die Stühle uns aushalten. Außerdem haben die Läden so an der Seite. Boah, ist aber schön hier, ne? Ich bin in den Asyladen da unten. Oh, das ist doch schön hier. Ja. Oh, ne. Oh, ne. Ja, ich hab richtig Hunger. Du auch? Oh, und wie? Also, als hätte ich noch nichts gegessen heute. Apropos. Ja. Ich hab doch ein neues Handy. Ich brauch deine Telefonnummernummer. Oh, ja. Mein Nummer. Ja, lass mich gucken. Fünf, fünf, fünf. Warte. Ähm. Ähm. Oh, ja. Ja, Speckschnütchen. Ja, fünf, fünf, fünf. Schatz, die Hasemausi. Ja. Ja. Drei, neun, vier. Drei, neun, vier. Sechs, drei, fünf, sieben. Sechs, drei, fünf, sieben? Ja. Okay. Ich lass klingen, dann hast du meine neue Nummer auch. Ja. Oh, oh, oh. Ja, fest. I got tool number nine. Tool number 46. Excellent. Nein, ich bin's. Ich hab's so getan, als du bist der Pizza-Service. Ja. Weck. Weg. Warum brauchen die denn? Ich hab Hunger. Ähm. Äh, 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 äh. Mein Telefon vibriert. Prr, prr, prr. Akku wieder, der... Achtung, ich lass mich fallen. Nicht, nicht, hör auf. Oh, oh. Oh, 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 oh. Hör auf, wir klingen Ärger. Die haben der Repetition vom Hotel hat schon Ärger gemacht, wegen dem Bett. Ah, okay. Sollen die das so robust aufmachen? Ich hab dir gesagt, wir haben Catching gespielt. Ich war im Schwitzkasten, ohne dass du mich berührt hast. Oh, wir haben nicht gefragt, ob die Tink-Pättchen haben, ne? Oh. Hätte ich hierzu gerne eins. Also, wie viel... Sollen wir wieder Jelp-Kritiker werden? Ja, klar, gerne. Wie viele Sterne würdest du dem Etablissement geben? Sieht schon ganz gut aus, ne? Dafür würde ich schon einen geben. Einen Stern? Ja. Der deinen Namen trägt? Ja. Hoch am Himmelszelt? Du sagst es. Das Gedicht hab ich nur für dich geschrieben. Hast du Tschüss gesagt oder schön? Schön? Ja. Tamam. Tamam, tamam. Ja. Mir fehlt hier so ein bisschen so klassische Musik. Irgendwas Älteres so von Van Gogh oder so. Ja. Ne, dass das Etablissement so untermauert. Dass man hier in Ruhe genieren kann, so in aller Friedlichkeit so. Ja. Das wär schon schön, ja. Ja, das wär schön, ne? Was mir auch fehlt, ist, dass ihr gar nicht nach Friteuse riecht. Ja. Ja. Ja, so ein Holz. Wer denkt die, wer die sind? Die 2,5,7 da? Aber wir gehen gleich trotzdem noch zur Burger-Bude, oder? Ja, können wir mal vorbeigucken, oder? Oder noch ein Törtchen holen? Ja. Wir haben ja Twinkies da. Die Lisa, tut mir leid, die fährt uns überall rum. Ach, die scheint echt eine dicke Haut zu haben. Damals kennst du dich aus, ne? Twinkie vom Stamme der Ledernacken. Wie die einen bei Avatar. Hast du die verschluckt? Ne. Das ist wieder ein Krimmel. Was? Die sind immer in der Lunge. Was? Die Krimmel. Ja. Du musst was trinken. Du musst was trinken. Ja. Oh, da hab ich ja noch was. Wie schaffst du das eigentlich, die Kehle so aufzumachen? Ohne es zu lücken muss. Das ist ein langes Familiengeheimnis. Ich will das auch können. Ich hab mal einen Spucke getrunken. Ich halt mir immer ein bisschen Cola und sauf in den Backen. Oh, das ist echt cool. Wenn ich einen kurzen Zuckerschub brauche. Ja. Nicht. Wenn mein Bauch so weh tut, dann fängst du wieder an. Ich helfe. Hör auf. Jetzt ist schon wieder passiert. Hör auf. Ich darf nicht so doll lachen. Der stinkt. Die stinken alle. Schon den ganzen Tag. Ja. Warst du gestern eigentlich noch duschen? Nee. Ich auch nicht. Aber ich hab Winnie wieder gehört. Der war unter der Dusche und der hat gestaubsaugt. Oh, nicht. Oh, nein. Doch. Doch bloß, der hat den Handstaubsauger mitgenommen. Ja. Was soll der sonst mitnehmen? Ich glaub, heute ist das Football-Spiel. Deshalb kommt der nicht raus. Der wird sich das doch angucken. Ach, Mann. Der Jung. Aber ich hab so einen Rutz in der Nase. Das ist eh gelaufen. Das muss aber. Ja, mach ich das schon die ganze Zeit. So ne Couch hätt ich auch gern zu Hause. Ja. Die hält gut was aus. Und was sagst du zu Los Santos? Ja, ist ein schönes, schönes Örtchen, ne? Paar Assis hier und da. Aber ist auch was Neues, ne? Ja, aber die haben wir ja in Ziegmen auch. In Ritz. Ja. Aber, aber die... So, da bin ich wieder die Dame und der Herr. Hallo. Ja. Hat ein bisschen länger gedauert. War auch eine relativ große Bestellung. Ich hoffe, ihr musstet jetzt nicht zu lange warten. Nö. Gut, dann... Was ist denn das für ein Tier da oben? Ein Berglöwe, der Herr. Haben Sie das selbst geschossen? Nein, das ist noch von dem Vorbessitzer der Lounge. Ah. Das ist aber ein großer Berglöwe. Ja. Ja. Das will ich jetzt nicht verneinen, der Herr. Aber warum nennen Sie mich der Herr? Sie können mich Peanut nennen. Essenssache des Anstands. Ach so, aber wir sind doch quasi schon die besten Freunde. Ja. Schließlich machen Sie Essen. Eben, für uns. Ja, aber das habe ich mir so angeeignet, weil man... Sie sind ja immer noch Kunden im Hause. Schau, Sie, Fußnagel. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Er ging ins Gesicht. Ja. Hast du dir weh getan, Twinkie? Ja, alles gut. Ich habe den in die Tasche gepackt. Ich lasse den nicht hier liegen. Jetzt habe ich den Faden verloren, der Herr. Sie wollten uns bestimmt gerade das Essen geben. Ja, ich gebe Ihnen einfach schon mal das Essen. Sonst hätten sie ja nicht dieses Riesentablett in der Hand. Ich auch. Genau. Ich teile das auch direkt schon mal auf. Das ist eine echt schöne Couch. Wo haben sie die denn her? Das hat die Chefin gesucht, weil ich mit Mode persönlich oder mit Möbeln an sich nichts anfangen kann, der Herr. Das ist eher Aufgabe der Chefin. Ist die Chefin vor Ort? Sie war vorhin noch im Hause. Das ist hier ein grobeneres Etablissement, ne? Also wir versuchen den Gästen stets einen gemütlichen Abend zu bereiten. Das ist hier nicht so ein Assischuppen wie unten in der Stadt. Naja, Assischuppen würde ich das jetzt auch nicht nennen, der Herr. Doch wir wurden da jetzt eine fette Sau bezeichnet. Ja. Aber nicht von den Ladenmitarbeitern, oder? Ja doch, wohl. Von der Kassiererfrau. Da hat es aber nicht die feine englische Art. Nein. Die haben gesagt, ihr frisst uns den ganzen Laden leer und so. Aber Theorie. Also wenn das wirklich der Tatsache entspricht, müsste das die doch eigentlich freuen. So blöd es klingt. Ja, wir wollten nur nur 60 Burger. Doch das ist doch noch gar nicht mal viel, wenn sie wissen, dass manchmal hier über die Ladentheke geht, der Herr. Da hast du das einmal durch die komplette Speisekarte gegessen. Das habe ich auch mindestens zweimal am Tag. Dafür sind es aber gut in Schuss. Der Herr. Nein, nicht, dass ich die esse, der Herr, sondern, äh, also, dass ich die, äh, äh, verkaufe. Aha. Ich ernähre mich eher nur vom Alkohol. Ist gesund für die Leber. Alkohol? Mhm. Ja, in Arizona brennen wir immer selber. Ja. Oh, da muss man aber auffassen, dass man am Ende blind ist. Wie? Wir trinken das doch im Mund. Ja, nee, aber, äh, man soll ja die ersten ein, zwei Ladungen von dem schwarzgebrannten immer, äh, die sollte man nie trinken, weil die quasi am stärksten sind. Die schmecken aber am besten. Ja, aber die sind halt wirklich, äh, vom Alkoholgehalt sehr hoch. Und dementsprechend muss man auch da ein bisschen vorsichtig sein. Ach, das, so was abzukönnen, das wird uns in die Viege gelegt. Haha. Ja. Wir sind hart wie Kruppstahl. Ja. Und Twinkie ist der Fels in der Brandung. Das bin ich. Ja. Ja, ja. Also ich wünsche Ihnen dann guten Appetit, guten Durst. Dankeschön. Und wenn Sie noch was brauchen, einfach rufen, okay? Ja. Haben Sie Eis? Äh, ja, Sie haben Schokoladeneisbecher bekommen, der Herr und die Dame. Mehr meine ich, tut mir leid. Ähm, ja, wir haben noch ein bisschen was im Kühlschrank, ja. Vielleicht nehmen wir gleich noch eine Nachspeise. Das ist kein Problem, einfach dann Bescheid sagen, okay? Alles klar, danke. Ja. Dann, guten Appetit. Danke. Gerne. Auf geht's. Was ist das? Ich mach den Teller fertig. Ich nehm ein bisschen was von allem. Soll ich dir alles auf deinen Schnitzel kloppen, ja? Oh ja, bitte. Okay. So. Oh. Oh, ich liebe diese Aussicht hier. Mein Popo? Ja. Wenn der Mond in dein Ghetto kracht, ne? Oh ja. Geil. Das ist das Auto. Oh, wir werden rausgeschmissen. So, ich mach das hier noch. So. Das riecht gut. Das war heiß. Nehmen wir das hier. Das da hinten noch. Okay. Okay. Da. Oh, danke. Stoßen wir an? Ja. Mit was stoßen wir an? Ja. Mit Maisfolge? Ich würde sagen, ja. Okay. Komm, wir machen einen Wettbewerb. Wer als erstes das Menü fertig hat, okay? Okay. Okay. Eins, zwei, drei. Das ist wie früher. Ich fange bei dem Popcorn an. Und jetzt der Maiskollen. Du bist wie früher. Das gibt ein paar. Wer ist mein Whisky? Noch eins. Noch eins. Jetzt der Eisbecher. Mir wird schwindelig. Besser Pause. Besser Pause. Nicht weitermachen. Du schummelst. Ich hab verloren. Du bist einfach viel besser. Ich lass dich lachen. Komm, du bist so hoch. Twinkie. Twinkie, alles gut? Twinkie. Setz dich. Nehmen sie Platz, die Dame. Ist das Leben nicht schön? Ich bestell schon mal was vor, okay? Was? Ich bestell schon mal im Bürgernladen. Ja. Wie war denn die Nummer Nummer? Gute Frage. Hallo, hier ist Peanut und Twinkie. Hallo. Hallo. Was hätten Sie gerne? Wir möchten gerne was zu essen bestellen. Dann legen Sie mal bitte los. Okay. Twinkie, was möchtest du essen? Noch Twinkies? Wie viele? Fünf. Sieben Twinkies? Ja. Noch was, Twinkie? Ja, ich nehm nochmal zwei Cheeseburger. Einmal mit extra Cheese. Einmal mit extra Soße. Mit extra Cheese und extra Soße. Dann nehm ich so einen Chickenburger, aber ohne Salat bitte. Einen Chickenburger ohne Salat. Dann hätte ich einen doppelten CK-Burger. Einen doppelten CK-Burger dreimal. Und ich glaube noch sechs Käse-Sandwiches. Ja, ja. Sechs Käse-Sandwiches. Und fünf E-Cola. Und fünf Liter Cola. Muss ja irgendwie runtergehen. Und das alles mal zwei, bitte. Okay. Liefern Sie auch nach Paleto? Äh. Oder können wir das gleich abholen? Das könnten Sie gleich abholen. Dann kommen wir vor Ort essen und abholen. Perfekt. Wie lange haben Sie denn noch auf? Wird so eine halbe Stunde. Wird aber zehn Minuten dauern. Also das Essen dauert. Okay, wir sind unterwegs. Alles klar. Wir haben großen Hunger. Aber erst mal muss ich das Loch in meinem Magen. Okay. Dann sind Sie bei uns perfekt richtig. Okay, bis gleich. Bis gleich. Bye, bye. Nein, das Essen. Bye, bye. Aber da fällt die Hälfte raus. Ja, die machen eine halbe Stunde schon zu. Ja, ja. Oh, du musst auch zu lehnen. Ich bin gleich durch. Was sind das da, das Essen? Damit können wir eigentlich eine Woche eine normale Familie ernähren. Oh, und jetzt alles nochmal runterspülen. Jetzt heute Schoko-Eis. Darf ich den Mundwinkel auslecken? Ja, hier. Wir haben jetzt, wir könnten wegrennen. Dann müssen wir nichts bezahlen. Ich glaube, Lisa wollte zahlen. Oh, Lisa zahlt? Mhm. Ich glaube, die mag uns hecht. Ich weiß auch nicht. Weiß die denn, was wir alles bestellt haben? Die arme Frau wird arm wegen uns. Okay, ich bin fertig. Ja, dann sollten wir uns auf in die Stadt machen. Weißt du was? Ich habe noch ein Mettbrötchen. Das ist an dem Mettbrötchen. Und das tut mir auch noch wichtig. Was ist das? Ich war gerade noch was am Besprechen. Wir sind fertig mit Essen. Wollen Sie noch eine Nachspeise oder? Doch, so zwei Eisbecher, wir wollen und nehmen. Oh ja, doch, die gehen noch. Jeweils einmal Schoko und einmal Vanille für beide Personen? Jawohl. Nee, Schoko nur. Ich will Vanille. Also zweimal Schoko und zweimal Vanille, richtig? Ja. Nur einmal Vanille nur. Und einmal Schoko. Ach so, nur einmal. Ja, ja, dann einmal. Einmal. Ich hole dich in einen Moment, bitte. Entschuldigung. Boah, ich bin so ein Ferkel, ne? Das ist zu fast. Der Arzt hat mir eine Bandage mitgegeben, damit tue ich jetzt nochmal auf meinen Kopf drauf. Ich bin mir am Schwitzen. Boah, der Blaser ist abgehauen. Boah, er hat das. Äh, bestimmt nicht. Das würde ich nicht machen. Das ist eine Liebe. Findest du? Ja. Ja, stimmt schon. Ja, was meinst du? Wie lange machen wir Urlaub? Ja, ich weiß nicht Also wir müssen ja auch noch zurückbuchen Und das sollten wir Vorher schon machen So, die Damen, die wollten Schoko, richtig? Ja Dann kommen sie hier Schoko, nochmal auch was zu trinken Dann für den Herrn Vanille Dankeschön Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend Was ist denn der Rechnung? Die möchte ihre Freundin bezahlen Die sich hier hergebracht hat Twinkie Nein, die Dame draußen vor der Tür Ach, Lisa Wie die heißt, kann ich Ihnen nicht sagen Lisa heißt die, die ist Single noch Ja Das runter an den Speck Rall an den Speck Da gehe ich mal mit Lisa quatschen Und ihn aber vor der Aktion ab Wir essen eben das Eis, weil wir müssen den Becher hier lassen Ja Ist eigentlich ein Einwegbecher, den können sie gerne mitnehmen Achso, okay, dann esse ich draußen Einwegpappbecher Also bitte nicht in die Umwelt schmeißen Sondern irgendeinen Mülleimer Ich dachte, wir essen Trost Lassen Sie es nicht wecken Ich habe es nicht ausgeliebt 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 Ich kann nicht mehr Dankeschön, Lisa Gerne, hat es geschmeckt Ja, war super Aber wir haben schon was vorbestellt in der Stadt Ich kenne das Wort arbeiten nicht Er hat was vorbestellt in der Stadt Ja, wir warten gerade noch auf zwei Herren, die mit dem Fahrrad herkommen Was? Oh, mit dem Fahrrad? Ne, war die mit dem Fahrrad über den Fahrhighway fahren Frag nicht, ich weiß es auch nicht Ja, da rufe ich sofort den Sheriff an, ne? Die sind wohl gerade schon gerade vorbeigefahren Sagen die nichts? Weiß ich nicht Ich glaube, die haben gerade diskutiert Gibt es hier eine Toilette? Oh ja, die müsste ich auch mal besuchen Sagen wir zusammen? Ja Guck mal, das Sebastian, erzähl mal die Toilette Ja, mir bitte einmal folgen Danke Oh, das gibt jetzt Gewitter Der Stift guckt schon raus, ich kann schon malen Ich weiß nicht mal, ob du das warst oder ich Ich weiß es auch nicht Verrückt Oh, da komm schon raus Ich hälte aber schnell Oh, oh, oh Geht in die Toiletten Oh, danke Ja Wollen wir Händchen halten? Erstmal die Tür ist zu, sollen wir es einfach hier machen? Ich geh im Gebüsch Oh, das wird jetzt auch nochmal ein Achterbahnfahrt hier Ich bin kurz auf Klo, Alter Achterbahnfahrt hier ist auch mal die Tür Händchen Amen. Ja, die Mila hat auch wohl Stranger. Hört man doch. Spoon, vielen lieben Dank für 5-Gifte-Zapf. Dankeschön an Isoorgism und Frank Bier und Selfcut und Black Mamba und Evolution Gamer. Schwester Krüsch wieder gesund? Ja, ja, die guckt jetzt zu. Auf dem Handy. Die Abenteuer von Big Peanut und Little Twinkie. Wir erobern das Santos. Guten Abend. Hi. Na, wie ist das Essen hier? Erzähl mal. Boah, das ist nicht gut. Das ist doch geil. Das lohnt sich auf jeden Fall hier. Ja, bei 160 Dollar für zwei Teile muss sich das auch lohnen. Ja, aber es gehobenes Etablissement, ne? Ja, man wir. Aber lohnt sich auf jeden Fall, ist der Lecker hier. Das hört man doch gerne, dass es Ihnen gefallen hat, der Herr. Das gibt 6 von 6 Sternen bei Yelp. Das freut mich. Mit gutes Kommentar. Was ist letzter Preis? So, ich will nicht weiter stören. Schönen Abend noch, der Herr. Tschüss. Boah, ich hab ein bisschen länger gebraucht. Du rängst 5 Kilo Leichthaut. Das war aus. Ich war im Gebüsch. Ich hab einfach auf den Boden gemachelt. Moment, ich muss den Architekten anrufen. Wir brauchen das WC. Der braucht auf jeden Fall größte Toiletten. Ja. Ich hab nicht mal durch die Tür gepasst. Ich auch nicht. Gut, die müssen wir... Das schreibt, das tut mir. Reiche ich gleich mal weiter. Da muss der Architekt aber mal Gas geben hier. Ja, ja. Aber der sagt, das Ding ist, das Ding ist. Der hat uns gesagt, der muss das hier einmal alles platt machen und komplett neu aufziehen. Wie platt machen? Wo gehen wir denn dann essen? Ja, das ist dann mal für einen Monat oder so wahrscheinlich dann geschlossen. Dann fahren wir einfach für den Monat. Aber das hat doch eigentlich so ein Name. Aber ich sag mal so, das wird wahrscheinlich in sehr, sehr, sehr ferner Zukunft passieren. Hast du schon den Preis, was du sagen musst? Genau, den Preis weiß ich nicht. Aber ich weiß von anderen Gewerben, da musst du schon 10 Mille einplanen und 5 Mille vorzahlen. 10.000 nur? Nein. Wie darf Schatz so gut kriegen? 10 Millionen Dollar. Ich konnte ja jetzt nicht abputzen. Wie, du konntest nicht abputzen? War kein Handtuch da? Ich kam nicht ans Handtuch ran. Ach, nö. Die Unterwäsche ist immer... Bei dir immer. Ich hab gesagt, beständig ist ein Tele-Shopping-Kanal. Hätt mir mal lieber diesen seinen glänzenden Vorhang gekauft für dich. Ja. Da hätte die Mama was Schönes draus genäht. Apropos Vorhänge, haben die hier nicht welche? Ich hätte euch auch ein paar Schlafen bringen lassen können. Das ist ja ein Thema. Hör doch bitte weg. Was? Lisa, kommen die jetzt nur mit dem Fahrrad? Ich weiß es nicht. Ich glaub schon, aber das dauert ein bisschen. Sind die aus der Stadt gefahren? Ja. Wo waren die, wo die Angruben haben? Das ist ja Sam mit dabei. Den hab ich gestern einfach getroffen. Nee. Was? Nein, nicht mit dem Vorhang. Was? Das kannst du doch nicht machen. Twinkie. Du kannst dich mit dem Vorhang nicht abputzen. Wenn der das sieht, du bekommst Ärger. Hängst du gleich wieder auf. Ja, du hängst die gleich wieder auf. Die hat aber eine ganz andere Farbe dann. Ja, ist das ein schöner Konzept. Hallo, Alfino. Guten Abend. Die schlafen schon wieder an hier. Häng schnell wieder auf. Ich mach hier einfach hin. Bist du verrückt? Hat keiner gesehen? Ist wieder sauber. Ja, ist nicht jeder sauber. Nur weil du das auf links drehst. Das riechen die doch. Quatsch. Oh, das wackelt, aber lieber nicht. Wir müssen in die Stadt. Aber Lisa will auf ihre Freunde warten. Ja, wollen wir uns sonst ein Taxi... Ja, wir müssen. Kannst du ein Taxi rufen? Ja, klar. Wir müssen Lisa aber Bescheid sagen. Ja, hallo, hier ist der Twinkie. Ich bräuchte einmal ein Taxi für Barbecue-Lodge. Äh, ja. Und am besten Großraum, weil wir sind so ein bisschen breitere Menschen. Ja, fett wird manche das auch sein. Aber, ja, wir sind zwei. Wir können das Gewicht auch ausgleichen, keine Sorge. Ja. Okay, danke. Was hat der gesagt? Twinkie! Die kam ja gar nicht klar. Was? Als hätte sie das erste Mal von etwas besser gebauten Leuten gehört. Und hier gibt es wohl echt Rippchen nur. Was? Oh Gott, ich kann nicht mehr. Was ist das schon wieder für ein Tag? Wir haben kaum was erlebt. Wir kümmern uns die ganze Zeit nur darum, dass wir es zu essen haben. Das ist ein richtiger Struggle. So sind wir alles im Kühlschrank. Das soll ich auch machen. Ich habe auch schon wieder Hunger. Ich auch. Ich kann nicht mehr. Ich glaube, du meinst Mike und Molly. Die war richtig gut, die Serie. Die war mega lustig. Twinkie! Geht's dir gut? Oh, ich habe Bauchschmerzen. Aber bestimmt nicht vom Essen. Aber das ist auch Bauchmuskel-Tailing, ne? Ja. Der hat das gut da unten. Ich mag's. Ich mag doch dein Bauchnabel-Piercing. Wirklich? Was haben die gesagt, wie lange die brauchen? Ja, sie macht so schnell sie kann. Ach, ist eine Frau? Ja. Da muss ich ja mal meinen Charme spielen lassen, damit wir nicht so viel zahlen müssen. Ja. Ich glaube, das geht so schon. Wir müssen Lisa Bescheid sagen, ne? Vielleicht kommt die ja noch dahin. Ja. Wenn ihre Freunde hier ankommen. Ja. Ich glaube, wir müssen uns auch morgen mal ein neues Hotel suchen. Ja, ich glaube auch. Das ist schon ziemlich teuer da. Ja. Nicht, dass wir hier nicht wieder wegkommen. Warum? Ja, weil wir alles ins Hotel gehen. Und ins Essen. Das ist ja auch teuer. Ja, dann werden wir kein Geld mehr für das Flugzeug jetzt haben. Es muss nur arbeiten gehen. Oh, fuck. Ich... Boah. Warum? Ich kämpfe wieder zurück in meinen alten Beruf. Ja, aber glaubst du, dass sie mich wieder an deiner aufnimmt? Weiß nicht. Die sind... Letzten, wo wir beide gearbeitet haben, sind pleite gegangen. Ende des Piers hätte ich schon können müssen. Ah, da sind schon wieder die Assoziaten. Guck mal. Komm, wir machen ein Foto von denen. Als könntest du geteilt gewesen. Ich will da jetzt das Fahrrad klauen, aber das ist viel zu weit weg. Du, ich bin auch schon fix und fertig, Leute. Ich will mich gerne mal wieder hinsetzen. Ja, ich auch. Ey, wann waren wir das letzte Mal am Sitzen? Was guckst du? Willst du ein paar in die Fresse? Was gibt's denn da so... Du hast ja nicht mal... Wo sind deine Zähne? Ja, weg. Ja. Schon ein paar oft in die Fresse bekommen, ne? Wir haben gerade gegessen. Ach so. Ach, das ist jetzt euer Verdauungssch... Ja, auch so ein Asozialer. Steht's hier gang. Was willst du? Das ist jetzt euer Verdauungssch... Aber juckt der Kiefer oder was? Sehr gut, sehr gut. So scharf, du Flasche. Ich bin aus einem ganz anderen Holz geschnitzt. Ich komme aus Arizona. Arizona. Du Fuck-Maser. Du Fuck-Maser, du Lutscher. You're on the wrong motherhood, Neighbor Fucker. Ja. Ja, wie sagen die immer? Ja, irgendwie so, ne? Ne, das ist tatsächlich Big Peanut. Das riecht frech. Ich hab die Broschüre jetzt nicht dabei. Ich hab die auch im Hotel liegen lassen. Dumme Assis. Fressen, merk ich mir. Oh, ich glaub, da kommt unser Taxi. Oh, das wird auch... Wir müssen Lisa Bescheid sagen. Ja. Ich will Lisa Bescheid sagen. Okay, Mann. Also... Einen Moment, bitte. So, wenn ich jetzt zu meiner Familie gehöre, dann werde ich immer mit... Lisa, wir fahren in die Stadt mit dem Taxi, okay? Ihr fahrt mit dem Taxi in die Stadt? Alles klar. Wir wollen ja nicht mit die Assis rumchillen. Dann passt auf euch auf, wenn das ist, ruft ihr an. Ja. Oh, ich merk ich mir vor. Küsschen mit Küsschen. Dankeschön, Lisa, bis später. Gerne. So. Oh, können sie einmal aufmachen? Klemmt die Tür. Können sie einen Sitz da vorne machen, bitte? Äh, ja, natürlich, einen Moment. Ja, bei mir bitte auch. Ja, ich ruft vor. Ach, danke. Oh, viel besser. Das ist aber ein schickes Taxi. Ja. Ist aber für kleine Menschen, ne? Braucht ihr eine God-Erweiterung? Nö, wir schneiden uns nicht an. Oh, oh, okay. Wir sind unsere eigenen Airbags. Ja, so. Warte mal, sie sind doch Schlumpfine. Ja, ich bin Schlumpfine, hallo. Von dem Park. Park. Genau, genau. Können sie uns ungefähr sagen, wie teuer die Reise wird? Ja, zu Cody's. Zu Cody's. Ach, sie ist ja. Ja. Äh, warte, das sind elf Kilometer. Schon wieder verschluckt? Ähm. Ja, ich hab diese Krümel immer. Das macht 4.180 Dollar. Ah, je, Mine. Hm, warten Sie mal. Gibt's nicht so Rabatt nach Kilo? Müssen wir ja mehr. Leider nicht, aber ich könnte Ihnen 10% Rabatt geben, da wären wir bei 3.800 Dollar. Das ist schon da hausend mal, ne? Das zahle ich, komm. Okay, alle. Wieder auf Karte, aber, ne? Genau, auf Karte. Stopp. Okay. Okay, jetzt können wir. Fuck. Hier, in der Stadt sind viele Asoziale. Das stimmt. Die beleidigen uns als fette Sau und sowas. Das ist aber nicht nett. Nein, das ist auch nicht nett. Jetzt werden wir uns asozial benehmen, so, Entschuldigung, so wie die. Ich mach mal das Fenster auf, ja? Ah, besser. Entschuldigung. Sie haben aber eine interessante Lache. Geht's Ihnen gut? Der geht super. Bitte schön vorsichtig, wenn Sie fahren. Bitte vorsichtig fahren, wir sind nicht angeschnallt. Das war doch nur ein Pust und kein Lachgas. Mein Kollege, was ist denn hier? Ja, was ist denn? Oh, guck mal hier. Twinkie ist im Fischrestaurant. Hab's gefotografiert. Frau Schlumpfine, geht's Ihnen gut? Der geht super. Oh, guck mal, der Strand. Den haben wir noch gar nicht gesehen. Da ist ein Strand, da können wir uns waschen. Haben wir noch gar nicht gesehen. Was willst du jetzt, Käse? Kann ich dir was Gutes tun? Ich hätte gerne Cola. Popcorn. Wir haben doch schon bestellt. Ach so, wir müssen das nur abholen. Aber Schlumpfine wird uns das Gutes tun. Dann nehme ich hier auch eine Kugel an. Ich kann dir nachher die zu verlieren. Kannst du bitte auflegen? Ich hab schon mal versucht abzunehmen, aber hat nicht funktioniert. Ich glaub, wir kommen heute niemals da an, Twinkie. Ich glaub auch nicht. Ich hab mir wirklich schlecht in die Hose. Nein, nicht in die Hose machen. Oh, das ist uns auch heute schon passiert. Ja, ich hab vorhin Lande in die Hose. Schön ist das nicht. Das kann ich sagen. Oh nein, ey. Geht's Ihnen gut, Frau Schlumpfine? Mir geht's super. Das ist der schönste Tag in meinem Leben. Obwohl ich gepupst hab. Haben Sie ihn vergeheizt? Dann strenge ich mich nochmal. Na, wie gefällt dir das? Der stinkt. Ja, der stinkt immer. Ja, die Frau hat Spaß. Ich hab super viel Spaß. Da gibt's doch bestimmt nochmal Rabatte. Ja, siehst du das? Dein ist ne Kirmes. Da gibt's bestimmt gebrannt im Anden. Ja, das ist das Bier. Mach ein Foto. Ruhe, sonst können wir kein Foto machen. Mann, jetzt sind deine Fettfotten davor. Oh, da hat links das Auto. Wir werden verfolgt. Oh, das hört sich nicht gesund an. Das hört sich nicht gut an. Wir werden verfolgt. Hast du jetzt ein Foto gemacht oder wurden wir geblitzt? Nee, ich hab ein Foto gemacht. Oh, ihr seht's schönes Hotel. Aua, ich kann nicht. Oh, ist ein Schwein im Kofferraum? Wir werden immer noch verfolgt. Schlimm fliehen wir, wir müssen mit ihm abhängen. Druck auf die Tube, Ernie. Das ist nicht gut. Ja, drück auf die Tube. Ich kann nicht. Oh, hier, schon wieder Asoziale. Das ist alles wegen Stinky. Ja, zwei Stinky. Stimmt, zwei. Und ein heimlich. Drei Stinkies. Oh, mein Gott. Du wolltest ja eigentlich nichts sagen. Wieso immer den Johann nicht richtig fach? Oh, was denn hier passiert? Guck mal da. Dankeschön. Hä, was verfolgt ihr uns? Hallo. Warum verfolgt ihr uns? Ich hab meine Adela wiedergefunden. Ich kann nicht mehr sehen. Ich fotografier deine Nummer. Tschüss. Mach das. Wieso kannst du nicht mehr? Ja. Scheiße, ich warte. Ich brauche hier mal schnell. Oh, da ist mir wieder einer. Und wie ich hier noch so... Was ist denn hier Massephase? Das war so cool. Ich berechne euch nur 2600 Dollar. Da, da, da. Entschuldigung, Mann. Twinkie. Ich übernehme die Rechnung, dann ist gut. Warum machst du nicht Rechnung bei mir? Oh Gott. Hey, bist du Zauberer? Äh, nee, tatsächlich nicht. Oder warte kurz, ich guck mal schnell. Ah, hier, bitteschön. Guck mal schnell hinten Hut, ob ich da was Schönes habe. Dankeschön. Ich danke. Nee, scheiße. Komm, du es los. Du hast deinen ganzen Bündel vor Geldscheine weggeworfen. Du hast runtergefallen. Kann passieren. Oh, na, ist so fast das hier. Warte mal, unter deinem Schub gibt da was. Oh, Speckschnütchen. Oh, jetzt wo du schon so stehst, ne? Bitteschön. Oh, dankeschön. Boah, das ist ein ganzer Bündel. Ja? Danke. Ich bin aber Zauberer. Zeig mal. Ganz sicher? Ich kann die Luft zum Stinken bringen. Das musst du mir nicht zeigen. Okay. Das glaube ich dir auch so. Bist du Peanut? Hallo, wir haben bestellt. Bist du Peanut? Ich bin Peanut, das siehst du doch. An meiner Kopfform. Ja. Okay. Was willst du? Willst du keine Presse? Nee. Aber deine Bestellung. Achso, du bearbeitest hier. Ja. Ja, wir kommen sofort rein. Nee, äh, ist... Mach mal Cheeseburger. Ja, sag mal Cheeseburger. Das ist ganz komisch. Ja, Jiggy? Ich glaube, der ist untervögelt. Ich habe mich versprochen. Scheiße. James, Alter, die Fahrt, die war so geil. Die beste Fahrt meines Lebens, was verpasst. Frau Schlumpfine, können wir immer mit dir Takti fahren? Ja, bitte fahren immer mit dir Takti. Ich bin bei euch. Deine Nummer. Oh, ja. Oh, Gott. Das hat sich jetzt komisch angehört, dein Ohr. Oh, mein Gott. Schindel, die Ohr. Nani. Nani, Nani. Oh, okay. Bist du bereit? Ja, ich muss erst so mein Handy aus der Hosentasche holen. Guck mal, wie ich das finde. Oh, du hast mal wirklich draufgepasst, das? Ja, genau. Jetzt der Akku wieder voll. Oh, hier ist es. Frau Schlumpfine. Ja. Fünf, fünf, fünf. So, Fingerz. Eins, drei, vier, sieben. Eins, drei, vier, sieben. Sechs, vier, null. Sechs, vier, null. Ja. Okay, ich lasse gleich klingen. Ja, und? Ja, und? Ja, und? Adela, die Bromann kann ich nicht mehr tun. Willst du alles, äh, alles haben oder aufgeteilt? Ich nimm alles. Hast du genug Platz in der Tasche? Ich stelle hier Autokorrektur einfügen. Bitte hier Autokorrektur einfügen. Oder soll ich es doch aufteilen, wenn es schon eine große Menge ist? Nö, 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 ich nimm alles. Okay. Entschuldigung. Seid ihr da noch hier? Ich werde kotze Kunden abholen. Gleich kotze ich aber, ne? Ich werde so weitergehen. Dankeschön. Mach das. Ich wick so wahnsinnig, Adela. Wenn was ist, ruf durch, was? Ja. Ist der Würfelkopf oder bist du denn hier? Buch, okay. Ich weiß es doch nicht. Okay, cool. So. Bitte schön. Das macht dann. Ich bin richtig wieder überfordert. Renn, Twinkie, renn. Renn, Twinkie. Nix bezahlen. Renn. Ich bin schnell wie der Wind. Du kriegst mich nicht. Scheiße, wohin? Ich kann nicht mehr. Renn, Twinkie. Leute, ich hab ein Date gleich. Wollen wir das nicht mehr verkürzen? Oh mein Gott. Rennen wir zurück. Wir müssen noch bezahlen. Wollen wir noch Verlieter rennen? Hilfe. Hilfe. Oh mein Gott. Ja, lauf dir fetten Schweine. Boah. Was hat die gesagt? Rechnung. Wartig. Warum, warum, hä? Ja, wie viel kriegst du denn? Ähm. Heiliger Bumbum. Ähm. Leck mich am Arsch. Danke, nein. Ähm. Ja, Costa Quanta. Costa Quanta, gerade, warte. Äh, gerade ein Problem mit der Liste gewesen. Moment, ich muss kurz gucken. Das waren... Waren das zwölf Twinkies oder siebzehn Twinkies? Guck mal bitte nach. Vierzehn. Vierzehn Twinkies. Das waren dann zwölf Grillcheese, wenn ich mich noch in erinnere. Ein, zwei, drei, vier. Das waren elf Grillcheese. Okay, äh, dann wie viele Baconburger oder Seekerburger? Ähm. Was war denn da nochmal drauf? Ähm, ah ja, stimmt. Da war ein Cheeseburger mit Doppelkäse und extra Soße. Das waren... Ercheckt mich, ercheckt mich, Uge. Komm, sag mal. Wie viele was? Wie viele Cheeseburger. Ähm. Ach. Warte. Drei. Drei Cheeseburger. Hast du da noch was? Wie viele, äh, Seekerburger? Fünf. Ich platz gleich. Was hast du noch bestellt? Du hast sonst nix. Glaube ich. Dann wären es 1270 Dollar. Okay. Ich kann nicht mit Karte zahlen. Hast du es bar? Bar? Ich hab glaube ich... Boah, da muss ich zählen. Warte. Ein. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Nullen. Zehn. Elf. Zwei. Hey, hey, hey. Du schmeißt dich weg. Hehehehe. 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 Und jetzt hab ich mich verzählt. Verleg? In meine Hand. Jetzt hab ich mich verzählt. In meine Hand. Nicht weg. Ja, toll. Das hättest du auch mal vorher sagen können. Ja. Wie viel ist die Rechnung? Eintausend zweihundert siebzig. Ja. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Oder ich hab ein Bates. Elf. Halt die Klappe. Ich verzähl mich sonst. Waren es jetzt elf oder zwölf? Äh. Warte. Ich kann dir genau sagen. Es waren. Zwölf. Dreizehn. Vierzehn. Oh. Boah. Du hast mich erschreckt. Boah. Ich schreck mich doch nicht so. Wie viel haben wir schon? Äh. Äh. Warte. Eins. Zwei. Drei. Fünfzehn. Den Rest zahl ich mit Karte. Äh. Äh. Ja. Moment. Das sind dann... Neunhundert Dollar. Nein. Was soll ich rinnen? Nein. Wirst du wieder im Kreis furzen? So. Und. Das. Und. Das macht dann 2005... Wie zweit? Eintaus. Warte. 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 Irgendwann weg. Was mit deiner Freundin? Die rennt auch weg. Du hast ihr Essen. Da vorne. Da vorne läuft er. Abgeschlossen. Der Chef. Du bist... Ja. Der will mich über den Tisch ziehen. Der sagt erst die Rechnung ist 1000 noch was. Dann sagt er 2000. Ich habe mich versprochen. Es tut mir leid. Das sind 1255 Dollar plus das Geld, was du mir wahrgegeben hast. Da wird schwütend. Entschuldigung. Können wir uns kurz dort drüben unterhalten? Ah, hier. Oh. Ähm. Ja. Was muss der Herr denn jetzt zahlen, Jacob? 1255 Dollar. Bitteschön. Dann ist das doch ganz einfach. Dankeschön. Aber erst hat er 2000 gesagt. Ja, man kann sich ja mal versprechen, der Herr. Ne? Sie müssen dafür Verständnis haben, wie wir, äh, ne? Wir stellen nicht nur Menschen mit Schulabschluss hier ein bei uns. Ich komme gerne zu euch, ne? Autsch. Aber gestern wurde ich als fette Sau beleidigt bei euch im Laden. Jetzt will der mir über 2000 Dollar abnehmen. Und dann auf einmal doch nur 1200. Ich fühle mich echt diskriminiert. Von unseren Mitarbeitern? Ich hab'n Date. Na, gestern war's kein Mitarbeiter. Das war so'n Assi. So'n... Jetzt sehen Sie, da können wir leider nichts dafür. Ja, aber ich bekomme Ärger. Wir sind hier, ne? Auch in einem Brennpunkt, so. Hier können natürlich auch assizialer Menschen leben. Ich bekomme Ärger, weil ich zu Ihrem Mitarbeiterin sag, dünnes Mädchen und nicht dummes Mädchen. Aber wenn mich jemand als fette Sau bezeichnet, der bekommt keinen Ärger, ne? Wer hat das denn gesagt? Ja, so'n Assi mit so'ner Farbe, mit so bunten Klamotten. Der hat ne weiße Brille aufgabe. Ja, dann müssen Sie sich beim nächsten Mal, wenn Sie bei uns im Laden sind und da beleidigt werden, müssen Sie sich einfach beschweren. Ja, aber Sie wissen doch nicht mal, wer das war. Dich merke ich mir. Dich merke ich mir. Dich stings mich nicht. Ach, Speckschnütchen. Ja, die heben sich schon wieder auf. Da wird dir der Hund in Pfannen vermutet. Da mussten mir zwar einmal die zwei strammen Typen da hochhelfen, weil ich ganz fertig war. Die möchten dir hochhelfen. Hier, Twinkie, Schatz, ich hau sie. Da ist der Chef in der Bude. Der wollte mir für 2000 Dollar abnehmen, der Arbeitssache. Wieso das denn? Ja, weil er nicht rechnen kann. Das ist aber nicht gut. Weil Sie so ein guter Kunde bei uns anscheinend ja sind, kriegen Sie in Ihrer Begleitung hier mal. Wollt ihr Muffins? Ich hab dich lieb. Dankeschön, ich hab dich sehr lieb. Du bist mein allerbestester Freund. Ja, mach ich für euch. Oh, danke. Sollten wir jetzt eine Freundschaft an deine Tücher kaufen, so, aber... Wir sind viel zu gut zu uns. Ich hab auch noch Nuss, Elton. Hier, bitteschön. Oh, mein Gott. Oh, da kam Land mit. Da kam Land mit. Habt ihr eine Toilette? Oder war ich da? Habt ihr vielleicht eine Toilette? Ähm, ja, die Straße hier runter. Ja, komm mit. Ja, komm mit. Ja, komm mit. Na gut, ich hab Feierabend. Lasst euch das Essen schmecken. Ja, danke. Ich kann nicht so viel laufen, sonst fängt's an zu brennen. Ja, da vorne im Gebüsch. Ich mach das schnell. Wir sind nur Assis unterwegs. Ja, aber ey, die Jungs haben mir gerade echt gut geholfen. Ja. Geh mir in das Gebüsch. Ja, hier komm. Einmal Bökenhund und an was Warmes denken. Okay. Ja. Oh. Ja, du hast gesagt Böken. Na dann. Hui. Und Chiri? Nein, nein, nein. Ein Sexy Time? Nicht jetzt wieder. Okay. Oh, das ist aber ein Knuppen. Nein, wir knutschen nur, ne? Ja. Ja. Wir knutschen nur. Oh, das stinkt. Oh. Das muss stinken. Warum ist es doch an meinem Fuß? Ja. Kennst du noch den Whistlepeep? Den was? Den Whistlepeep? Nee. Wir werden beobachtet. Ah, hab ich was gehört. Ich hab Taschentüter und eine Windel besorgt. Alles gut, wir kommen klar. Nein, komm mir ja nicht ins Gebüsch. Moment, ich mach noch sauber. Komm mir ja nicht ins Gebüsch. So, guck. Das ist waffenfreie Zone. So, einfach ein bisschen weiter nach vorne bücken, bitte. Nein. Dann muss ich ein bisschen auseinanderdrücken. Okay. Dann hab ich wieder rumpeln. Ist alles gut. Lass dein Twinkies gut. Okay, ist schon sauber, Fiete. Nein. Das ist das nicht so sehr. Halbeschütterd hat gedacht, ich geh jetzt in eine Sexpämie, alter. Unicorn, halt small, alter. Ich sag's dir, das war nicht von schlechtem Held, Mann. Sehr gut, danke. Alles wieder in Ordnung. Oh Gott. Ja guck mal, riech mal. Ich hab gegessen. Wieso? Warten, lass da vorne. Alter. Oh Gott. Echt jetzt? Oh, ich hab auch Hunger, ey. Ne, ich hab doch grad bei dem Börgerladen die Sachen abgeholt, hier. Wir können auch noch zum Kaffee in Nura fahren, da könnt ihr noch nachtisch holen. Bei den Kuchenladen? Bei, bei Kaffee Nura am Würfelpark, da könnt ihr euch noch nachtisch holen. Ja, wir haben nur, ich hab nur ne ganze Torte bei. Das haben wir halt schon. Na ja, gut, ne? Da kam man ja öfter hin, ne? Ja, das stimmt. Daher dein 2 Liter Cola. Sehr gut. Ja. 5 Cool Cheese. Ja. Boah. 7 Twinkies. Ja. Wie, wie lange reicht so ein Essen bei euch? Spunde. 2 Twinkie-Burger. Ich bin geputzt, das sag ich wieder. 2 Cheeseburger. Und dann habt ihr wieder Hunger? Komm, sei leiser. Dankeschön. Ich kann auch tanzen dafür, das ist kein Problem. Hier, mach ich gerne. Ich kann auch tanzen. Zeig mal. Was, soll ich tanzen? Ja, ich möchte tanzen sehen. Warum? Du willst dich nur für uns lustig machen. Nein. Na klar. Nö, will ich nicht. Okay, komm ganz langsam rein. Okay, cool. Komm, wir crewen zusammen hier ein bisschen. Guck. Ist schon anstrengend. Ja, das machst du gut. Weiter, weiter, komm. Und dann den hier. Oh ja. Ja. Da muss ich ja mittanzen. Und dann give it to me, baby. Aha, aha, give it to me, baby. Yeah. Ich mach nicht mehr weiter. Das musst du mal machen. Was ist das? Wie heißt der Tanz? Du musst die Hüfte zweimal schwingen. Hüfte. Na, zweimal den Hüft schwingen. Jetzt wird man seine Speckdittchen fackeln sehen. Ja klar, das ist mein Fähig. Jetzt wirst du bedient. Boah. Boah. Geil. Da ist der Pharma-Dance. Du musst an dem passieren jumpen so, weißt du? Oh, oh. Das ist dieser Gangster-Walk. Ne, den würde ich nicht machen. Hier bist du abgeschmackt. Ja. Nein. Komm, wir gehen zurück zum Laden. Braucht ihr schon wieder Essen? Ne. Aber ein bisschen in Gesellschaft. Kannst du uns hinfallen? Natürlich. Schon ziemlich weit, ne? Ja, ich weiß. Das ist wirklich weit. Ach, ne. Jetzt müssen wir Twinkie aufheben. Oh. Oh, okay. Ja. Einmal hoch, bitte. Und. Zwei. Drei. Oh, verdammt. Einmal aufmachen. Ich weiß gar nicht, was sie hat. Frau Schönfine. Ja. Davon hat uns gerade jemand beleidigt. Ein Mädchen. Wen soll ich auf den Maul hauen? Da, die mit dem orangenen Oberteil. Die hat so gesagt. Lauf, du fette Schwein. Huck hier, die knüpfe ich mir vorher. Oh. Wo ist meine Zange? Da. Oh. Oh. Ich kann nicht mehr. Oh. Oh. Wo hast du das Ding her? Ich bin echt fix unfett. Das ist meine Rohrzange. Hast du einen Moment Telefon? Da, Chef. Der Herr Chef. Der Herr Chef. Ja, der Herr. Die hat mich auch gerade beleidigt. Hat gesagt, lauf, du fette Sau. Warum kriegt die keinen Ärger? So höflich ist das nicht. Weißt du, wir sind dick, aber du bist hässlich. Wir können abnehmen und du bleibst so. Aber du kannst auch Schönheits-O-B machen. Deine ist nicht mehr hässlich. Kann die nicht, da kannst du nichts mehr retten. Oh doch, aber ich glaube bei euch ist es nichts zu retten. Sieht aus, als wäre ein Flugzeug in deine Fresse geflogen. Ja. Ja, davon kann ich mehr als 20 Meter laufen. Na und? Ja, ich habe eine Aufgabe. Aber bei uns bleiben wenigstens keine Autos am Rand stehen und hupen und fragen wie viel. Das ist so lowly gentlemen. Ja, ich will auch keine haben. Ich brauche den Kreuz. Wir sind hier die besten Kunden. Fahr bitte zu lowly. Ja, richtig. Deswegen muss ich mit ihnen dann kurz eine Kundenbefragung machen. Mit uns? Ja. So, wer hat dich hier Fett genannt? Was war das? Warum nennst du die Fett? Genau. Bidi, hast du noch Ideen für den neuen Laden? Ja, man kann auch übergewichtig sein. Das klingt ja schon netter. Ja, aber doch nicht fett. Ich sagte auch nicht, du bist hässlich. Ist die aber. Ja, aber das sage ich ja ihr nicht so offen ins Gesicht. Ich würde es umschreiben. Genau, wir lästern wenigstens hinter den Brücken. Das war ja nicht meint. Und dann wärst du das nicht ins Gesicht. Ich kann was dagegen tun. Ihr nicht. Ach ja, was denn? Hä, ging es hässlich sein? Na, da hilft nur eine OP. Hast du dir ein bisschen Persilie in die Fratzen? Denkst du, du bist hübsch dann? Ja, da würde ich auch lachen. Und halt mal die Hand vom Mund. Stink nach Schwan. Nee, du stinkst. Fett Schwan. Du stinkst. Der hat schon wieder Gleitschwan. Hi Niko. Aber die können auch was machen. Die können abschneiden. Du kriegst einen mit den Rohrzangen über den Dotz gehauen. Ah ja. Genau. Blöde Kuh. Deine Schwester hat oder deine Freundin. Ich weiß gerade was das ist. Das ist meine Torte. Meine Torte hat. Aber wir lassen dich hier. Ja komm, wir gehen zu deiner Torte. Weißt du was ich kann? Am Arsch lecken. Dumme Kuh. Hast du mich nicht, weil ich hübsch bin? So eine Bekloppte. Oh Gott, ist das... Ja, einfach irgendwie so eine kleine Billigkarre reicht schon. Das ist Fettshaming, was die macht. Ja. Ja, aber kaufen wollen wir nicht. Nur leiden. Nur leiden. Wir wollen doch nur was essen. Auf dir ein Auto. Ja. Ja. Mal schauen. Wir wollten uns eigentlich ein Klaus leihen. Ja. Alles klar. Danke, Nico. Ach du bist zum Telefonieren. Tschüsschen. Ich ruf jetzt den Sheriff an. Äh. Nee. Also. Warte Fatsch. Hallo Sheriff. Hi Officer Riley. Aber was kann ich für Sie tun? Ja. Wenn mich jemals als fette Sau beleidigt, kann ich die Person anzeigen? Letztlich haben Sie die Möglichkeit dafür, ja. Und wie mach ich sowas? Dann müssten Sie halt zum PD kommen und uns das melden. Ja, ich hoffe. Oder halt zum DSP. Ja, das kennen den Namen der Frau nicht. Das ist ein anderes. Aber die steht hier. Die steht hier noch. Ja. Dann müssten Sie versuchen den Namen rauszukriegen, damit wir eine andere Anzeige stellen können. Weiß jemand wie die Frau heißt? Jess. Und Nachname? Mit den Orangenen dahinten. Ja, mit dem Orangenen. Hast du auch Nachnamen? Balili oder so. Keine Ahnung. Jess Balili? Okay, ich versuch den Namen rauszufinden. Sheriff. Ja, Officer. Aber okay. Versuchen Sie es. Machen Sie sich stau. Können dann gerne zum SD oder zum PD kommen. Okay, Officer Sheriff. Jo, schönen Abend noch. Schönen Abend noch. Die heißt Jess Balili? Ich weiß nicht, ob die Balili heißt. Ich hab Vanille verstanden. Nee, nee. Ich glaub, die heißt nur Jess. Aber nachname weiß ich nicht. Kannst du dir die nicht mal klären, also so tun? Nein, du bist doch ein Bruder, oder? Ich könnt mir vorstellen, dass die Balili oder so heißt. Wenn ich hier so... Guck dir mal so Fernseher zu Hause. Irgendwelche Streamern zu und so. 1, 2, 1, 4. So fünf Scheine hin, die. Kannst du die verkloppen für uns? Boah, da hättest du mir auch eigentlich nur einen hinlegen müssen, ne? Aber fünf. Du bist es doch wert, oder? Ich leg dir noch ein Muffin oben drauf, okay? Kannst du da voll einen auf den Dot zauen? Ich muss kurz den Dollar aufheben. Mach ich aber dann ein Foto. Mach Foto schnell, Twinkie. Ja, jetzt komm mal kurz her, bitte. Ja, jetzt komm mal kurz her, bitte. Warte. Mach du Foto, Twinkie. Ja, jetzt. Kurz, ganz kurz, nur eine Sekunde. Guckt eigentlich seine Windrass auf. Runde, komm du doch her. Nee, ich muss was mit dir unter vier Augen klären. Oh, das scheint, als hätte die den Braten gerufen. Wie das nur. Ja, weiß ich auch nicht. Ich muss es tun. BAM! In der Fresse. Ohohohoho. Vertreff hier alle. Sehr gut. Danke. Ja, ja, kein Problem. Danke, du starke Asozialer. Ja. Ja. Ihr seid ja doch nicht so. Ich bin stolz drauf. Ihr seid ja doch nicht so, solche Penne. Noch mal. Jetzt noch mal. Ja. Okay. Warte mal, warte mal. Ich hab den maximalen Brip vergessen. Äh, warte kurz. Schick das hin. Warte so. Boah, Hammer. Warte, warte. Ich muss noch. Siehst aus wie ein Lutscher. Ich weiß, ich weiß. Warte. Jetzt. Boah, der hat auch einen Knaller. Alter. Respekt. Ja, ja. Ich hab auch einen Knaller. Ein Bild von uns, bitte. Ich hab auch einen. Happy Note. Ja, ich mach ein Bild von uns. Warte, warte. Ich muss aber ein Stück zurück. Warte, für den maximalen Drip. Für den maximalen Drip. Für den maximalen Drip. Bin noch jemand aufs Bild drauf? Ja, ja. Ja, ja. Gang, gang. Twinkie, was machst du da? So. Los, ich bin voll Gang. Sagt mal Cheeseburger. Los. Ich muss auch noch cool posten. Ach so, du auch noch. Bacon Burger. Cheese? Nein, nicht Bacon. Wer hat geredet? Aber Bacon ist leckerer wie Cheese. Oh. Die hält ihre Brüste. Kannst du machen, dass Milch rauskommt? Ja. Weiter nicht. Okay. Cheeseburger. 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 Frenz Pommes. Bacon Burger. Cheeseburger. Warte, ich mach noch so. Okay. Noch eins? Ja. Jetzt, jetzt, jetzt. Warte, so. Warte, so. Oh. Jetzt hab ich Schild an was zum Gucken. Da muss ich ranzoomen. Zeigt mir euer schönstes Lächeln, auch wenn ihr keine Zähne habt. Guck mal. Ich kann auch. Vor allem der Asozialer. Wie bist du bot? Da zoom ich ran. Da zoom ich ran. Da zoom ich ran. Bauarbeiter-Dekolleté. Oh. Nicht zu nah. Geh weg. Der Asozialer. Können Sie bitte weg? Okay. Oh nein. Okay, reicht. Das ist super. Gibt es noch mehr Sehenswürdigkeiten in Santos? Wart ihr schon mal beim Observatorium? Also ich wurde schon mal untersucht, weil ich hatte so einen Pickel am Po. Aber ich mach euch eine kostenlose Stadtrundfahrt. Ehrlich? Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Entschuldigung. Ich muss noch zum Krankenhaus. Ich brauch noch Tapette. Ja. Ich fahr euch zuerst dahin und dann kühlt weiter. Aber ich mein Ibo Flam für den Typen hier. Ibo? Ich kenn den Ibo. Echt? Der wohnt auf den Palmen, ne? Ja, ja. Ich kenn den auch. Und wie heißt du? Halt die Schnauze. Halt die Schnauze. Hallo, halt die Schnauze. Ich wollte eigentlich da sitzen. Twinkie. Ja. Twinkie, ich wollte eigentlich da sitzen. Aber da... Ne, komm, ich geh auf der anderen Seite. Komm. Ne, jetzt hab ich mich schon bewegt. Okay. Ich hab den Sitz vorhin nie eingesessen, weißt du? Der Typ, der hieß halt die Schnauze. Krasser Name. Ja, die Asozialen haben komische Namen. Ja. Kann man denn sein Kind halt die Schnauze nennen? Das hat so oft geschrien. Ich würd's komm her, geh weg nennen. Dann weiß ich nie, was tun soll, wenn ich es rufe. Oder Toaster. Oder Satellit. Du kannst es auch Kevin nennen einfach. Kevin ist aber ein cooler Name. Hahaha. Ja, gut. Vergleich zu denen. Kann mir bitte mit Licht fahren, weil ich hab Angst. Ich fahr doch immer mit Licht, ja. Also hier kennen wir, ne, Twinkie? Bleh. Entschuldigung. Prost. Keine Sorge, alles, was keine Miete zahlt, muss raus. Ne, das soll mein Frusch, den hab ich in der Tasche. Das ist mein Glücksfusch. So, dann gehen wir mal rein hier. Ach ja. Boah. Hier Tabletten holen. Boah. Boah. Soll' wir Händchen halten? Hahaha. Ich lebe auch. Ich kann wieder normal laufen. Tut nicht mehr. Wir brennen nicht mehr. Haha. Äh. Brauchst du Babypuder oder so was? Was haben die hier bestimmt auch? Warte mal. dass hier Parken verboten ist? Hier ist Parken verboten? Da solltest du vielleicht ganz schnell losdießen, oder? Ja, soll ich mal den Sheriff rufen? Pass auf, sonst hat die Kauleiste gleich Kirmes. Hallo, Mr. Security-Mann. Hallo. Oder sind Sie ein Doktor? Nee, nee, Security war richtig. Ja. Hättest du mal aufgepasst in der Schule. Soll ich dir in dein Taschentuch gehen? Ja, bitte. Danke. Bitteschön. Das ist ja nicht außerhalb. Wenn du es nicht siehst, kann ich dich auch abdopfen. Ja, bitte. Ich schaue ein bisschen hoch, ja. Danke, sehr freundlich. Oh, hast du geschlabbert? Nee, mein Doppelkind schwitzt schon. Aber ich finde es voll süß. Oh, wie leid das geht. Ja, was geht ab? Wer bist du denn? Hä, wir haben hier gestern am Stackautomaten gestanden. Du, du in der Futterkasse. Ach, stimmt. Was gibt es denn da schon wieder zu lachen? Ich habe Hunger. Ich bin ein fröhlicher Mensch. Ich brauche unbedingt eine Tablette. Was für eine brauchst du? Für Bauchschmerzen. Ich muss nämlich die ganze Zeit unkontrolliert. So, Entschuldigung. Oh, joi, joi. Ich kann nichts dafür. Oh Gott, wo ist denn hier die Toilette? Ich pipi mir gleich die Hose. Nach einem Fall, eine Hose wird warm. Da sparst du ganz viel Heizkosten. So machen wir das immer, ne, Twinkie? Ja. Oh, die ist umgefallen. Oh, das geht nicht. Ich wollte Sau mal sagen. Oh Gott, ich lege mich dazu. Oh mein Gott. Das gibt uns kein Gut jetzt. You're not prepared. So wie Elie dann immer gesagt hat. Jetzt geht's ab. Oh, ich komme. Ich seh nix. Ich bin blind. Also, wie kommen wir jetzt wieder hoch? Also, ich komme ja hoch. Irgendwie habe ich nichts. Kann das so in Ordnung? Ja. Hilfe, wir sind umgefallen. Wir kommen wohl nicht mehr hoch. Also, ich komme hoch. Aber die kann nicht mehr. Wir brauchen hier mal einen Abschlepper, sonst kommt er nicht hoch. Ich schiebe sie zurück ins Wasser. Können Sie mir helfen? Oh, guck mal. Warum den kleinen Karten bitte hochhelfen? Können Sie mal mit anfangen hier? Ja, komm. Komm, bitte. Oh. Oh. Oh, hier ist der Kolsch. Oh, den Stellen. Oh, danke. Da schwitzt mir schon wieder das Doppelkirchen. Oh, oh. Passt lieber auf. Ich versuche es. Nein. Oh, gleich steht es wieder. Könnt ihr die ganze Karte auf die Hände bringen? Sonst passiert doch nur ein Unglück. Das ist schon passiert, dass ich geboren wurde. War doch nur ein Leiser. Oh, das ist aber die gefährlich. Oh mein Gott. Oh, mein Gott. Ist hier eine Leichenhalle oder woher kommt der Geruch? Sind Sie nur Security oder Mediziner oder sowas? Ich bin Security. Warum hat denn die Frau keine Hose an? Ich habe eine Hose an. Ach ja? Aber da, das D-Shot ist länger als meine Hose. Können Sie dem bitte was gegen seine Pläungen geben? Äh, ich bin Security. Dann hier. Ich bin Psychologin. Kann man das denn auch psychologisch bleiben mit seiner Pläungen? Äh, nee. Ich glaube nicht. Kannst du mitkommen? Schon finde ich Schäme. Ja, ich komme mit. Äh. Oh, warte. Warte. Ja. Hier. Kauf dir was, Bruder. Äh, äh. Gib mir das Geld. Oh. Was? Äh. Entschuldigung. Oh, Alter. So, nee, warte. Das war eine andere. Oh, excuse me. Hallo? Ja? Sind Sie Ärzte? Nein. Sind Sie Security? Wo kommen die Männer immer her? Ja. Security? Security? Ja? Könnt ihr auch Karate? Doch nicht. Sag mal Karate. Nein, sag mal Tomate. Scheiße. Deine Oma kann Karate. Mann, du versuchst mit dem Witz. Ich brauch unbedingt einen Eindruck. Dann einmal bitte da vorne bei der Leitstelle anmelden. Hier, da, der weiße Mann da. Der weiße Mann. Der war nie gut zu mir. Danke, ich hab Geld. Oh, hallo? Einen Moment bitte. Okay. So. Ich glaub, dem ist nicht mehr zu helfen. So, Sie sind da hier getragen. Bitte einfach einen Moment warten, bis ich ein Arzt für Sie haben. Okay. So, was ist los bei euch? Ja. Ich hab schon den ganzen Tag böse Bauchrauben. Ah, der Portschruss. Nein, nein, die Klippe schreit das nicht so rum. Was ist? Ich muss den ganzen Tag schon putzen. Okay, Sie haben Blähungen. Mein Bauch tut weh. Und er hat's vor schon mal eingekackert. Alter. Ja, heute schon zweimal. Gut. Hättest du ihn im Perso für mich? Doch, den muss ich aber auf die Arschdasche ziehen. Sie müssen ihn mir nur vorhalten. Ich muss ihn nicht angreifen. Keine Sorge. Vielleicht musst du ihn aber rausholen aus dem Portemonnaie. Ja, machen Sie. Oh Gott. Wenn ich dir helfen soll, sag ich bitte. Danke sehr. Sie sind eingetragen. Bitte nehmen Sie direkt Platz. Entschuldigen Sie, wo ist Ihre Toilette? Wenn Sie direkt durch die Wort... Entschuldigung. Oh, Entschuldigung. ... die Wortbeetür gehen und dann rechts. Okay, danke schön. Du machst uns aus. So, wir gehen erst mal auf Toilette. Wo ist das Klo? Am besten an mir vorbei. Ich hab da so ein Problem mit... Wo ist meine Frau? Schlumpfien, kannst du meine Frau suchen? Ich such schnell Toilette. Ich brauch die. Oh, das ist der Schwabbel. Ja. Ey, du. Ja. Was machst du hier? Was ist hier bitte hier? Was ist hier bitte hier? Machst du hier, willst du eine Fresse? Was ist hier los? Ich frag nur. Schau mich hier von der Seite an. Ja, ich frag. Du hast vorhin einen Dollar weggeworfen. Kannst du mir den wieder auch... Damit du dir was zu essen kaufen kannst. Ja, du bist ja gut genähert. Da. Oh, danke. Warte, das ist doch nicht alles. Da. Oh, danke. Jetzt geh mich auf den Sack, verpiss dich. Ja, danke dir. Jetzt klatscht das gleich. Ja, geh mal zu deiner Magenverkleinerung. Ja, ja. Ich krieg ne Magenverkleinerung? Ich hab eh kein Kleingeld bei. Oh Gott, das nehm ich hier. Der plündert dir jetzt Essen. Äh, Moment. Hallo, wie geht's dir heute? Quatsch du mich an, du Dicken. Das? Willst du auch was haben? Ich hätte jetzt mein Essen geteilt, aber wenn du mir jetzt so kommst... Willst du auch was haben? Ja, ich bin auch was haben, willst du? Ja? Wie kann man ihnen helfen? Kann ich aber nicht kommen. Mein Kleingeld ist reingefallen. Kleingeld? Ja, da, das liegt da. Und da ist ne Scheibe. Ne Scheibe liegt da. Nein, hinter der Scheibe. Wie viel haben sie denn reingepackt? Boah, fünf Dollar. Fünf Dollar sind aber kein Kleingeld, ne? Ja doch, klar. Kleingeld. Ich krieg's nicht raus, meine Hand passt nicht rein. Gebe ihnen jetzt das Geld und dann lassen sie bitte den Automaten in Ruhe und unser Hausmeister wird sich später darum kümmern. Dankeschön. Ich glaube, es waren 20 Dollar. Ja, ich glaub eher nicht. Aber jetzt bitte vom Automaten weg, ja? Warum? Ich hab Hunger. Dann vielleicht den anderen Automaten nehmen, hm? Ach komm, sei nicht so gestrisst. Komm, ein bisschen Liebe vom Big Papa. Nee, nee, danke. Nein, danke. Warum nicht? Bitte, weil ich im Dienst bin. Kannst mich nicht, weil ich schön bin. Das hat mit Ihnen gar nichts zu tun. Ich bin im Dienst und da, äh, ne? Bin ich im Dienst. Sind Sie ein Chinese? Warum? Weil Sie sehen asiatisch aus. Und alle Asiaten sind Chinesen? Ähm, ich weiß nicht. Eine Japanerin, eine Frau Japanerin. Deine, deine Frau kommt gleich. Sie hat sich noch ein Auto geklärt. Ich glaub, ich hab hier was Schlimmes gesagt. Ich bin mir nicht sicher. Wie, du hast was Schlimmes gesagt? Ich hab gefragt, ob die Frau ein Chinesen ist. Da fragt man, ob sie Asiaten ist. Sind Sie eine Frau? Entschuldigung. Oh mein Gott. Ich kenn mich nicht so gut aus. Ja, alles gut. Aber bitte jetzt den Automaten in Ruhe lassen, ja? Ja, okay. Können Sie meine Frage beantworten? Ich wollte nicht rassistisch rüberkommen. Nein, ich bin keine Chinesen. Ich kenn sie nur aus diesen Cartoons. Mhm. Ist das so? Ja, die Chilen immer haben die Zunge so raus. Und die verkaufen Badewasser. Setzen Sie sich einfach hin. Es wird sich gleich ein Arzt um Sie kümmern. Okay. Bei Naruto. Sie sind alle unfreundlich, ne? Ich glaube, ich stelle immer die falschen Fragen. Dabei will ich nicht böse sein. Ja, die kenn ich, kenn ich. Wolltest du schon wieder den Automaten blündern? Ich hab einfach gesagt, mein Kleingeld hat der geschluckt. Dann hat die mir 5 Dollar gegeben. Oh ja, du kriegst 17. Ja, jetzt bin ich 5 Dollar reicher. Okay. Wo ist mein Torte? Die kommt gleich. Die steht noch draußen. Und wie gesagt, klärt sich ein Auto für euch. Boah, das muss aber ein großes Auto sein. Ja, das ist ein großes Auto. Okay. Wo ist das Klo? Ähm, komm, folg mir. Twinkie, ich hab dich im Auge, ne? Was geht? Alles so immer gemein. Deine Pflanze merk ich mir. Und? Was hast du da davon? Pass dir auf, meine Kind. Ich hab ein Auto bekommen. Du hast ein Auto bekommen? Ich hab ausgeliehen. Was für ein Auto? Weiß nicht. So ein großes irgendwie. So ein Lastenwagen. Was hast du gesagt? 20 Kilo. Willst du ein Brett oder was? Was? Willst du ein Brett oder was? Du willst ein Brett oder was? Du möchtest gern Tampon, du. Pass auf, du Wikipedia-Gangster. Komm, du weißt. Pass auf, steh in die Nase rein. Da siehst aus wie mein Gesicht. Hallo, der hat mir gedroht. Bitte auf, der schreie. Er will mich im Abstechen, der Typ. Einmal nicht rumschreien, bitte. Also links ist ein Mann, rechts ist ein Frau. Na dann ist noch angerufen. Die wollen ja treffeln. Hier links. Hier. Hier. Ach, hier. Komm. Das Mann? Ja, das Mann. Ich geh mal auf die Frau-Toilette. Hier ist für Männer, Twinkie. Ja, ich muss mich nur kurz frisch machen, du. Oh, guck mal. Deine Frenze. Oh, Selfie-Time. Selfie-Time? Selfie-Time. Blicklichtgewitter. So, ich geh mal ein Ei legen. Ja, ich auch. Das ist ja viel zu klein. Da geht die Tür ja gar nicht zu. Ja, das können die vergessen. Die Tür geht... Doch, ich krieg die Tür. Da mach ich gar nichts. Die gehen halt echt immer auf das Gewicht des Characters, ne? Das sind solche Loser, Alter. Die haben RP absolut nicht verstanden. Wenn das mein Server wäre, wäre das noch der alternative Pommes hier, ne? Ich würde die sofort wegbannen, Alter. Diese Vollidioten. Der soll sich mal ein vernünftiges Mikrofon kaufen, bevor der mich anquatscht im RP. Vollidiot, Alter. Leck mich an, Kimme. Der hat da außen im Mickey Mouse Heft sein komisches Plastik-Headset, Alter. Und kutscht mich an. Ich möchte gehen, Gangster. Das ist für Vollidioten. Entschuldigung. Du schließt kein Wort, was der labert, Alter. Ich bin im Rollstuhl fest. So wie im Raum. Ja, Junio, Fisch, mach den Heli bereit, Alter. Hallo. Hörst du jetzt schon gewittern? Ich komme hier echt nicht raus, Mann. Aber es ist interessant, dass du siehst, wie viel Schmutz da rumläuft. Na, Unity ist gut, Mann. Wir haben echt wenig schlechte Erfahrungen jetzt, macht der Zivilist. Aber so einen will dich halt sofort vom Server runterhauen. Allein schon wegen der My-Qualität. Ich bin übel. Und er hat auf einem RP-Projekt nichts zu suchen. Den verstehst du doch gar nicht. Wie ist denn der durch Wildness gekommen, Alter? Down to Sheep, vielen lieben Dank für 10 Gifte Zaps. Cruzy, Dank für den Prime 40. Und Denno TV, Dankeschön für 5 Gifte Zaps. Das ist bestimmt eine Farbe. Affe, Alter. Ich bin fertig. Also, ich will ja nichts sagen, Twinkie, ne? Ja. Aber die sollten ja Dinge verriegeln. Ja, und die Rollstühle. Ich bin da gerade festgeblieben. Die mussten mich da rausziehen. Ich schrei nach Hilfe, kein Schwein kommt. Also, ich glaube, die sollten ja Dinge abschließen. Da kann in der nächsten Stunde keiner drauf. Das ist wie ein China-Russland. Jetzt tun mir die Hüften aber gut weh, ey. Von was, wenn du fragst? Ich saß da gerade im Rollstuhl fest. Ich wollte ja nun mal testen. Und auf einmal komme ich nicht raus. Ich stehe auf, kann sein Rollstuhl kommt mit. Das wäre schon peinlich jetzt gewesen. In diesem gestrandeter Wahl muss ich erst mal eine Hilfe rufen. Kann doch jedenfalls passieren. Ja, das kannst du laut sagen. Das ist nicht das erste Mal. Aber ich dachte, das sah irgendwie breiter aus. War wohl nie so. Naja, ich glaube, jetzt ist er ein bisschen breiter. Glück für die Nächsten. Das geht auf die Hüften. Wie Schokolade. Sie sollten in Warte rumwarten, oder? Ja, ich wollte gerade sagen, ich glaube, wir müssen mal wieder in den Warte rumwarten. Ja. Ich kriege die Tür schon wieder nicht auf. Die Stühle sind breit genug, glaube ich, dass ihr euch hinsetzen könnt. Ja. Oh, der ist jetzt links, rechts. Ich glaube, ich setze nicht auf dem Glastisch. Nein, 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 nein. Meinst du nicht? Nein. Why not? Ja, also ich stehe vorhin hatte ich gute Frage. Na, du lachst. Weißt du, wie anstrengend das ist? Oh, ja. Oh, mein Gott. Oh, das hat aber geknackt. Oh, ich schwitze wie ein Schwein. Du hast aber stabile Dings, ne? Warten, dass du so sitzen kannst. Hallo. Hallo. Wo kommt ihr denn her? Aus Arizona. Arizona, mein Gott. Aus Arizona. Dein Freund war gerade richtig böse zu uns. Nimm ihm das nicht übel. Der ist wie so Erbse im Kopf, weißt du. Der hat mal gemerkt. Ja, also wenn der den Mund aufmacht, ist es wie Fliege im Mund. Keine Ahnung. Also der sollte sich mal echt benehmen. Ja, das... Irgendwann trifft er den Fall schon. Dann kriegt er einen Klatscher, fliegt er in der Vegas. Das sag ich gerne. Ah, er Vegas. So wie der unterwegs ist. Ja, Vegas ist immer so eine Sache für sich. Ich hab den fotografiert. Du hast ja fotografiert. Sein Gesicht. Aber warum? Weil der böse ist. Ja, weil der böse ist. Ja, der ist böse. Wer? Du. Der ist doch nicht böse. Nimm mal das Megafon aus der Hand. Das ist ein Megafon-Sieger, Alter. Stücken leiser da vorne, bitte. Wir werden gleich noch ausgeschmissen. Ja, ja. Die Anker haben einfach... Herzlich gut, der hat gesagt gerade, sie sind fett. Was? Hast du einen in die Hände aus? Ja, gut, das hat die ganze Mannschaft da vorne gesagt. Aber ich muss sagen, das ist nur erotische Nutzfläche. Hat man seinen Freund besoffen oder so? Sexuelle Schwung, Alter. Und, äh, also ihr kommt aus Arizona. Und, äh, seit wann seid ihr hier? Ich bin seit gestern Mittag hier. Vorgestern. Vorgestern. Vorgestern, ne? Ja. Und diese zwei Straßenpenner, also der gestern und der eben gerade, habt ihr die mitgezogen, oder... Wie viel, äh, was? Nur dem hab ich nur Essen gegeben. Ich hab den gefüttert wie ein Taube. So, weil der gestern, der eine Straßenpenner, der wollte seinen letzten, also seinen Schuss heute, also gestern hier abholen. Und jetzt der andere jetzt hier noch. Deswegen, es wundert mich, so ganz neue Gesichter, was man gar nicht gesehen hat. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Sind wir hier? Oh, das stimmt. Ja, die mit den blauen Haaren muss ich nur Gedanken machen, aber okay. Das ist Frau Schlumpfine. Hallo. Wie ist das schon gewöhnt? Ja. Also das ist Frau Schlumpfine. Okay. Und wie heißt du richtig? Adela. Adela, wie die dicke Selle. Adela, okay. Ne, die heißt Adele. Adele? Warst du schon mal Taxifahrerin? Ich bin Taxifahrerin, ja. Und du bist immer noch Taxifahrerin? Naja, wieder. Wieder? Da war ich bei den Cops. Oh Gott. Also beides ein Scheißverein, aber... Bist du so einer von diesen... In der Broschüre stand, hier gibt es so gefährliche Orte, da leben gefährliche Menschen. Wie heißt das nochmal, Twinkie? Gangs? Gangs, genau, Gangs. Gangs, oh nee. Bist du so einer? Alle, die farblich einheitlich sind, sind Gangs, ja. Ja, diese Assis bei diesen Börgeleiden, die so... Oh wow, guck mal die da drüben an, die sind farblich, das ist Gang. Nein, die nicht. Dann guck mal, PD, alle gleich. SD, alles Gangs. Na komm, das ist auch eine geheime Gang. Bei diesen Börgeleiden rennen so Assis rum, die tragen so blau-orange. Das sind richtig Idioten. Tragen die nicht grün-orange? Blau-orange tragen die. Ja, das sind die größten Assis. Das sind voll die Assis, die haben mich fette Sau genannt. Aber wenigstens haben die mir zweimal hochgeheult. Ja. Also sind die doch ein bisschen nix. Ja, ich komm noch nicht hoch. Wenn ich einmal liege, dann gibt's keinen Auf mehr. Also, ich und Peanut und unsere Assis. Und du bist so einer von diesen... Warte. Ja, wir brauchen was fürs Fotoalbum. mit Assis. Oh, wow. Aber du kommst in das andere. In welches andere? Das mit den Oberass. Ja, genau. Oh, wow. Aber du bist ja gar kein richtiger Gangster. Du hast ja nicht mal ein Goldkettchen. Nee, ein Goldkettchen musste ich da wegziehen. Ging auf Dauer zu schwer. Ja, das kenne ich. Das kann man mehr Goldkettchen. Du siehst auch aus wie ein Lamm, um ehrlich zu sein. Oh, wow. Da ist ja nichts dran an dir, Bursche. Da ist echt nichts dran, ne? Doch. Ganz viel. Ganz wenig. Ich muss ja auch nicht alles so preisgeben, was an mir dran hängt. Ja, da fühle ich mich. Besser als... Du bist so ein Schwäunchen. Der macht mir schon Konkurrenz, ne? Ja. Ich feiere dich. Ehrlich, warte. Ihr seid gut. Ihr seid gut. Ich hab's auch. Du musst auch nicht aufhören mit den Liegestützen davon. Und geh du, aber nicht in die Liegestützen. Du kriegst alles ab, dann. Und das ist nicht schön, dann. Der ist einer gestorben. Also bei uns in Arizona gibt's keinen Security Guard. Im Krankenhaus. Das ist ein guter Geruch. Oh, wow. Er bleibt auf jeden Fall. Was, 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 was? Ja, das sind die... Also er hier, der... Ich stink nicht. Der, der Pommespanzer da? Ja, ja, die Pommespanzer. Alle beleidigen mich. Der ist komplex in hinten, man. Oh Gott, ey. Wer lacht denn hier so? Schleunig aus, aber... Ich gelacht, die sind lachen. Die ganz recht. Halt deine Schnauze. Ich hab heute so viel, so viele Gase eingeschnüffelt, ey. Ich glaub, ihr Hirn ist tot oder so. Nee, noch nicht, aber... Ach, ich kann nicht mehr. Nee, und was habt ihr hier so vor hier in so 20? Wir sind wegen seiner Flehung. Wir sind nicht nur Urlaub hier. Hey, lange? Bis wir das Geld zusammengekreppst haben mit dem Flugdick nach Hause. Aber... Ihr seid ohne so ein Flugherr? Du solltest deine Nase mal in andere Angelegenheiten stecken, mein Freund. Aber nicht in uns. Mit so einer Popelbremse würde ich gar nicht statt Nold auf machen. Ich kann das gar nicht bei euch reinstecken. Geh mal lieber ein paar Wikipedia-Beiträge legen, Nidiot. Oh, das seh ich aber anders, du. Lass dich nicht ärgern von dem. Wollt ihr noch ein Muffin? Der mit seinen Kämpe wird das schon. Der wackelt ja nach drei Jahren später noch. Ja, und trotzdem stehst du hier rum. Du bist schon ein bisschen verliebt. Du kannst ja deine Augen gar nicht abwenden von mir. Aber hey, ich bin verlobt. Also bitte, ziehlein. Die hat dich richtig Wolli genommen, Bruder. Halbe Zubass und Zubass. Ja, alles Lange. Der müsste sich eigentlich in seiner Einzelteile auflösen, so wie das gestellt wurde. Also ihr werdet mit Päscher mit rankommen. Man, nimm das Megafon aus der Hand. Ist denn mit dir, Junge? Bist du Schiedsrichter? Ihr werdet schon ganz schön Hobbs genommen, ne? Nee, wir werden nicht Hobbs genommen. Das ist mir geschaut. Mir wird das schon hier echt peinlich. Aber ihr steht immer noch hier und das ist echt peinlich. Oder seid ihr nur Brüder und Geschwister? Sowohl als auch. Wieder zu deiner Linken, der Typ. Das Einzige, was der sagen kann, ist, wir sind dick. Sonst fällt dem nichts ein. Aber dass der 38 ist und immer noch nicht gelernt hat, sich zu grasieren, weil er keinen Fall hat, ne? Das verzieht er nicht. Was ist gegen dicke Menschen? Nein, du in Pink. Die beleidigen uns die ganze Zeit, es fett sauen so. Ich hab nichts gegen dicke Menschen, außer Handkannaten, Kadashini-Kopf. Jetzt hat er bei Karnevalsverein Sindepause. Wer hat hier was gegen dicke Menschen? Ja, der mit dem komischen Schnurrball und der komische mit dem Megafon in der Hand. Ich hab nichts gegen dicke Menschen, außer Kadashini-Kopf. Die beleidigen uns die ganze Zeit. Ob ich der Boden in die Fresse, bitte. Ich bin zu gut, ist sicher. Ich sehe schon ein bisschen Clown. So sieht er aus. Nur ohne die Schminke. Noch schlimmer. Ey, Jungels, die haben was gegen dicke Menschen. Die haben mich beleidigt. Ich hab nichts gegen die Kammerkotten. Die drei roten Clowns. Nein, der eine ist cool mit der Kaffee. Also ich hab was Pinkes an und ich bin gay. Der Typ da. Na und hast du jetzt was gegen Schwunde? Hast du was gegen Schwunde? Der hat wen als gay beleidigt? Der hat dich als gay beleidigt. Der hat mit der Fonzenbürste im Gesell. Ey, Erik Queen, wie geht's dir? Ja, Mann, das fliegt mir in die Fresse, Mann. Aber der mit der Käppi ist cool. Ja, warte, und welcher hat mich hier so schwul beleidigt? Der in der Mitte. Der mit dem Bart. Ach, der Marco. Ah, der Marco. Du bist noch eine zweite Partie. Ich wär ganz lieb. Ja, Entschuldigung. Ey, ey, ey. Ihr seid ein Junkiepark, ne? Nee, ich bin nicht der Junkiepark. Ich bin der Schwabbel, und du? Was sind Junkiepark? Kann ich euch nachher auch noch zeigen? Aber ihr seid doch von denen. Lass mich jetzt ausgeraden. Bitte hauen die Waffe. Wer bist du denn? Ich bin gay. Das hat doch nichts mit der P zu tun. In der E-Zeit. Ja, haben wir nicht von gehört. Also bist du auch unwichtig für mich. So, wer ist jetzt derjenige, der mich beleidigt hat? Komm mit raus. Komm mit raus, wenn du dicke Fresse hast. Achtung, bitte. Ja, komm doch mit raus jetzt. Achtung, ich muss hier mal arbeiten. Das ist der Johnny, das ist der Johnny, pass auf. Da stehen sie mal nicht im Weg. Da hat er kleine Eier. Guck mal, der macht nicht mal Platz für den Arm. Auf einmal sind sie leise, ne? Ja, ja. Gerade hatten sie nur dicke Fresse. So. Hallo, Doktor. Wer ist denn der... Herr Smolz? Ich bin Herr Smolz. Frau Smolz. Bitte? Nee. Herr, ach, hier ist die. Okay. Gut, was ist denn los? Ich hab den ganzen Tag schon Bauchschmerzen und nicht. Können wir das mal anders versprechen, bitte? Ja, wir gehen einmal nach hinten. Ja, das ist... Du bist doch hier unter vier Ohren. Ja, können Sie mal bitte jetzt ein bisschen Platz machen? Ja, natürlich. Sei ganz mutig. Jetzt hast du auf einmal keine große Fresse mehr, ne? Der Marco, der Marco, der Marco. Das ist der Marco. Ach, ja. Also ich... Ich geh mal kurz. Ich geh mal kurz. Ich geh mal kurz. Was haben Sie denn so gegessen? Boah, das kann ich nicht aufzählen. Ganz viele Sachen. Fast Food. Kann natürlich sein, dass es dadurch ausgelöst ist, ne? Ja. Weiß nicht. Haben Sie Bauchschmerzen? Nö, eigentlich nicht. Meistens, wenn ich lache, immer wenn ich so... Oh, mein Gott. Entschuldigung. Oh, Mann. Wissen Sie? Dann passiert das. Ja. Ich lache nicht viel. Ja, am besten lachen Sie jetzt mal nicht so viel. Okay. Ja, noch weiterleben. Kann das Böse enden? Oh, ich muss aber nicht auf die Waage, okay? Nein, nein, nein. Setzen Sie sich mal auf die Leak. Ich packe erst mal ein Fenster auf. Oh. So. Kannst du helfen? Kann ich Ihnen dann helfen? Genau, super. Ich drücke sie ein bisschen hoch. So. Jetzt tut mein Bauch aber weh. Dann erzählen Sie doch mal, Herr Smalls. Ja, ich hab... Boah. Ich bin heute Mittag aus dem Hotel gekommen. Dann hab ich natürlich meinen Sport gemacht, wie jeden Tag, sieht man ja. Und, ähm, dann fing das auf einmal an. So, mein Bauch war so aufgebläht und dann musste ich die ganze Zeit pupsen. Waren Sie schon mal Behandlung hier? Nein, noch nicht. Ja. Ich bin noch nur... Ich mach nur Urlaub hier. Ich komm eigentlich aus Arizona. Arizona? Ja. Ja, trinken Sie auch ganz viel Arizona-Eistail? Hm, wenn ich den in den Finger krieg, klar. Okay, super. Zeigen Sie mal bitte kurz Ihren Personalausweis. Ja, den muss ich aber... Moment. Der ist in den Brief, da schon. Ja. Immer mit der Ruhe. Das ist immer so schwer, den zu finden bei den ganzen Bonbons. Haben Sie so viel? Kriegt er dann auch einen Bonbon? Oh, na klar. Moment. Obwohl, keinen aus der hinteren Tasche wird. Da ist mein... Aber ich hab den mal hinten, damit die schön warm sind. Ich glaub ich doch keinen. Mein Name ist Peanut. Peanut Smalls. Ja. Geburtsdatum. Mein Geburtsdatum? Ja. Das ist der 20.04.420.1990. 1990, alles klar. So, herrste Mal. Jetzt haben Sie irgendwelche Vorerkrankungen. Diabetes. Nö, ich bin kerngesund. Kerngesund. Hat der Arzt gesagt, bei uns zu Hause im Dorf. Aber eigentlich ist der nur Tierarzt. Und Tierarzt? Ja, eigentlich behandelt der so Pferde, wenn die ausrutschen, beim Eiskunstlauf und so. Okay. Der hat schon mal mein Herz abgehört. Und dann? Hat nix gehört. Dann hat er sich so eine App runtergeladen auf dem Handy. Ja. Jamba nachtsgenau oder sowas. Damit er es pumpen sehen kann. Ja, dass der Herr ein Arzt war. Ich weiß nicht, ob der raucht ganz schön viel, dieses dreckige Mario Hühner. Ich weiß nicht, ob der Arzt war. Ich glaub schon. Mario Hühner ist nicht so gut. Wie ist denn Ihre Telefonnummer, Herr Smalls? Boah, ich hab ein neues Handy. Da müsste ich in mein Handy gucken. Wann machen Sie doch mal. Meine Nummer war, glaub ich, 3377 und 105 Kilo. Aber ich kontrollier nochmal. 3377 105. Rufen Sie Peanut an. Gut, okay. Wissen Sie Ihre Blutgruppe zufällig? Nutella. Nutella, okay. Achso, ich dachte, ach ne. Ähm. Eigentlich überprüfen wir das kurz. Kein Problem. Weiß ich nicht. B plus. Null A positiv. Auch. B plus 0 A positiv? Ja. Ich glaub schon. Ich hab ne seltene Blutgruppe. Na gut. Äh. Es gibt nochmal kurz was und dann können wir das damit gut bestimmen. Oh. Entschuldigung. Ai, ai, ai. Hihihi. Ja, Smores, wie soll ich denn so arbeiten? Ja, Maske. Ja, ich hab hier keine Maske. Mein Gott. Brauchen wir die Feuerwehr. Dann besorgen Sie sich doch so nen Flex wie so nen Gangster. So. Schauen Sie mal. Geben Sie mal nen Finger her. Aber kann ich mich hinlegen? Ja. Sonst kipp ich nach oben. So, der linke Arm ist da. Genau. Schauen Sie mal. Haben Sie Angst vor Nadeln? Boah. Gut, müssen wir das natürlich schauen. Gib mal nen Stich. Nen Stich? Einen Stich. Pieks. Achso. Ähm. Einen Bienenstich. Einen Bienenstich wollen Sie? Nein, 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 nein. So. Jetzt drücke ich hier mal einen. Och Gott. Wo der schon überall war. Ja, gut. Aber ich krieg jetzt nicht alles auf einmal. Das ist auf keinen Fall. So. Das hat wehgetan. Dann stelle ich das Gerät mal kurz hier drüben ab. Okay. Braucht jetzt ein bisschen, bis sie, bis das Ergebnis da ist. Gut. Passt sie noch mal kurz ab am Bau vor allem, ne? Weil sie jetzt sagen, dass sie die Höhle haben. Okay, aber nicht zu fest drücken. Ja, ich muss schon ein bisschen fest reindrücken. Ja, sehen Sie das Hansel davon? Ja, das ist kein Problem, Herr Smalls. Ich atme den weg. Ja, aber ich krieg schon. Och Gott. Langsam wird es ein bisschen anstrengend. Ich rieche Ketchup und Zwiebeln wie immer. Und welche Blutgruppe habe ich? B-Positiv. B-Positiv? B-Positiv, ja. Ist das gut oder schlecht? Das ist nicht schlecht. Alles gut. Jeder hat ja eine andere Blutgruppe und jede ist die Blutgruppe, also für jeden ist seine Blutgruppe genau das Richtige. Und was ist, wenn ich ein anderes Blut trinke? Ich war nämlich mal eben in so einem Vampirkult. Da haben wir Blut getrunken. Ja, gut, wenn Sie das in geringen Maßen machen, dann ist das natürlich kein Problem. Ja, so ein Liter so. Ja gut, aber das sollten Sie ja jetzt nicht machen. Das schmeckt ja auch nicht. Doch, das schmeckt. Wissen Sie, wie Blut schmeckt und riecht? Ja. Wie Kleingeld, das man ganz lange in der Hand hatte. Das hat ja einen ziemlich hohen Eisengehalt, deswegen riecht das so. Wir einen gehen Eisen stemmen und ich gehe Eisen essen. Damit ich Maschine werde. Sind Sie sicher, dass Sie kein Eis essen? Doch, haben Sie welches? Eis habe ich nicht da, nein. Ich habe aber welches bei, glaube ich. Das ist nicht schon geschmolzen. Das muss aber schon geschmolzen sein. Doch, ihr Hose versaut. Oh, sieht man das? Sie haben so eine kleine Abschürfung an der Hand. Ja, ich wurde vorhin nämlich vom Krankenhaus angefahren. Ja. Von einem Krankenwagen. Aber der Arzt hat mir geholfen und hat mir noch einen Verband gegeben. Ja. Dann sieht der Top versorgt aus, ne? Bitte? Ja, schon mal Top aus. Ich weiß jetzt natürlich nicht an, was das liegt, dass Sie solche Blähungen haben. Das kann natürlich ganz normal sein. Haben Sie das öfter? Heute zum ersten Mal. Heute zum ersten Mal, okay. Ich würde tatsächlich mal eine Ultraschallaufnahme von Ihrem Bauch machen. Das tut nicht weh. Es ist quasi nur so ein Schallkopf, der auf Ihren Bauch aufgelegt wird. Und dann schaue ich quasi, was in Ihren Kopf ist. Hey, Doktor, gibt es da keine Probleme, weil ich ein bisschen dicke bin? Das gibt keine Probleme. Okay. Geht auch für dicke Leute. Ich bin nicht versichert, ne? Sie sind nicht versichert? Also Sie müssen das Ganze ja auch selbst zahlen. Oh. Ja. Aber ich habe kein Geld. Ich habe kein Geld. Ich habe alles ausgegeben für Kuchen. Das klären wir dann gleich. Also ich habe noch... Es sei denn, Sie verweigern jetzt, dass ich so eine Sonografie, also ein Ultraschallbild von Ihrem Bauch mache? Empfehlen Sie das denn jetzt als mein Hausarzt? Ich bin ja nicht Ihr Hausarzt, aber jetzt so als Arzt würde ich Ihnen empfehlen, das auf jeden Fall zu tun. Aber wir sind doch in einem Haus. In einem Krankenhaus. Dann sind Sie mein Krankenhausarzt. Krankenhausarzt, aber Ihr Hausarzt ist jetzt... Okay, wir machen das. Wir machen das, okay. Super, dann hol ich kurz das Gerät, ne? Okay. Okay. Oh, das ist mir jetzt aber peinlich. Ei, ei, ei. Hey, das waren diesmal Sie. Wer zuerst hat gerochen, dem ist es auch zum Po rausgekrochen. Ach ja, wenn Sie das sagen. Gut, können Sie einmal das T-Shirt ein bisschen nach oben ziehen, geht das? Hm, boah, das wird schon... Hilf Ihnen ein bisschen. Ja, aber nur bis zum Bellybutton. Oh, bis zur Brust hoch müssen wir. Oh, jetzt sind wir ganz besteste Freunde. Besteste, ja? Ja. Wenn Sie das sagen. So, ich mache Ihnen jetzt hier noch so eine Art Gleitmittel auf den Bauch, das quasi nur, um das Signal durch den Schallkopf ein bisschen zu verstärken. Okay. Ist ein bisschen kalt. Kalt und flutschig. Das, man kann nichts essen? Nein, das kann man nicht essen. Sie können es natürlich gerne mal probieren, aber schmeckt ziemlich ekelhaft. Nein, ich habe schon ganz andere Sachen gegessen. Das möchte ich nicht wissen. Super. Dann halte ich hier einmal den Schallkopf drauf und dann schauen wir mal. Okay. So ziemlich fest reindrücken, weil da ja so viel da ist. Oh, nicht so fest, du. Nicht so fest, du. Ja, ich bin ganz vorsichtig. Ich möchte ja nicht, dass Sie mich schon wieder anfurzen. Ach, das passiert nicht. Langsam steht es mir. Oh Gott, ich muss mal kurz zum Fenster. Oh mein Gott. Ups, I did it again. Wie Britney Spears. Immer schön durch die Nase ein und durch den Mund wieder aus. Genau, andersrum. Ach Gott. Entschuldigung. Jetzt mal, Sie machen mich fertig. Ohne Witz. Gut, aber Ihre Ultraschallaufnahme ist eigentlich ziemlich unauffällig. Also, ich sehe hier nichts. Das liegt dann wahrscheinlich an dem Fastfood. Genau, das liegt wahrscheinlich an Ihrem Fastfood-Konsum. Den würde ich ein bisschen reduzieren. Bisschen mehr Obst und Gemüse essen. Mach ich doch. Das mache ich versprochen. Ja. Ach du, woher ich Ihnen gerne eine Antwort. Ja. Und mehr Sport mache ich jetzt sofort. Ich gebe Ihnen jetzt mal nicht die Hand, ne? Ach du, ich habe Ihnen nur aufgespuckt und wieder aufgefangen im Mund. Ach Gott. Das ist doch Verschwendung. Okay. Ich wünsche Ihnen nochmal das Zeug vom Bauch, ne? Nun, lassen Sie ruhig drauf, das ist schön. Ne, ne, das muss man wegmachen. Ach, okay. Wäre ich auch mal Arzt geworden, dann hätte ich mich selber untersuchen können. Können Sie ja trotzdem machen. Nö. Ich war Restauranttester. Dann natürlich Abfüll-Tabletten oder Abfüllmittel mitgeben. Abfüll-Tabletten? Abfüll-Tabletten? Nö, ich esse kein Obst. Nee. Das kommt mir nicht in die Tüte. Abfüll-Tasche hätte ich gerne. Ja, das ist quasi dafür da, um Ihren Magen einmal auszuräumen. Ausräumen? Ja, dass der Magen sich einmal entleert. Und wenn da irgendwas ist, was diese Blähungen verursacht, dass das dann raus ist. Dann habe ich rein theoretisch mehr Platz für neues Essen, oder? Stimmt, ja. Ja, bitte. Drei Stück billig. Aber Schmerzen haben Sie jetzt keine gehabt, oder? Das nur gesellschaftlich nicht akzeptiert bisher. Dass man in der Öffentlichkeit pupst. Und ich schäme mich auch dafür. Ja, sogar. Weil ich mache das Leben einer Mitmenschen unerträglich. auch. Der hat absolut keinen Bock auf mich. Herr Doktor? Ja. Achso, Sie sind am Schreiben. Ich schreibe hier gerade auf meinem... Ich habe die Tüte nicht gesehen. Also, ich kann ja keine Smilies einfügen. Dann machen Sie Punkt, Punkt, Komma, Strich, fertig ist das Mondgesicht. Ja, genau, das mache ich. Oder Klammer auf und eine Drei. Es ist entweder ein Herz oder ein Eis, wenn man den Kopf so verschränkt. Ich mag beides. Just give me one light mit ner Pizza. Moonlight, oh, Moonlight, oh. Ich wollte mal Opernsänger werden. Opernsänger? Ja. Warum denn das? Weil ich gerne Theater mag. Aber ich hätte als Baum anfangen müssen und das Baumkostüm hat mir nicht gepasst. Ja. Also, wie gesagt, ich kann jetzt nicht wissen. Ich beschreibe Ihnen ein Abführmittel. Sie können sich bei der Apotheke holen. Und dann wird die eventuelle Magenverstimmung vielleicht aufgelöst. Okay. Okidoki. Also, Sie sind quasi dafür, dass Sie ziemlich dick sind. Also, ziemliches Übergewicht haben. Also, mit dem Bauch ist alles in Ordnung. Brauchen Sie sich keine Gedanken machen. Aber ich bin nicht dick. Könnten mal demnächst an der Blutentnahme kommen. Da könnte man feststellen, ob Sie jetzt an Diabetes oder sowas leiden. Das ist bei Ihrem Gewicht jetzt wahrscheinlich nicht unrealistisch. Was haben wir denn bei dem Herrn hier? Ja, einfach nur Blähungen, Abdomen im Sono. War unauffällig. Keine Fährdung oder Abdomen. Der Herr? Also, eigentlich nichts. Ja. Was? Wie ernähren Sie sich denn hauptsächlich? Ja, gesund. Gesund. In welchem Sinne denn gesund? Cheeseburger mit Salat. Ja. Mal dran gedacht, nur den Salat zu essen ohne Cheeseburger. Also, ausgewogen ernähren. Sie sind Komiker, oder? Hab ich ihm schon gesagt. Nein, tatsächlich ist das sehr hilfreich. Das unterstützt die Flora. Welche Flora? Ich bin doch kein Florist. Die Darmflora. Die Darmflora. Die Darmflora. Dass der das besser verarbeitet hat. Genau. Aber da trinke ich doch schon Actimel 17 Stück am Tag. Ja, das sind zu viele. Ein. Ein nur? Tatsächlich Actimel nur ein am Tag. Oh. Ich hab immer gedacht, 17 wären besser als einer. Nein, immer nur einer. Okay, dann trinke ich nur noch ein. Actimel ist tatsächlich auch nicht für die Darmflora gedacht. Nicht? Nein, das ist für den Knochenbau. Da ist mehr Calcium drin. Okay, und was muss ich essen für die Darmflora? Actimel. Actimel Joghurt. Ach, dieser Joghurt. Genau, davon auch immer nur einen. Einen so einen Becher am Tag. Ah, den isst meine Frau immer. Genau. Aber die punch den noch mit 25 Würfel Zucker. Ja, das darfst du nicht machen. Und Sirup. Ja, das darfst du nicht machen. Warum nicht? Weil das nicht gesund ist. Da steht aber hinten nicht drauf, dass man das nicht darf. Ja, also es fördert nicht bei dem Zweck, was das gefällen soll. Ach so. Ja, das sag ich der Twinkie gleich. Genau, einfach den, von mir aus kann sie da fünf Würfel Zucker noch mit reinmachen. Aber 25 ist da ein bisschen viel. Hm. Also ein bisschen süßer, ein bisschen süßen kann man den. Ansonsten, wenn sie den wirklich süß haben möchte, soll sie den Würfel Zucker weglassen und soll sich Honig reinmachen. Honig? Honig. Honig ist süß, ungemein und ist nebenbei auch noch sehr gesund. Honig? Daran hätte ich auch denken können. Wenn der Honig, also wenn vorausgesetzt der Fall ist, es herrscht keine Allergie gegen Honig. Entschuldigung. Mahlzeit. Passiert. Gehört zum Menschen dazu. Das stimmt. Von daher ist nicht schlimm. Ähm, wie gesagt, Honig ist ein natürlicher Stoff. Sehr gesund tatsächlich. Also deutlich gesünder, deutlich gesünder, deutlich gesünder wie Zucker und süß auch ungemein. Aber ist Honig nicht der Sabber der Bienen? Äh, nee, tatsächlich nicht. Ich hab noch nie so Honig gegessen. Dann müssen sie mal probieren, Honig ist echt lecker. Oh, dann bin ich ja wie Puhbär, ne? Der isst auch immer Honig. Ja, Puhbär ist cool. Puhbär, Binnie, der Puhbär. Ja. Binnie, pass auf. Peanut kommt und mag bald Honig sehr. Ja. Und Winnie, der Puhbär ist richtig cool. Also, ne, da kann man nichts gegen sagen. Ja, Puhbär ist cool. Ich hab den noch geguckt, als ich kleine Erdnungs war. Aha. Winnie, der Puhbär, den kennt jeder. Ja, und den depressiven Esel. Ja. IA. IA. Genau. Und dieses verrückte Kind, was immer so lacht. Ja, und Tigger. Tigger. Und Rabbit. Rabbit. Und Ferkel. Genau, Ferkel. Ferkel. So, ich glaub, mein Kollege ist gleich mal kurz. Und Ferkel hab ich schon mal gegessen. Ja. Da ist mein Kollege. So. So. Wie weit bist du jetzt mit dem Herrn? Also, äh, wie gesagt, hast du mitbekommen, was ich gemacht hab? Du hast jetzt ein Apfelmittel verschrieben. Mhm. Äh, genau. Und zwar ohne Probleme verwenden. Der ist gesünder wie purer Zucker. Und süß genauso extrem. Wenn nicht sogar schlimmer. Oh. Ja. Also, nicht so eine Honigflasche kaufen und sich in den Rachen ballern. Sondern wenn sie zum Beispiel jetzt diesen Aktivier-Joghurt haben. Ich schlafe. Hallo. Aufwachen. Aufwachen. Peanut. Oh, Mann. Er schreckt mich nicht so. Ja, er kutscht. Bin kurz weggenickt. Jetzt hast du schon aufwachen. Ich hab von Honig geträumt. Ja, Peanut. Wie gesagt, ne? Ja. Wenn du was süßen möchtest, dann kannst du den Honig gerne dazu nehmen. Ja, okay. Aber nicht pur essen. Nicht pur. Nicht pur. Nein, tue ich einen Snickers rein in den Honig. Brauchst du gar nicht. Da ist Karamell schon drin. Der ist süß genauso. Dann ist doppelt gemoppelt hält besser. Ja, wenn du das sagst. Ja. Gut, dann würde ich sagen, übernimmt mein Kollege wieder. Der ist sowieso der behandelnde Arzt. Das ist mein Krankenhausarzt. Ja, der behandelt dich. Der kümmert sich darum, dass es dir wieder besser geht. Ja, ich bin sogar schon fertig. Haben Sie Honig? Nein, tatsächlich nicht. Den kannst du dir tatsächlich ganz normal im Supermarkt dazu hören. Genau. Wie das Abführmittel, das holst du dir einfach bei der Apotheke. Was? Da kriegst du dann noch ein Rezept dafür. Das ist, da läufst du am besten hin. Ein bisschen Bewegung schadet nie. Ja, ich ruf mir ein Taxi. Oder so. Oder so. Wenn ich noch Geld dafür habe. Na gut. Kannst du alleine aufstehen, oder soll ich dir helfen? Ich glaube, ihr müsst mir sogar beide helfen. Dann helfen wir doch beide, ist ja kein Problem. Auf drei. Auf allen Kräften, ne? Ja, du links, dich rechts und dann auf drei. Eins, zwei, drei. 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 Schön. So. Ah, die Rechnung will ich nicht bekommen. Ich gehe mal weg hier. Kann ich nach Hause? Ja. Wir müssen doch eine Rechnung bezahlen. Eigentlich ist es der Moment, wo ich weg bin. Würde ich nicht passieren, die Tür nicht so. Aber ihr seid so nette Ärzte. Ja, ich habe ja nicht viel gemacht. Shut up, button. Die Rechnung, wenn es 1350. Hast du deine Karte? Hast du deine Karte dabei? Ich habe meine Karte dabei, aber Entschuldigung. Portemonnaie. Warum kommen Ladies da rein? Das sind unsere Security-Damen. Aber ich habe nichts getan. So, schau mal. Ich will mal ein bisschen Abstand nehmen. Okay. Okay, ich habe meine Karte in der Hand. Perfekt. So, einmal auflegen. Einwandfrei, Mensch. Das klappt ja alles. Super. Ich bin da hinten rein. Super. Perfekt. Dann, ich gehe mal einmal wieder nach vorne. Okay. Meine Frau wartet schon. Die wartet sehnsüchtig. Ja. Dann aber. Wir wollen sie ja nicht so lange warten lassen. Sie wird heute Abend gebürbert. Oha. Wenn das noch geht. Boah, das geht immer. Oh, na gut. Oh, ich habe Durst. Oh, ich muss einmal kurz mein Funkgerät einstellen. Das war ein Liter Cola. Einfach so, Wolle. Sind hier die X-Mans drinne? Nein, da ist das Röntgengerät drin. Röntgen? Ja. Aber da steht X-Ray. Ja, das ist der amerikanische Auto. Ist das nicht wie der schwarze Superheld? Ich weiß nicht, wen du meinst. Ich glaube, das ist X-Man. X-Man? Ich kenne mich nicht so gut damit aus. Ich auch nicht. Ich lese keine Bücher. Aber da gibt es auch einen Film davon, oder? Oder Comics. Ich habe viele DVDs zu Hause. Echt? Was schaust du denn da immer so? Desperate Housewives. Sex in the City. Autopsie. Autopsie? Ja. Na gut, wem es gefällt, ne? Ich will nur die Leichen sehen. Warum denn das? Ich weiß nicht. Die sehen mir so harmlos aus. Okay. So, schau mal. Deine Frau wartet schon. Was denkst du? Wer davon ist meine Frau? Ich denke, die im Gelben. Boah, du hast die Beste. Oh, Mann. Na, schätze ich hin? Na, Speckschnittchen. Ja, der konnte mir helfen. Ich habe so gut wie keine Beschwerden mehr. Sie können Ihren Mann ja auch mal dazu bringen, ein bisschen gesünder zu essen, ne? Er hat jetzt ein Abführmittel verschrieben bekommen. Oh, nein. Und das entleert quasi einmal den Darm. Ja. Genau, Twinkie, du musst auf mich aufpassen. Perfekt, super, dann noch einen schönen Tag. Hat er eine Windel um oder so? Weil wir müssen noch Auto fahren. Er hat sich ja nicht eingecotet. Aber er hat auch Abführmittel bekommen. Nein, 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 das muss er sich erst bei der Apotheke abholen. Ach so, okay. Okay. Genau, super. Dann noch einen schönen Tag. Danke gleich. Auch so, danke. Dankeschön, der Doktor. Das hat aber lange gedauert, ey. Check your booty. Komm, hat dir schon mal jemand gesagt, Twinkie, dass du von hinten aus siehst wie Beyoncé? Danke, du so anschnittlich. Da werde ich wild. Da will ich mich schon wieder mit dir auf dem Boden rumrollen. Der Arzt hat gesagt, wir sollen alles, was wir essen, mit Honig essen. Mit Honig? Ja, wir sollen alles mit Honig essen. Und aus welchem Grund? Wutscht das dann besser oder wie? Weil Honig ist auch süß wie Zucker, aber macht mich dick und da ist Biene drin. Ich habe nicht zugehört. Ich weiß jetzt nicht, ob ich eine Biene esse. Ich bin noch einmal kurz eingeschlafen. Oh. Ja. Ja, wir hatten auch tolle Unterhaltung. Ja. Was ist mit den Gangstern noch passiert? Haben die sich geprügelt? Na, die waren da weg. Weiß ich jetzt gar nicht. Auf einmal hatten die keine Großfresse mehr, ne? Ja, ja. Andere Asoziale kommen. Ist immer so. Die können sich halt auch nicht prügeln. Das Einzige, was die können, ist mit Waffen sprechen. Ja, das stimmt, das stimmt. Was soll ich denn sagen? Ich werde mich jetzt aber vom Acker machen. Ja, ich werde auch helfen. Wie kommen wir nach Hause? Ich habe eine LKW da. Du hast eine LKW? Ja, also so eine Art, also so ein Panzer habe ich da. Alles gut, damit sollten wir, glaube ich, vorankommen. Hey Frau Schömpfene, wenn du mal abhängen willst, dann call me on my cell phone. Du hast mich noch gar nicht angerufen. Ich habe noch gar nicht den. Das wird sich auch nicht ändern. Das ist mir egal. Ich musste mich zehn Minuten lang konzentrieren, um den Witz zu bringen. Das ist super. Den hast du also schon da drin geblatet, ja? Ja, das ist wie ein Attentat. Ja, bei deinen Bomben, die da kommen, die nicht die Welt. Ich muss gleich Apfeltabletten nehmen. Der Arzt meinte, dann hat der Arsch, ob Kirmes sollte. Ja, ich glaube, du kannst die Nacht auf der Toilette verbringen. Das mache ich eh jedes Mal. Das hat sich voll anders angehört, als ich mit seiner Frau gesprochen habe. Oh, was hast du wieder zehn Minuten? Wir haben nur gesagt, wie das manchmal rattert, wenn du schläfst, weil du es dann ja nicht mehr unterdrücken kannst. Und dass ich dann halt lieber mal ein Mittagsschläfchen mache, außer wenn die Luft nicht abzieht. Dann schlafe ich halt irgendwann gezwungen auf dem Essen ein und hoffe einfach aufzuwachen. Nimmis morgen. Nimmis morgen. Du Ferkel, du. Naja. Vielleicht wird Schlumpf ihn im Abgrund. Ich kann es euch kurz zeigen, wenn ihr noch Zeit habt. Ist gleich da oben in Weimut. Bist du ein Knusperhäuschen? Bist du eine Hexe? Nee, aber ich habe große Garten. Stoßt du uns in so ein Kessel rein und willst uns vernaschen? Nein. Naja, wir waren schon mal auf dieser Internetseite. Was? Ja, letztes Mal. Ja. Das muss ja jetzt nicht. Die Leute, die Schüße kippen und so. Ich habe schon genug von unseren Vorspielchen erzählt. Ja, das wäre interessant. Bist du so eine? Definiere so eine. Ja, so eine. Wie soll man sagen? So ein Ferkeltchen. Natürlich, natürlich. Ich weiß nicht, ob ich das handeln kann. Aber ich habe nur fünf Minuten Kraft in mir. Wenn ihr damit zufrieden seid. Ich spreche zusammen. Ich glaube, ich spreche dann auch zusammen. Ich spreche. Das wird in Stellung, es wird nur sehr schwierig, glaube ich. Ich weiß nicht, ob ich mich darüber unterhalten will. Ja, unterhalte, durchbricht weiter. Komm, wir gehen niemals. Twinkie, du weißt doch, du bist die Einzige für mich. Okay, wollt ihr wieder schnell hinterher fahren? Ja, ich habe keinen Führerschein. Ich würde sagen, wir machen das morgen. Okay, alles klar. Ja, dann gehen wir uns zu Teil. Dann hau mal rein. Ja, ne, schön. Hau rein, schön, Fiene. Das ist unser Auto. Ach du Scheiße. Der Wagen schluckt ja mehr als wir, wenn es All-You-Can-Eat gibt. Das ist wohl so ein Bullen-Auto. Also wir kriegen wohl auch keinen Ärger, wenn wir irgendwas machen. Das Auto gehört dem Puls, Simon? Ja. Warte mal, hast du überhaupt nur deinen Führerschein? Nee. 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 Aber komm mal, jetzt hast du, was machst du? Muss ich aussteigen? Habe ich was Falsches gesagt? Twinkie. Ja. War ja, hast du wieder ein Leisen abgelassen? Oh, warte, 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 warte. Die bin jetzt schön oben. Hast du Eiern getrunken? Warum? Warte, man muss nur noch mal hier links, ne? Willst du die alte wegflanken? Oder wieso redest du so mit der... Also ich bin dir ja treu. Also dann musst du aber auch diese Sahnetörtchen hier teilen, das ist doch richtig. Was für Sahnetörtchen? Ja, ich... Achso. Willst du bei der Heier machen? Nee, ich würde mal... Ich hab da so einen Typen, der hat mich Schöne genannt. Und ich glaub, da hab ich schon eine Chance. Hä, aber du gehörst mir. Und sein Bruder, der war auch... Hä? Du gehörst mir. Ja, aber du hast mit der grad über andere Sachen geredet. Als... Achso, ich dachte... Ich dachte, dein Nicken ist ne Zustimmung. Nein, ich will nur dich... Dich allein. Manchmal ist mein Kopf nur so schwer. Das ganze Gewicht musst du einfach tragen. Du hast dein Kopf schwer. Irgendwann bist du halt einfach müde. Und da lassen die Muskeln nach. Und nur noch dein Speck hält dich irgendwie oben. Können wir uns, warte, nicht aussteigen? Können wir uns darauf einigen, dass wir uns treu bleiben? Ich mein, wir sind in der großen, weiten Stadt von Los Santos. Und hier ist alles anderes als zu Hause. Was bedeutet denn jetzt treu? Genau. Das musst du jetzt genau definieren. Einmal kurz. Also, damit ich auch ganz sicher sein kann. Das ist ja von Land zu Land auch anders, ne? Ich weiß nicht. Falls du hier jetzt irgendwie was Neues kennengelernt hast an Treue, dann wäre ich offen dafür auch, ne? Nein! Achso. Also, rollen wir uns weiterhin nur zu zweit auf den Boden. Ja. 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 Du weißt doch, warum ich dich geheiratet habe, ne? Weil ich nicht kaputt gehe. Ja. Ja. Geht's dir gut, mein Speckschnäuzchen. Du schwitzt schon wieder. Hör mir zu. Ja, warte erst mal. Lass mich... Keinen anderen Typen. Keinen anderen Typen. Keinen anderen Frauen. Lass mich das hier mal abtupfen eben. Dankeschön. So. Ja. Oh Mann, das fließt ja wieder richtig. Hab ich schon wieder gezappert. Oh. Oh. Ich schwitze, ne? Keine. Dankeschön für den Hochschul, aber ich gehe jetzt, oder? Ich kann nicht sagen, wo diese ganze Feuchtigkeit aus meinen Trüsen rauskommt, ne? Aber es läuft und läuft und da ist kein Ende in Sicht heute mehr. Können wir uns darauf einigen jetzt? Ja, also, die Treue, die wir auch kennen, ne? Nur, um jetzt wirklich sicher zu gehen. Statt, du bleibst ja dublech. Ja, ne, voll. Ja, was denn nun? Ja, ich weiß ja nun nicht, was du meinst, ne? Ja, es wird nicht geknutscht. Es wird nicht gerammelt mit anderen. Ja. Essen können wir teilen, das ist okay. Okay, okay. Was gibt's denn da zu lachen? Ja, ich bin da einfach gut drauf, weißt du. Du kennst mich doch. Einfach immer in Sonnenschein. Auch von der Form her. Du bist nicht der Sonnenschein, du bist die Sonne, Baby. Geil, der Speckschüttel. Komm, küsst mir mal einmal. Komm, komm, komm. Du hast noch Mai am Mundwinkel. Geil, mach mal weg, bitte. Bei dir kriegt der Name Subway eine ganz andere Bedeutung. Du bist schon ein geiles Sau. Können wir bitten zu dir? Ich kann nicht mehr. Ich muss mal auch... Ja. Ja, komm. Wenn ich aufgehe. Ich weiß ja nicht, was in dir gefahren ist, aber seitdem wir in dieser großen Stadt sind, bist du ihnen viel offener geworden. Wo hast du immer nur Teleshop hingeguckt und hast nichts gemacht. Jetzt steigst du dir die Haare. Ich will hier eine ganz neue Welt kennen, wo wir mit Gangster und Polizei einsetzen. Das ist schon was anderes. Neuerdings steigst du dir die Haare immer. Naja, okay, du hast immer noch jeden Tag das Gleiche an, aber... Ja. Same, ne? Ja. Was soll ich sagen? Boah, warte mal. Ich habe hier noch eine Pommes irgendwo, ne? Wo? Irgendwo in der Fetsch. Heute, da. Oh, da ist sie ja. Kann ich auch abbeißen? Ja, hier. Boah, das ist ja nicht mehr viel Drama. Und ich habe boh, 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 boh. Mein Boho ist ein Loch. Oh, 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 oh. Was vorne reingeht, muss hinten nur wieder raus. Das stimmt, Alter. Was ist das? Was ist das denn? Wo du es gerade sagst. Ich muss echt drin kacken. Ich spreche es nicht. Ich spreche es zusammen, Alter. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Boah, ich bin am Heulen. Guck dir das. Oh, mir ist so warm. Mir ist so fucking warm, Alter. Aber mir ist so scheiße warm, ne? das ist einfach keine Ahnung, das ist in meinen Augen die beste LP-Spielerin, die es gibt die ist, die Kinder, bin ich so weg die bricht einfach jeden Alter das ist das ist schön Jogi, Jogi, Jogi ab ins Hotel, Alter Alter, was hat sie gesagt? hat sie kacken muss, Alter ich kann nicht mehr ich bin so ein Schwitz ich gehe euch erstmal duschen, Alter Jogi, Jogi das kannst du echt keinem Schwanz erzählen, Alter Boah Alter Schwede das freut mich halt wenn das so ist, dann freut mich das dafür mache ich die Kiste an, Alter um Leute zu unterhalten gute Vibes und so alle sind spaßig Tari, wenn du noch hier bist, vielen lieben Dank für den Host schick die Leute gleich weiter Audiospur geändert natürlich ist bestimmt einer noch von Unity unterwegs Flames, Dankeschön für die WeSup im fünften noch Matt Season, Dankeschön für fünf Gifte Zabs Caleb, Dankeschön auch für den Host für 20 Minuten tut mir leid, oder ich bin so gefangen im RP manchmal ich krieg nix mit Maichen, Dankeschön für den Prime im zweiten noch Netran, Dankeschön für die WeSup im zweiten Michi, Dankeschön für den Prime im fünften noch Gordon Gekko, Dankeschön für den Prime herzlich willkommen Steiger ist noch da, ich gucke jetzt gleich Kaya, Dankeschön ebenfalls für den Prime im achten Denno hatten wir, Kruzy hatten wir hatten wir alle, ne falls ich irgendjemanden vergesse tut es mir wirklich leid, aber trotzdem vielen lieben Dank Spaß, das ist das lustigste was jemals gesehen hat, dank dir Tja, und jetzt sieht man den Vergleich, ne wenn ich aufblühen kann so ich bin ich kann nicht gefangen sein wie im Park Curtis RP macht auch unnormal Bock und macht Spaß es ist ein anderes RP, wenn man was zu tun hat aber ich bin einfach ein Freigeist genau wie Mila das ist so dieses Euternet-Ding damals in einem Würfelpark zwischen uns das ist wir spielen nicht den Ball hin und her Alter, wir Junge, wir spielen Ping-Pong das ist boah, ich bin fertig ähm Dienstag, Mittwochs ist immer frei egal ob ich unter der Woche nochmal Deutsch oder so weil Dienstags machen wir immer Großenkauf so hier Mittwochs ist so Familientag mit Chillen damit ihr Bescheid wisst wir sehen uns spätestens Donnerstag erst wieder nicht traurig sein ich kann nicht mehr, Alter ähm, ja, ich hoffe, hat Spaß gemacht wir gucken mal eben doch, fuck Benzen sehe ich jetzt Benzen, ich schicke euch zu Benzen einfach Saddam von Tai und hier die meine Leute da freut ihr Benzen ab wenn du Raid Pommes könnt ihr noch Copper RP sehen ansonsten die zwei Tage dafür nutzen wenn ihr unbedingt RP sehen wollt, ne Tai ist online Dex ist online Benzen ist online ähm Stay streamt auch RP ich weiß jetzt gar nicht ob aktuell noch ähm aktiv aber ganz viel Johnny streamt manchmal ihr werdet schon irgendwas finden nicht böse sein ach Steiger wie heißt denn vom Dings der fuck wie heißt vom Steiger der Kanal heißt der nur Steiger Steiger okay Ritter FIB Quartus Steiger im Dienst ja okay dann nehmen wir den auseinander ist ja auch von Unity gibt ganz viele gute RP Lack ihr untergucken ich wünsche euch eine wunderschöne gute Nacht schlaft alle gut und vielen lieben Dank für den Support aus tiefstem Herzen bis Donnerstag okay ihr Affenbande join Dings Discord und guckt Twitter wenn ihr irgendwas wissen wollt oder so und Linux Dankeschön für die WeSup noch am 5 bin immer noch da und wieder einen Monat länger Dankeschön und seid nett beim Steiger benimmt euch okay Tschüss Bye have a great time have a great time Dings und es ist are